Hi, ich bin der Günther, ich bin der Sörenbude, willkommen zur Pokémon Mystery Dungeon Byros Edition, aber dumm 3, Folge 1. Wir steigen gleich ein mit den ersten zwei Kapiteln, wie ich bereits angekündigt habe. Jeden Montag zwei Kapitel und ja, weil ich mich absolut nicht mehr erinnert habe, wie ich es bei Teil 1 und 2 gemacht habe, ist der Text dieses Mal mit anderen Sprachen durch einen Google-Übersetzer gezogen und ich hatte beim kurz drüber fliegen das Gefühl teilweise nicht ganz so dumm. Aber mal gucken, vielleicht irre ich mich auch. Wir fangen direkt mal an, ich kann halt echt nichts dazu versprechen, wie es aussieht. Gut, ich glaube damit haben sich meine Befürchtungen schon mal nicht bewahrheitet. Schade, weil Befürchtungen war das falsche Wort. Unser Team hatte eine Metallqualität, aber niemand außerhalb von... Ich meine, das ist Schmuckstadt, aber beide Cs fehlen. Außerhalb von Schmuckstadt kannte uns... Niemand außerhalb von Schmuckstadt kannte uns wirklich. Bisher. Aber heute begann unsere Eröffnungsreise. Eine Reise, die unser Leben verändern wird. Eine Reise, die uns legendär machen wird. Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3 Helden aus einer anderen Welt Einheit 1 Ausführliche Lektüre Es fing vor ein paar Tagen eines Abends an. Im Hubelupf-Team änderte sich alles. Alle sammelten Kraft, um am nächsten Tag für die nächste Explosion bereit zu sein. Interessant, Terroristenverein. Ich auch. Aber heute Abend war ein wenig anders als der nächste. Auf den ersten Blick musste ich streikend einschlafen. Ich habe das Gefühl, dass Scheinux schon einen langen Tag wach ist und ich schlafe ein, sobald ich ins Bett gehe. Er hatte das Vergnügen, die Nacht zu verbringen. Ich bin für immer wach. Happy End. Mein Kopf tut sehr weh und ich glaube, ich werde krank. Warum ist das alles im Präsens geschrieben? Es wäre anstrengend, an der Seite des Militärs zu sitzen, wenn alle unterwegs sind. Sie machen sich bereit für Explosionen und sind beim Militär. Trotzdem habe ich am Ende immer wieder versucht, mich zu entspannen. Ich werde übrigens nicht so oft dazwischenreden jetzt, weil ich will schneller fertig werden, als es so wäre. Als es mir trotz allem wie eine Ewigkeit vorkam, vielleicht weniger als zwei Stunden, schlief ich endlich ein. Und er begann zu träumen. Ich habe mich woanders wiedergefunden. Alles um mich herum leuchtet sofort und wechselt häufig die Farbe. So wusste ich nicht, was hier passieren würde, wenn ich anfing, die Stimme zu verstehen. Der Erste war leise, dann laut. Also, bis ich es endlich verstanden habe. Glübjernen. Können sie mich hören? Kugeln. Iiiiihihi. Also, einfach nur Es. Da, ich höre dich. Wer bist du? Was willst du von mir? Ah ja, und natürlich werde ich die Charaktere wieder nicht mit ihren Stimmen sprechen, Wallner. Jede dumme Varos-Edition. Gott sei Dank kann ich dich endlich kontaktieren. Ich habe es stundenlang versucht. Wenn sie sich unwohl fühlen, könnte ich es sein. Aber das ist jetzt egal. Bitte hör mir zu, alles, was ich ihnen gerade erzähle, ist sehr wahr, auch wenn es kaum zu glauben ist. Ich komme aus einer anderen Welt. Trotzdem war meine Welt zerstört. Ich musste fliehen und planen. Ich bin jetzt seit vielen Jahren in deiner Welt. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen, um meine Welt wiederzubeleben. Außerdem schaffe ich es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Bulby, ich habe dich auserwählend, die Mitglieder zu sammeln. Starte es. Auch ihr Scheinungsfreund gehört zu dieser Gruppe. Ich wurde verrückt und versuchte aufzuhören. Bitte zögere nicht. Warum sollte ich ein Team leiten? Was genau mache ich? So habe ich reichlich Gelegenheit, es dir im Traum zu erklären. Dann für mich. Das habe ich aber nicht. Dann hör mir zu. Du und Scheinungs müssen zusammenkommen. Aha. Ich glaube, ich habe gute Nachrichten für diese Stimme. Ich kann dir nicht sagen, welches Pokémon du treffen möchtest, aber sie werden bekannt sein. Lade sie alle ein zu kommen. Sie leben alle auf anderen Kontinenten. Reisen, verbinden und drei Pokémon und finde mich. Jedes Wort, das die Stimme sagte, verwirrte mich. Same. Warte ab. Meine Kopfschmerzen sind weg. Ich kann ein paar Stunden schlafen. Ich drehe mich in meinem Bett um und schlafe wieder ein, wenn ich wieder aufwache. Neben mir ist etwas, das beim Einschlafen nicht da war. Ich bin alt und gut aufgehoben zum... Äh, ich hoffe, ihr versteht kein Wort. Dann wäre ich nämlich zumindest nicht der Einzige. Und ich sehe gerade, dass mein Mikrofon ein bisschen laut ist eigentlich. Äh, muss kurz die Textstelle wiederfinden. Perfekt. Im Dunkeln brauchte ich eine Weile, um zu erklären, was auf dem Cover stand. Hoffnung durchdringt die Welt und zerschmettert Träume. Meine Geschichte. Neugierig drehte ich mein Bett so heiß auf, in der Hoffnung Scheinungsnicht aufzuwecken. Ich dachte, er würde aufwachen. Aber er drehte sich um und schlief ein, als ich auf die Homepage ging. Es gibt klare Informationen, die es seitdem nicht mehr gegeben hat. Ich weiß, dass du dir viele Sorgen machst, Bulby. Dieses Notizbuch wird einige davon beantworten. Dies ist vor der Legende, die sie kennen. Es war ein Witz. Kein Bedauern. Du bist die einzige Hoffnung für meine Welt. Diese klare Botschaft. Wo war die klar? Kam von Pokémon, die mir noch im Traum erzählte. Ich habe die Geschichte auf der nächsten Seite gesehen. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Schlaf wurde immer noch unwichtig. Also habe ich angefangen zu lesen. Kapitel 1. Die unerzählte Geschichte der Apokalypse. Ich weiß nicht einmal, wie lange es her ist. Die Geschichte hat mich so erwischt oder so von der ersten Seite an. Ich lese und lese die ganze Nacht. Ich habe davon erst erfahren, als Scheinungs mich missbraucht hat. Was? What? Wait a minute, what? Guten Morgen, Bulby. Warum bist du heute Morgen vor so langer Zeit aufgewacht? Ich schloss das Buch und legte es beiseite. Und ich habe auf diese Weise aufgehört. Ich habe ehrlich geantwortet. Du wachst zur falschen Zeit auf. Du bist noch wach. Es wird besser. Ein enger Freund sah mir aufmerksam zu. Er sah mich aufmerksam an. Wie? Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen? Er sah das Buch an. Alles. Das Buch ist nicht neu. Soweit ich weiß, hast du es wahrscheinlich 20 Mal gelesen. Heute Abend zum ersten Mal. Ich habe nach draußen geschaut. Mindestens eine halbe Stunde bis zum Frühstück. Bis dahin war noch viel Zeit. Ich stand auf und nahm das Buch. Scheinungs wirkte etwas verwirrend. Hey warte, wohin möchtest du als nächstes gehen? Würden sie sich nicht ein wenig ausruhen? Was passiert heute? Ich stand auf und rannte... Warum bin ich in der Zeit auf Frau Schilfe? Ich bin zu kacke gerade. Irgendwie verwirrt mich dieser Text. Fun Fact. Ich stand auf und rannte in das Zimmer des Kommandanten. Okay, das ist einfach das fucking Militär. Folgt mir. Ich erkläre euch alles, wenn wir beim Gildenchef sind. Ich rannte in den Flur, bis ich die Haustür erreichte. Seenungs folgte mir. Es scheint, dass er sehr müde war. Aber ich weiß schon lange, dass man ihm auf jeden Fall in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen alles zutrauen sollte. Scheinungs braucht normalerweise lange, um aufzuwachen. Zu diesem Zeitpunkt hat er noch seine Pläne, genau wie alle anderen. Schließlich war er mein bester Freund. Als ich ankam, klopfte ich an die Tür des Kommandanten. Ich wusste, dass er auch da sein würde. Unsere Meistergilde ist an sich schon ein schönes Pokémon. Er ist jetzt sehr alt, aber er hat immer noch alles unter ständiger Kontrolle. Er gehört nicht zu den Chefgulden, die zusätzliche Befehle geben. Er ist besorgt, uns auszubilden. Deshalb ist es immer so, wenn wir eine Kleinigkeit im Sinn haben. Ich habe oft das Gefühl, dass es mehr Interaktion mit mir hat, als mit Scheinungs, als mit anderen, weil der Jüngste in unserer Gilde weit weg ist. Die ganze Zeit wollten wir in diesem Team trainieren und er liebte mich so sehr. Da ich nicht das beste Verhältnis zu meinen Eltern hatte, wurde er nun mein Vorfahre. That's not how that works. Und heute macht er etwas Neues, als ich klopfte und ging. Was bringt dich zu dieser Stunde? Gibt es etwas, das sie besprechen möchten? Scheinungs scheint sehr nervig zu sein. Was ich mit mir selbst nachempfinden kann. Das möchte ich jetzt auch langsam wissen, Bulby. Was passiert jetzt? Ich zeigte ihnen meinen neuen Dresscode. Es ist sehr wichtig. Es geht um dieses Buch. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, als Pokémon mit mir sprach und als ich aufwachte, war er plötzlich an meiner Seite. Ich dachte an beide. Letzte. Fortsetzung der Legende. Die Geschichte der Weisheit. Und woher kommt das? Was hat das mit deinen Träumen zu tun? Diese Geschichte. Rekord. Bist du sicher, dass es kein weiteres Spiel ist? Nur Abra hat deinen Traum letzte Woche gestoppt, um dich zu provozieren. Und er gibt mir eine Randnotiz auf dem Bild. Jetzt, Hubbelupf, und, und, lass dich auf etwas Neues ein. Gibt es dazu Bilder? Kannst du die uns zeigen? Digga, wie soll ich zwei Kapitel durchstehen davon? Vielleicht mache ich kurzfristig doch nur eins. Wahrscheinlich mache ich einfach zwei in einer Folge, aber nehmen die nicht am selben Tag auf. Das klingt irgendwie wie eine Idee. Äh, ja, wo war ich jetzt wieder? Ich habe angefangen, alles zu sammeln, was ich gestern Abend gelesen habe. Fazit. Ich muss nochmal verstehen, dass ich die Geschichte nicht gemacht habe. Scheinux scheint sehr kompliziert zu sein, aber es scheint sehr verzerrt zu sein. Warte ab, ist es gut? Ich sah ihn mit einem Lächeln an. Es ist eine gute Geschichte, aber es gibt kein Wort, das zu meinen passt. Es ist besser, als bei Gelegenheit selbst zu lesen. Hubbelupf. Er hielt inne, dann antwortete. Ich glaube, das Wichtigste habe ich verstanden, aber warum willst du das uns allen sagen? Und über Fotografie. Ich habe die Fotos gelesen. That's not how Fotos work. Sie sind auf der ersten Seite in der Botschaft. Sie zeigen offensichtlich einen Film aus diesem Notizbuch. Auch hier wünschte ich, ich würde ihn nie wiedersehen. Das erste ist schrecklich. Es ist bemerkenswert, dass alle Pokémon der Mythologie sind drinnen. Wie sind diese Bilder entstanden? Aber zurück zum Thema. Auf dem Foto das erste Mal, wenn du ein totes Pokémon siehst, liegt es leer auf dem Boden, als würde es schmelzen. Blut umgibt es und Nekrose, gefolgt von einer Gruppe von Pokémon auf einem Toheido-Felsen, zusätzlich zu dem Dunklen. Beide scheinen dankbar für das perfekte Foto zu sein. Ich hob das Buch auf, als ein Stück Papier vom Einband fiel. Es ist ein anderes Foto. Anders ist es jedoch mit der Hinzufügung der Titelseite. Er sah toll aus. Alle Pokémon, die in beiden Geschichten eine wichtige Rolle gespielt haben, sind da. Alle scheinen glücklich. Es sieht aus wie ein Sack, den man mit einem Kordelzug umschließt. Hilfe, warum habe ich dieses Projekt begonnen? Aber das kann nicht sein. Der Hintergrund ist ein klarer Sternenhimmel. Ich habe es wieder gekauft, damit ich es umdrehen konnte, wenn ich herausfand, was los war. Eine Form erscheint in diesem Bild. Die Hintergrundfarbe liegt etwas hinter den Gunther-Gemälden zurück. Als mir das klar wurde, warf ich schockiert alles weg. Oh nein, wegwerfen aus den ersten zwei Varos-Editionen in Dummes zurück. Auch wenn es hier Sinn macht. Äh, wo war ich? Es ist schwer für mich, wieder aufzuerstehen. Da, als ich das Foto berührte, erschien mein Bild ohne Probleme. Nirgendwo. Scheinux hat keine Angst. Es ist vor Ort. Wirklich? Es scheint einfacher, sich ihm zu nähern, als in Panik zu geraten. Es macht Spaß. Was wäre, wenn... Der Gildenlehrer stoppte seine Gedanken und wollte es versuchen. Er hat das Bild auf die gleiche Weise aufgenommen. Aber es tat nichts. Es macht Spaß. Kann so etwas manchmal passieren? Ich kann diese Frage nicht alleine beantworten, aber Scheinux hat eine nette Idee. Was ist, wenn das Foto ein nicht allein... Was ist, wenn das Foto ein ausgewähltes Pokémon zeigt, wenn sie es berühren? Es muss sein. Was ich dir nicht gesagt habe. Eine Stimme in meinem Traum. Eine lebende Person wie diese. Er sagte mir, ich solle eine Gruppe zusammenstellen. Pokémon auf allen Kontinenten, dass wir seine Welt retten können. Die beiden blieben wieder still. Hobelupf reagierte wieder als erster. Wenn dies der Fall ist, dann gibt es vielleicht nur eine Chance. Geht in die Welt, ihr beide. Scheinux wirkte ein wenig seltsam. Warte, nicht diese Lösung. Warum wurden wir beide ausgewählt? Ich glaube, ein Pokémon ist auf dem Kontinent. Durchaus möglich. Jedenfalls hat mir der Überlebende klar gesagt, dass sie einer waren. Von den anderen drei Pokémon weiß ich nichts. Er hat mir nicht gesagt, wer sie waren. Er sagte nur, dass sie enthüllt werden würden. Aber jetzt kann uns dieses Bild helfen, es zu finden. Scheinux, du entscheidest, was du machen willst. Es steht dir frei zu gehen. Er bittet um Hilfe in Schmuckstadt, damit er auf die anderen Kontinente gehen kann. Tun? Ich sah Scheinux an und schaute selbstbewusst zurück. Die Worte sind nicht wichtig. Wir werden die Mitglieder unserer Gild... Äh, wir werden die Mitglieder mit Respekt vertreten, Gildenleiter. Vertrau uns. Zwei. Versprich es mir. So klar, unsere große Reise beginnt. Und ja, damit endet Kapitel 1. Ich werde definitiv nicht noch eins aufnehmen jetzt. Äh, ihr werdet ja sehen, ob ich in diesem Video noch eins habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Guckt mal. Ich bin's. Noch ein Kapitel. Aber auch nur, weil ich es mir ehrlich gesagt echt nicht leisten kann, 18 Wochen für das Projekt zu brauchen. Weil, irgendwann will ich auch das nächste große, richtige Hörspiel beginnen. Und das geht erst nachdem das hier rum ist. Deswegen, für mich ist jetzt zwei Tage später. Wir machen weiter. Kapitel 2 Umzug an einen modernen Strand Kaum verließen wir die Hubbelupf-Kamera-Tür, fanden wir uns in einer Pokémon-Sammlung wieder. Andere Gildenmitglieder haben bemerkt, dass etwas passiert und darauf wartet, dass wir kommen. Offenbar verstanden sie ein paar Worte aus einer geschlossenen Tür. Ich sah mich um und sah, dass das ganze Team wirklich zusammengekommen war. Oh, haben sie die Pokémon-Namen alle richtig? Abra, Roselia, Zickzacks, Krabbi, Flurmel, Klavion, Quaxo, Magnetilo und Magneton? Hallo, wo sind falsche Namen? Es ist insgesamt, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr noch gemacht, auf jeden Fall nicht ganz so viel korrupt. Wie bei den letzten Dingern. Sie sind alle schon länger in der Gilde als wir, also sind wir nicht nur die Jüngsten, sondern auch Neulinge in Sachen Status. Insgesamt haben wir alle ein sehr gutes Verhältnis, auch wenn es natürlich ab und zu mal zu Konflikten kommt. Viele unserer Argumente beziehen sich auf Abra, der Scheinux früher im Haus der Gildenkommandanten war, weil er gerne jeden erschießt. Mich eingeschlossen. Und Kakao. What? Digga, was ist das hier? Militär kommt richtig raus. Ich habe das Gefühl, jede Virus-Edition in Dumm hat so ein Grundthema, das immer durchgezogen wird. Von Anfang bis zum Ende werden schon so scheiße wie Werfen, Alman, Deutsch und jetzt ist Militärkrieg. Und Leute, die sich aus Spaß gegenseitig erschießen. Aber zurück zum Thema. Neun Leute warten vor der Kamera, um zu hören, was passiert ist. Sie sind überzeugt, dass etwas Besonderes passiert ist. Ebenso, wenn Scheinux mir immer noch nicht glaubt, dann liegt es sicher daran, dass sie es in der Geschwindigkeit gesehen haben. Dies ist, wie wir wissen, eine Annahme von der Regel. Linux und ich hatten kaum Probleme, uns zu treffen und Fragen zu stellen. Hast du gerade einen Mythos erzählt? Briss, wirst du reisen? Was für eine spannende Aussicht. Ich beneide dich. Okay, ich möchte ein bisschen dazu sagen, aber niemand hört mir zu. Funktioniert das Bild wirklich? Können wir es sehen? Vielleicht hat Scheinux dasselbe für mich empfunden, weil es aufgehört hat. Kannst du eine Weile schweigen? Fertig. Das macht es uns leichter, ein wenig zu erklären. Danke, Scheinux. Also bitte umziehen. Welche Fragen haben Sie noch? Wir haben es so hart geschafft. So sehr, dass wir es innerhalb einer halben Stunde geschafft haben, die Geschichte ein wenig näher zu bringen. Scheinux hat auch in allem recht. Schließlich hat es eine kleine Vorstellung davon, was überhaupt passiert ist. Was übrigens auch einfach ist. Sobald die Ängste nachließen, wurde ich deillusioniert. Okay, ist das alles Ihre Sorge? Aber überraschenderweise sprach Abra und es beeinflusste seine Gedanken sehr. Inzwischen scheint jeder eine Geschichte erzählen zu wollen, aber er fragt. Eine letzte Sache. Ist das, was Sie sagen, dass Sie uns in diesen Tagen verlassen? Ich war schockiert von dieser Frage. Ah, Millionen. Ist das noch nicht klar? Ja, aber ich hoffe, es ist nicht so. Wenn du aussteigst, sind die Truppen ruhig auf der Straße. Ich bin hier einfach im Krieg. Wisst ihr, was das Behindertste ist? Fun Fact. Ich habe das schon auf dem Discord-Server mal erzählt. Die Valros Edition 3 sollte ursprünglich tatsächlich in einer Nachkriegszeit spielen. Und das ist gerade irgendwie ein bisschen ironisch mit dem hier in Dumm, wo literally alles Militär ist. Stimmt, ich kann keine bessere Atmosphäre wie bei Ihnen. Im Vergleich. In dieser Fräulein-Gilde. Brrrrss. Ich war wieder überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass Sie das tun. Auch wenn es ein bisschen anders klingt, als ich vorhin gesagt habe. Ich habe kein Gefühl wie Scheinux. Und passe in die Gildengemeinschaft, da wir hier die Neuesten sind. Die meiste Zeit machen wir Fehler, für die andere Leute bezahlen werden. Und deshalb sind sie meistens mit uns als Mitglieder der Gilde nicht zufrieden. Ebenso haben wir mit niemandem recherchiert. Und trotz einer großartigen Reise vor ein paar Monaten, waren Scheinux und ich die einzigen, die gingen. Wir wollten kein Gewicht und keine Nahrungsergänzungsmittel mit sich herumtragen. Was unserer Meinung nach nicht funktionierte, weil wir uns im Wald verirrten. Und andere uns damals... Und andere... Und andere uns damals alle vor uns standen, bekam ich ein anderes Bild. Sie waren nicht glücklich, uns zu vertreiben. Das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht warum, aber... Ich kann dieses Pokémon treffen. Aber zuerst nicht ohne... Äh, zuerst muss ich alle Mitglieder versammeln. Wir haben also gut über das Militär gesprochen. Aber nicht ohne Versprechen. Wir haben versprochen, uns zu verbinden, damit wir es selbst machen können, wie wir es Hubbelup vor langer Zeit versprochen haben. Aber wir haben auch ein bisschen versprochen. Fun Fact. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen... Sie haben etwas versprochen. Ähm... Sobald wir unsere Reise beendet haben, werden wir wiederkommen. Wir werden zur Gilde zurückkehren und unser tägliches Leben praktizieren. Und dafür muss ich kämpfen. Bevor wir flohen, warnte uns Abra. Eins, ihr zwei. Pass gut auf dich auf. Ich denke, deine Reise wird ein wenig länger sein, als du dir jemals vorgestellt hast. Es kann nicht wie ihre Reise mit den Truppen sein. Bestrafung ist eine schwere Strafe und kann zum Tod führen. Was? Was? Dieses Mal machen sie einen kleinen Unterschied. Aber ich warne sie. Wenn ich in die Zukunft schaue, spüre ich dadurch ein Gefühl von Macht. Raum- und Zeitpaket. Dunkle Aura. Feinde dieser Art werden es nicht sofort für dich schaffen. Gehe zurück zum Frieden. Das ist natürlich nicht die Motivation, die wir wollen. Wenn Abra recht hat, werden wir Armeen jenseits dieser Welt treffen. Oh mein Gott, die Valros Edition 3 und dumm spoilert die Valros Edition 4. Whiiiiiii! Erstens, was ist unser Ziel? Wir werden kämpfen. Die die Welt des mächtigsten Pokémon in wenigen Stunden zerstören können. Als wir am Strand ankamen, sahen wir unser nächstes großes Problem. Gyarados und ich machten uns auf eine Reise, aber sobald unser Team erwachsen war, waren wir verloren. Wir waren gezwungen, die Reise zu verschieben. Es gibt nur eine Möglichkeit, viele Pokémon auf diese Weise über den Fluss zu transportieren. Boot und Boote werden nicht ausreichen. Für die fünf Pokémon muss auf dem Schiff genug Platz sein, denn wenn wir den sechsten überlebenden Treffen werden wir in eine andere Welt gehen. Da der Bau eines solchen Schiffes aber für uns beide eine große Herausforderung darstellen würde, würden wir uns umdrehen und in Schmuckstadthilfe suchen. Bei unserer Suche waren wir so glücklich wie möglich. Wir fragten Miltank nach dem Lagerhaus und er hatte noch einige Holzbretter. Natürlich reichte es für ein volles Schiff und er war bereit es uns zu überlassen. Die Molunk-Brüder, die für den örtlichen Laden verantwortlich sind, hörten unser Gespräch und sagten, dass sie uns bei dem Projekt helfen würden. Resladero entdeckte dies aus einem Dojo und es dauerte nicht lange, bis ganz Schmuckstadt bereit war uns bei unserer ersten Aktion zu helfen. Zu viel normaler Text gerade, ich will dünnen Schiss. Scheinux und ich können bei manueller Arbeit nicht helfen, also verbringen wir unsere Zeit mit Planung. Mit unserer Ausstattung haben wir alles perfekt für alle notwendigen Räume, maximalen Stauraum, große Sitze, Boot und Boot. Kurtl hat es geschafft einen kleinen Motor zu entwickeln, der sich zusätzlich zu diesen Funktionen erwärmt, sodass wir mit oder ohne Luftverschmutzung noch erfolgreich reisen können. Keine zwei Tage vergingen und dann war es soweit. Das Boot ist fertig und alles bereit für unsere Abfahrt. Es war Abend und ich hatte gerade den letzten Sack Kohle auf dem Boot abgeholt. Alle haben uns geholfen, das Boot am Strand zu bauen. Nachdem wir gegangen waren, sah ich sie mir noch einmal an. Ich weiß, sie sind alle willkommen. Ich war ein ganzes Leben in Schatzstadt? Das Traurige ist, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler im Original. Zum ersten Mal habe ich unseren Kontinent verlassen. Sie winkten uns alle zu, als ich sie lange nicht halten konnte. Unsere Reise hat begonnen, aber damit war der Tag nicht zu Ende, obwohl es Abend war. Ich versuchte auf die eine oder andere Weise zu schlafen, aber es gelang mir nicht. Ich freue mich über alles. Endlich war es an der Zeit, Teil eines Mythos zu sein. Da ich, wie gesagt, nicht schlafen konnte, ging ich zurück zum Hafen. Okay, wohl doch nicht. Tschüss, Reise rum. Huibi springt einfach vom Schiff schwimmt zurück. Es gab keine Wolken und die Luft war frisch. Das Meer ist ruhig. Ich setzte mich und sah in den Sternenhimmel. Plötzlich sprach mich jemand an. Gute Nacht, nicht wahr? Ich war überrascht, Scheinux an meiner Seite zu sehen. Es hat die Angewohnheit, immer dann da zu sein, wenn man es am wenigsten erwartet, was mich auf lange Sicht oft frustriert hat. Scheinux wird grad zum Neutrum. Äh, wo bin ich wieder, Hilfe? Mann, Scheinux, bitte warn mich das nächste Mal, bevor du mich erziehst. Es tut mir leid, die Macht des Charakters. Für einen Moment setzten wir uns beide und schauten in den Sternenhimmel. Aber die ganze Zeit habe ich ein paar Fragen, die ich Scheinux stellen möchte. Nach ein paar Minuten beschloss ich die Stille zu brechen, obwohl es wunderschön war. Du Scheinux, wie denkst du Schmuck statt direkt zu verlassen? Was ich sagen will ist, dass du dort, dass sie dort nicht viele Erinnerungen haben wie ich? Zu diesem Zweck ist es wichtig, ein wenig über Scheinux zu sagen. Ich kenne ihn zum Beispiel seit ungefähr 6 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, als ich aus dem Dschungel geflohen war. In diesem Fall fand ich heraus, dass Pokémon im Pool war und war verwirrt. Das ist Scheinux. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert. Also habe ich ihn umgedreht, in der Hoffnung ihm helfen zu können. Oh Gott. Es macht langsam den Eindruck, als wäre umdrehen dieses Mal das nächste werfen. Es stellte sich heraus, dass er sich an nichts erinnerte. Nicht in diesem Bereich, aber in Pokémon hier. Außerdem entfernt etwas die meiste Masse und entfernt manchmal immer noch. Es hat nichts mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich lud ihn damals zu mir nach Schmuckstadt ein und wir wurden schnell Freunde, bevor ich unser Retter-Team gründete. Meine Frage wurde klar, da es noch nicht so lange in Schmuckstadt war wie bei mir. Es war, er hielt inne und schien zu denken. Es ist seltsam. Es kommt darauf an, wie lange eine Person. Ich verbringe diese Zeit in Schmuckstadt. Ich kenne deine Gefühle. Sehr gut, aber keine Sorge. Sobald wir die andere Welt beschützt haben, werden wir zurückkommen. Wie schaffen sie es auf dem Weg optimistisch zu sein? Natürlich mache ich mir gerade Sorgen. Ich fürchte unsere anderen Teamkollegen werden ohne Freunde zu Pokémon und kämpfen nur um ihr Niveau. Außerdem denkst du überhaupt nicht an Abra? Jede Täuschung kann alles zerstören. Die ganze Welt. Und was er über diese Kräfte sagte wäre, Ich habe von vielen Katastrophen gehört, die passieren könnten. Er sagte, er habe das Gefühl Raum und Zeit würden verschwendet. Auf diese Weise ist es wichtig. Als würde die ganze Welt in Ungleichheit verfallen und dieselbe Kraft würde für alle gelten, die in Einheit leben. Bitte erklärt mir diesen Satz. Wenn Gelegenheit und Zeit zusammenpassen, bedeutet dies die Geburt eines dunklen Gottes oder das Werk von jemandem auf die eine oder andere Weise. Und ich persönlich denke, es könnte einen dunklen Gott geben, der es nicht kontrollieren kann. Ich denke, für mich sind die dunklen Mächte in ihrer festen Form nur Dämonen, keine Götter. Mach dir nicht zu viele Sorgen, Balbi. Unser Team wird jetzt Freunde. Jeder, der sie gleichzeitig abholt, sollte ja sagen, ich denke, es ist Lord Ecke und die sollten die gleiche Arbeit nur machen können, wenn Pokémon sich verstehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Hälfte hier sind Kriegsanspielungen, die Hälfte ist keine deutsche Sprache. Über Abra. Auch Gespräche über Raum und Zeit können sich relativ positiv auswirken. Nur weil man immer nur die falsche Seite sieht, sollte kein Gott dahinter stehen. So ein Deal macht das Unmögliche möglich. Und es kann uns helfen. Außerdem hatte ich ein allgemeines Gefühl während einer solchen Reise. Wie? Ich werde es bald herausfinden. Wie? Was meinst du damit, dass du regierst? Woher? Aber diese Reise wird sich auf alle Fälle lohnen. Ich möchte, dass Shinox endlich herausfindet, wer er ist. Zweifellos ist es riesig. Pokémon vor dem Jubiläum. Nach einiger Zeit wurde es sehr kalt. Ich schreibe hier gerade die erste Seite unserer Geschichte. Ich bin aber gerade auf der vierten... Denn wir werden Teil des Mythos. Es wird im selben Atemzug, wie die beiden anderen ausgedrückt. Like und oder Abo dalassen, das kann nur toll werden. Hi. Ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge der Walrus Edition 3. Aber dumm. Ihr merkt vielleicht, ich rede gerade relativ leise. Ich habe es auch relativ einig. Ist mit dem... Ja, jetzt kommen draußen auch noch Geräusche. So bei ist es ein bisschen knapp mit dem Aufnehmen von dem Projekt die Woche. Deswegen muss ich gucken, wenn ich das Ganze noch am Montag hier rausbringen will, wenn ihr es hoffentlich seht. Deswegen ein Kapitel muss ich jetzt hier schnell noch machen. Fangen wir an. Kapitel 3. Arktis Gletscher. Als ich am nächsten Tag aufwachte und zum Hafen fuhr. War Scheinux schon lange fort. Dort. Er stellte das Auto ab und fuhr mit unserem Boot in Richtung des kalten Kontinents. Da ich auf diesem Schiff nichts anderes zu tun hatte, gesellte ich mich zu ihm. Wie lange sind wir angekommen, während ich geschlafen habe? Ich glaube, da der Wind nachts wehte, legten wir zum Beispiel 250 Meilen zurück. Wirklich? Dann, wenn alles gut gelaufen wäre, wären wir heute schon längst angekommen. Ich ging unter einen anderen Stuhl, um ein wenig in den Schrank zu schlüpfen. Wo Scheinux hinten am Bein ist. Ah. Das Wetter ist schön, sodass wir es in kürzester Zeit geschafft haben, ein großes Auge zu bedecken. Nach ein paar Stunden merkte ich, dass die Luft und die Luft auch kühl waren. Sheesh. Auch Scheinux begann aus dem Auto zu zittern. Dass wir inzwischen den Arktischen Ozean erreicht haben, ist bekannt. Die Küste ist kalt und die Arktis ist nicht in unserer Nähe. Ah. Ich merkte schnell, dass es zu kalt wurde und verließ das Boot wieder. Diesmal folgte mir Scheinux. Wir schalten den Antrieb aus und setzen uns vor die Heizung, um uns wieder aufzuwärmen. Es ist wirklich erstaunlich, dass es hier anders ist. Wir können froh sein, dass wir im Sommer gekommen sind. Ich möchte nicht kontrollieren, wie es im Winter hierher kommt. Ich habe es noch nie gesehen. Winters ist immer noch ein paar Grad höher als bei uns in Schmuckstadt. Wir können Pokémon hier... Wie können Pokémon hier auf der ganzen Welt leben? Hier zu leben ist anders als bei uns. Nur diesen Winter. Aber es gibt kleine Pokémon auf dem Kontinent. Ich habe selbst ein bisschen was gemacht. Theoretisch gibt es nur zwei Pokémon Städte. Wir werden die Westküste erkunden, aber die Stadt ist dort zu sehen. Darüber hinaus ist die Ostküste sehr hoch, sodass es keine Möglichkeit gibt, etwas zu produzieren. Wir können nur hoffen, dass wir das gesuchte Pokémon in der westlichen Stadt befinden. Und damit können wir immer noch erwarten, sofort auf die Spitze des Turms zurückkehren zu können. Eine andere Stadt an der Küste des östlichen Meeres, also was wir tun müssen, ist den Kontinent zu durchqueren. Diese Erwartungen haben mich nicht gereizt. Wenn wir in Westdorf nicht fündig würden, würden wir die Wüste durchqueren. Ja, in der Arktis. Dies ist für jeden ohne Erklärung eine große Herausforderung, aber als Pokémon-Baum ist es komplexer. Interesting. Ich habe angefangen nützliche Werkzeuge für diesen schrecklichen Fall zu sammeln. Da wir keine Zelte oder ähnliches mitgebracht hatten, sollten wir werben. Abonniert den Kanal. Auf jeden Fall will Scheinux das wieder weitermachen und wir sind bereit. Noch eine Frage, Bulbi. Die Stimme in ihrem Traum gibt. Ihnen keine Ratschläge und Tricks, wen wir suchen? Das wird uns leichter fallen. Es wäre schön, aber nicht der Tod. Er sagte selbst, dass alle Pokémon bekannt sein würden, damit sie von unserer Ankunft wissen. Und was, wenn sie nicht wissen, wie sie sie suchen sollen? Warum sollten sie herauskommen und nicht in der Lage sein, unsere Anwesenheit zu kontrollieren? Das muss man auch denken. Ich glaube, alles ist von Anfang an organisiert. Unser erstes Teammitglied wird noch lange am Strand auf uns warten, egal wo er ist. Bi. Das war der Satz. Bi. Okay, hoffen wir. Bald tauchte die arktische Küste in der Ferne auf. Inzwischen ist das Boot noch kälter als zuvor. Wir haben uns unsere App angeschaut, die leider nicht perfekt ist. Das Einzelgute haben, äh, was wir sahen, waren die beiden Molunkschats, die uns in Schmuckstadt geschenkt hat. So haben wir zumindest einen gewissen Widerstand gegen die Kälte, auch wenn es lange nicht reicht. Wir sollten damit rechnen, dass wir in Westdorf schnell fündig werden und werben. Abonniert den Kanal. Als wir ankamen, wartete ein Pokémon auf uns. Leider stellte sich schnell heraus, dass wir nicht von unserem modernen Team empfangen wurden, sondern von einem Ältesten aus der Gemeinde. Egal wie heiß die ganze Welt ist. Wer bist du und was willst du von uns? Wenn sie keinen triftigen Grund haben zu gehen, gehen sie. Ähm. Ähm. Was? Wir wollen hier keine Besucher. Pokémon hat eine freundliche Einstellung, die uns deutlicher begrüßt als wir. Es gibt zwei Löwen mit weißem Haar. Wallreiser. Wir haben einen Grund zu kommen, zumindest gehe ich nicht freiwillig in eine solche Region. Wir suchen ein Pokémon, dem im Traum gesagt wurde, dass es uns auf unserer Reise begleiten soll. Aber denkst du nicht wirklich, dass ich dir das kaufe? Sie werben wohl wirklich. Ich suche ein Pokémon, von dem jemand in seinem Traum sagt, dass er mit zwei Kindern auf einer Reise sein wird. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum in einer solchen Welt herrscht völliges Unverständnis? Wenn sie uns nicht glauben, gehen wir unseren eigenen Weg und suchen ihn. Du kannst gar nichts suchen, auch wenn wir von diesem Land keine Hilfe bekommen. Sie haben einen Traum, aber niemand kann uns davon erzählen. Normale Leute denken, dass wir auf diese Weise dumm sind. Schließlich werden sie es tun. Wir werden ihnen alle zeigen, was wir können. Pokémon wird in einer östlichen Stadt leben. Keine andere Option. Auch Scheinux erkennt dies an. Also, wir können die kalte Wüste durchqueren, nicht wahr? Wir haben uns viereinhalb Tage lang getroffen und sind so lange zurückgekommen. Ich war ein wenig überrascht. Willkommen, woher wusstest du das die ganze Zeit? Noch mal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, aber die Umfrage hat mir eine große Freude gemacht. Während der Reise konnte ich Lektionen in mir entdecken. Zwinker-Smiley. Ich meine das ernst. Wieso, wie zum Fick ist da ein Zwinker... Ah, ah, mhm, mhm. Okay, ich weiß wieder. Der ist im Originalskript auch drin, weil der Text da eine Anspielung auf den späteren Plottwist ist, dass Scheinux eigentlich der wiedergeborene Nick Schosmer ist. Weil der Satz eigentlich sowas ist in die Richtung, ich habe den Wissenschaftler in mir gefunden. Und Nick Schosmer war ja Wissenschaftler. Es beruhigte mich, dass zumindest einer von uns gut vorbereitet war, aber das änderte nichts daran, dass wir unsere Reise in der Wüste beginnen würden. Ich fühlte mich, als ob ich es nicht wüsste. Jedenfalls habe ich unsere Reise mit Enthusiasmus angetreten. Schließlich ist mir kalt, also ist es gut gesund zu sein. Schnee ist auch nicht tief, also kann man erfolgreich sein. Zumindest zuerst dachte ich, wir würden auf der Reise keinem Pokémon begegnen, aber immerhin uns eines direkt begegnet. Durch seine Taten deutete ich an, dass er ein Freund und ein Dorfältester aus der Western City gewesen sein musste. Er rannte nicht. Ich drehte mich stattdessen um. Es ist ein See, der seiner Umgebung keine Aufmerksamkeit schenkt. Mann ist dieser See ignorant. Als er sich umdrehte, konnte er uns nicht erkennen und hätte mich fast geschlagen. Hey schau, es hat mich fast getroffen und er hielt es nicht für nötig, sich zu entschuldigen. Geh aus dem Weg, beeil dich. Nach diesem unangenehmen Treffen bin ich froh, Pokémon nicht wieder gesehen zu haben. Auf unserer Reise hoffte ich wirklich, dass die Bewohner der östlichen Landschaft freundlicher sind als die Pokémon, denen wir gerade begegnet sind. Irgendwann finden wir dort dieselbe Person und hoffen, für mindestens einen Tag eine Bleibe zu finden. Nach einer langen Wanderung durch diese karge Wüste konnten wir sie nicht ohne Pause ein zweites Mal durchqueren. Wir gingen stundenlang hinein, bevor es dunkel wurde. Wir wissen, dass es schwierig sein wird, nur nachts zu reisen, da es hier kein solches Licht gibt. Also wird es außer den hellen Sternen kein Licht geben. Außerdem wird die Temperatur auf ein paar Grad sinken. Das ginge ja noch. Sodass wir uns entschieden haben zu campen. Wir haben die perfekte Reise für heute gemacht. Wir müssen hier unser Zelt aufbauen. Nun, dem stimme ich zu, aber haben sie eine Idee wie das geht? Diese Frage hat meinen Plan umgedreht, wie ich hoffe, dass Shinox nach seiner Analyse verstehen wird. Das wäre in Ordnung, natürlich hoffe ich, dass sie wissen. Was machen wir als nächstes? Es ist so kalt ohne ein Zuhause. Wir haben beide darüber nachgedacht, als Shinox die Idee hatte. Warte, du hast ein wenig Gesundheit angesammelt, wenn wir das wilde Pokémon treffen, nicht wahr? Ja, immerhin. Wie lange wird uns die Abteilung sonst sofort helfen? So können wir wenigstens aufwärmen, meinst du nicht? Obwohl ich die Filiale aus einem anderen Grund schloss, wusste ich, dass wir nicht viele Möglichkeiten hatten, wenn wir den Tod nicht einfrieren wollten. Ah. Ich nahm einen Teil der Sektion, wollte die anderen für den Rest der Nacht retten und Blitze. Sie fingen an zu brennen. Es ist ein loderndes Feuer, das immer noch brennt und das ist jetzt das Wichtigste. Trotzdem fiel es mir schwer einzuschlafen. Es muss zum Beispiel eine Stunde her sein, dass ich zu Bett gegangen bin, als ich eine Stimme hörte. Bulbi, bist du noch wach? Kannst du nicht genauso schlafen? Ja sicher, ich versuche nicht zu schlafen. Es ist so lustig, warum fragst du, ob ich wach bin? Ja öffne deine Augen! Ich weiß nicht, wonach Shinox sucht, aber als ich meine Augen öffnete, fand ich es. Inzwischen ist die Dunkelheit komplett verschwunden. Die Bohnen haben mir also etwas Falsches gezeigt. Dieser Ort spendet auch Nachtslicht, von den Berglichtern, die am Himmel sind. Wow, Nordlicht! Ich glaube, es gibt nur eine solche Spezies in der antiken Mythologie. Hot Take, ich bin kein Experte, aber... Ich bezweifle, dass man Nordlichter als Spezies bezeichnen kann, bzw. Polarlichter heißt's. So viel mehr dazu auf unserer Reise. Es gab einen Moment der Stille. Ich dachte einen Moment nach, Shinox hat das auch entdeckt. Alles? Du bist nicht sehr gut. Ja nun, leise und ich weiß immer noch nicht, ob es klug ist zu reisen oder nicht. Ja, aber wir waren Teil einer kleinen Bedrohung. Wir sind beide schwach. Unser erster Test vor langer Zeit war das Überleben in den endlosen Wüsten der kalten Wüste. Ich... Ich glaube nicht, dass wir dafür stark sind. Wer wäre, wenn wir diese Gegend wieder verlassen würden? Unsere Reise könnte zu Ende sein. Und wenn nicht, wenn Raum und Zeit zusammenkommen, sind wir sowieso am Ende. Denken Sie daran. Unsere Betrüger werden auf dieser Reise bestraft und der größte Fehler ist, an unserem Erfolg zu zweifeln. Es muss einen Grund geben, uns für diese Reise zu wählen. Ich weiß, dass er recht hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Aber zumindest kann ich jetzt schlafen. So, das war Kapitel 1. Ich will kurz anmerken, dass das eine Zitat, das da gerade gefallen ist. Ähm, wenn Raum und Zeit zusammenkommen, sind wir sowieso am Ende. War ein bisschen arg akkurat, muss ich sagen. Wer das Finale kennt, weiß, was ich meine. So, Folge 2 bzw. Teil 2. Jetzt auch mit ein bisschen mehr Motivation und der Möglichkeit, ein bisschen lauter zu reden. Also, lasst uns gleich anfangen. Es sieht so aus, als sei das Kapitel ein wenig länger. Kapitel 4... 14? Ja, ich bin heute zu behindert anscheinend. Das ist eine 4. Kapitel 4, Vergessene Stürme. Am nächsten Morgen begann mich ein Sturm aufzuwecken. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass du eine riesige Windmühle bist. Was? Kann ich mich nochmal umentscheiden und das jetzt doch nicht aufnehmen? Dies wird unsere Reise erschweren und Scheinux sofort wecken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bald setzten starke Regenfälle ein. Es ist nur ein paar Meter lang und ist kühler als so oder so. Außerdem ist unsere Reise schwieriger, weil der Wind, der auf uns zukommt, das Rennen erschwert. Nach einer Weile wusste ich nicht mehr, ob wir uns vorwärts oder in die richtige Richtung bewegten. Auch wenn wir unterwegs sind, werden wir lange brauchen, um die Stadt zu erreichen. Lange keine Ausgänge gesehen. Darf ich anmerken, dass ich gerade lore-technisch komplett desorientiert war und irgendwie gedacht hab, Seemobs wär schon längst im Team an dem Punkt und keine Ahnung hatte, was gerade abgeht. Ich hab's jetzt auch mal gerallt. Ich habe versucht, aus diesen Gedanken herauszukommen und eine Weile mit Scheinux zu sprechen. Was mir an einer solchen Reise im Sturm gefallen hat. Du Scheinux, wegen des starken Regens. Erinnert dich überhaupt alles an Geschichte? Geschichte? Ne, er war frustriert. Geschichte? Von was für einer Geschichte sprichst du? Zum Glück weiß ich von dem Aufsatz nicht viel, weil ich weiß, dass ich ihn von niemandem will. Nun, die einzige Geschichte selbst handelt von einem Mann, der ein Pokémon wurde wie Günther. Der einzige Mann war dieser Riolu. Er hatte es vergessen und suchte im Inneren nach Rettern mit Hydropie, da er ein Mensch war. Für die Katastrophen, die sie getroffen haben. Neben dem Eisberg trat starker Regen auf, der ihre Reise offensichtlich behinderte. Ich muss nur daran denken. Das sind gute Neuigkeiten. Aber erinnerst du dich noch daran, wie sie aus dieser Situation herausgekommen sind. Übrigens, äh, Fun Fact. Am, also an dem Zeitpunkt hatte man glaube ich keine Ahnung, was das soll, aber... Gerade so jetzt, wo die Lore rum ist, auch in Dark Reis Chroniken, bald wird das nochmal Wort für Wort gesagt. Ähm, tatsächlich sind Hydropie und Olaf als Riolu ja die Protagonisten von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Blau, worauf hier auch angespielt wird. Ähm, so, wo war ich grad? Ich hab grad keine Ahnung, ob ich den Satz schon hatte. Das sind gute Neuigkeiten, aber erinnerst du dich noch daran, wie sie aus dieser Situation herausgekommen sind? Das wird uns jetzt wichtig sein. Vergiss es, die ganze Zeit unterstützt die... Vergiss es, die ganze Zeit unterstützt uns die Team Blau Geschichte nicht mehr. Es war Pokémon, das dich gerettet hat. Das kann für uns schwierig werden, weil niemand hier ist. Außer... Ich werde weitermachen, nachdem... Nachdem ich suspendiert wurde. Also, sorry, irgendwie bin ich grad zu unfähig normal zu lesen. Ich weiß nicht warum. Ich hab heute schon... Vier Stunden Video aufgenommen. Daran könnte es liegen. Nein, wie wir in diesen Geschichten wissen, ist Pokémon der Gaste, der uns rettet. In der Zwischenzeit tue ich es, denke an nichts in mir und helfe ihm aufzustehen, damit wir vorwärts kommen können. Aber wenn wir runter gehen, langsam. Wir insbesondere... Scheinux langsamer. Aber ich höre nicht auf und finde es schlimmer. Satz.png Scheinux, was ist los mit dir? Geht es dir gut? Eigentlich nicht. Trotz allem lassen wir uns nicht entmutigen. Es muss... Es hat diesmal geschneit. Diesmal um nicht wieder aufzusteigen. Da ist es uns einfach aufgefallen. Es hat keinen Sinn, so weiter zu machen. Ich würde sagen, wir werden aufhören, bis du geheilt bist. Bis der Sturm schlimmer wird, werden wir ihn ertragen können. Und jetzt sind wir also gezwungen, uns auszuruhen. Wenn wir mit der richtigen Entwicklung weitermachen wollen, wird die Stadt noch einige Tage am Stück da sein. Aber um einen globalen Feiertag zu haben, brauchen wir ein Feuer, sonst werden wir zu Tode gefroren. Ich habe ein paar Zweige gebrauchsfertig gemacht. Können sie Scheinux noch feuern? Okay, ich entlasse ihn, warte, ich hole den Skript drauf. Ha, Comedy. Es verschwendete eine relativ kleine Menge nicht reagierender Energie, aber in der Abteilung wurde ein Stromgenerator installiert. Sie konnten zu dieser Zeit kein gutes Licht erzeugen, aber immerhin waren sie schwierig, die Zweige am Brennen zu halten und so das Feuer zum Brennen zu bringen. Das sollte reichen, um nachts zu leben. Aber am nächsten Morgen war die Situation alles andere als ideal. Der Sturm ging danach ohne Pause weiter. Offensichtlich war Scheinux immer noch schlecht. Dann soll er mal besser werden. Wir haben noch mehr zu tun. Wenn wir nicht aufhören zu laufen, werden wir uns in der Oststadt nicht wiederfinden. Also müssen wir weitermachen, ob wir wollen oder nicht. Wir wollen nicht. Ich danke für die Info. Wir haben schlimmere Fortschritte gemacht als je zuvor. Scheinux konnte nicht auf den Beinen stehen und dieses Mal versuchte er nicht einmal es zu verbergen. Damals wusste ich, dass ich bald eine Entscheidung treffen musste. Es dauerte nur wenige Stunden, bis es fiel. Dieses Mal hörte er auf, sich schnell zu bewegen. Das überraschte mich nicht, aber ich weiß, dass ich gerade ein großes Problem habe. Scheinux ist frustriert, dass es sich nicht neu gruppieren kann. Ich habe also zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde es tragen oder ich würde versuchen, ohne Hilfe ins Dorf zu gehen. Oder ich würde erwarten, Pokémon vor dem Dorf zu treffen. Oder ich lasse Scheinux hinter mir. Ich bin alleine sehr schnell und habe immer noch genug, um in diese Stadt zu kommen. Aber wenn ich das tue, wird Scheinux... Ich hatte offensichtlich keine andere Wahl. Schließlich hatte ich keine andere Wahl. Ja. Die Begründung sitzt. Ich kann Scheinux nichts vormachen. Das Wichtigste ist, dass er seitdem mein bester Freund und Partner ist. Oder ich werde diese Art von Reise mit ihr sehen oder sie wird es nie geben. Ich plane dies von Beginn der Reise an zu tun. Ich verstehe nicht, was diese Sätze mir sagen wollen, sollen, können, essen. Tatsächlich war es anfangs etwas schwieriger, als ich dachte. Scheinux ist kleiner, als es ist. Aber ich kann schneller laufen, als wir beide. Was?! Ahhhh... Ich verstehe immer noch kein Wort. Wie auch immer, ich muss heutzutage ein wenig Zeit haben, weil es mir am Ende immer noch schwer fällt, das Pokémon aufzuheben. Jedenfalls rührte sich Scheinux nicht im Schlaf und ich wusste, dass sie es nicht tun würde, bis ich in die Stadt kam und Hilfe bekam. Da kam mir der Gedanke. Was wäre, wenn die Einwohner dieser Stadt nicht so freundlich wären wie die Res... Ne, wie die Westler. Was ist, wenn die menschliche Seele nicht in der Lage ist zu helfen? Aber ich sagte mir, dass zumindest Pokémon das zu unserem Team gehören würde, an unserer Seite stehen sollte. Es sei denn, er kam nach Westdorf, weil er sich weigerte, der Gruppe beizutreten. Weil er die Zukunft einer riesigen Welt nicht wollte. Irgendwie wusste ich, dass uns jemand helfen würde. Aber in den extremen Stürmen wurde ich langsam durch Einsamkeit und Anstrengung entmutigt. Ich hatte noch einen Ausflug zum Schnuppertag vor mir. Ich weiß es sehr gut. Nur ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Plus Schlaf ist nicht meine Wahl. Ohne Scheinungs kann ich das Licht nicht anmachen. Also wohl unterbelicht... Aham. Also sterbe ich, wenn ich lange lüge. Also mache ich so schnell wie möglich weiter. Nach zwei Stunden esse ich unter anderem meinen letzten Leib Brot. Ohne sie wie den Pokémon Baum würde ich schnell unter der Kälte leiden. Natürlich hatten wir uns für unseren Ausflug in die Stadt gut versammelt. Auch wenn es lange gedauert hat und ich diese 20 Stunden der Akzeptanz und des Genuss ertragen musste. Es ist kein Gefühl, was wirklich unmöglich ist. Ich bin mehrmals gelaufen. Aber die letzte Bremse funktioniert jetzt nicht mehr. Meine Beine tun weh. Jedes einzelne wird härter. Und ja, das Geräusch habe ich patentiert. Der Wind, der damals wehte, hat auch mich verwüstet. Es dauerte also nicht lange, bis ich weitermachen konnte. Das ist doch ne gute Sache. Ich versuchte zu rennen, aber meine Beine waren ein wenig steif. Ich bin in den Schnee gefallen und es tat sehr weh. Ich verstehe, was in diesen Tagen passiert ist. Scheinux, es tut mir leid. Ich habe nicht lange durchgehalten. Überraschend lange. Hä? Wir wurden auserwählt, die Welt wiederzubeleben und sind vor langer Zeit in die erste Krise gefallen. Vielleicht sind wir nicht diejenigen, für die uns der Überlebende gerufen hat. Das war Entschuldigung. Liege ich falsch? Bevor ich endlich erkannte, sah ich in der Ferne ein seltsames Bild. Es muss mehrere Stunden gedauert haben, bis ich aufwachte. Ich war im Iglu und das Feuer ging vor mir aus. Es ist immer noch jemand an meiner Seite, das Magikarp-Kuchen in Flammen macht. What? Mopswasser. Unser allerlieblings Walross-Editionscharakter. Mopswasser. Was zum Fick soll das? Scheinbar war es nichts anderes als das, was wir in den ersten Stunden in der Wüste trafen. Inzwischen hat er auch bemerkt, dass ich komme. Also bist du endlich aufgewacht. Ich bin besorgt. Was damals passierte, verwirrte mich noch, als ich mich an etwas Wichtiges erinnerte. Wo ist Scheinux? Und gut. Keine Sorge, er ist an der Seite. Er war immer noch die ganze Zeit bewusstlos, aber es ging ihm noch viel besser. Sie hat hohes Fieber. Er muss sich noch ausruhen, aber es wird ihm bald besser gehen. Digga, einfach ständiger Wechsel von den Artikeln heißt der Scheiß. Ständiger Artikelwechsel. Als ich das hörte, traf mich ein Stein. Ich fing jetzt an unserem Aretha selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir haben uns schon einmal getroffen, nicht wahr? Wie sehen sie uns? Ich war zwei Tage bei dir. Ich habe versucht dich einzuholen. Suchen sie uns? Warum ist das so? Anstatt mir zu antworten, zog er sich mit dem Rücken zum Feuer und sah mich zuerst an. Ihr Name ist Bulby, okay? Wo? Genau wie ihre Freundin Scheinux. Digga, könnt ihr euch jetzt mal fucking entscheiden? Ich starte es einen Moment lang ohne ein Wort zu sagen. Ich habe klar verstanden, was er damit meinte. Dann kam es mir ein wenig entgegen. Ich bin nach Scheinux gegangen, weil es immer unsere Taschen geladen und unsere Fotos abgespielt hat. Kannst du es bitte eine Weile halten? Er sieht benommen aus. Widerspricht aber nicht. Naja, wieso? Er hielt inne, als sich das Bild ein wenig veränderte. Einer von ihnen erschien neben einem Foto. Wahnsinn, mein Bild ist so ohne Probleme aufgetaucht. Wie funktioniert das? Das würde ich gerne selbst wissen, obwohl das wichtigste ist, wenn Pokémon, die zu unserem Team gehören sollen, dieses Foto berühren, das Foto erscheint. Dies ist sozusagen der Beweis dafür, dass Pokémon dafür ausgewählt wurde. Dies ist wie folgt erklärt. Willkommen in dieser Gruppe. Wie heißt du genau? Jetzt kommt der Satz, den keiner von euch bereit ist zu hören. Ich bin Simpops. Was? Was ist? Was soll das sein? Du kommst aus der östlichen Stadt, nicht wahr? Ich denke dort auch nicht an Pokémon, also denke ich nicht an sie. Ist es okay, wenn die anderen da sind? Auch wenn jemand da sein muss. Zum Beispiel deine Verwandten. Ich habe schon lange keine Verwandten mehr. Nein! Ich bin einer der Gründe, warum ich für diese Reise ausgewählt wurde. Sick, also willst du jetzt sagen, wenn du nicht da wärst, wärst du nicht für die Reise ausgewählt worden? Glaube ich sogar. Weil ich nichts habe, was mich hier hält. Ich wollte nicht gehen, im Gegenteil. Was jetzt? Er betrachtete das Licht. Ich habe immer davon geträumt, hier wegzugehen. Lesen wir das noch einmal langsam durch. Ich wollte nicht gehen, im Gegenteil. Er betrachtete das Licht. Ich habe immer davon geträumt, hier wegzugehen. Seht ihr das Problem? Ich tue es definitiv. Man weiß nie, wie glücklich ich war, als meine Stimme mir im Traum sagte, was mein Beruf war. War. Glücklich ich war, als meine Stimme mir im Traum sagte. Ne. Apropos in meiner Stimme. Ich erzähle ihr ein bisschen, sobald du ankommst. Ich selbst weiß nicht, warum es mir überraschend und frustrierend vorkommt. Wirklich? Haben sie Informationen vom Überlebenden erhalten? Bei Bedarf vormerken für unsere nächste Reise. Was genau hat er erklärt? Äh, du hast diesen Kampf gewonnen, obwohl alle Kämpfe gerade erst begonnen haben. Ich habe es mir ganz genau angeschaut. Was siehst du auf der Straße? Er hat das gesagt. Ich sagte ja, ich verstehe nicht. Er versteht es wirklich. Also alle zwei Zeilen widerspricht sich die Handlung hier gerade selber. Vielleicht machen wir eine andere Art von Pokémon, als ich dachte. Nun zu einer anderen Reise. Ich denke, sobald Scheinux veröffentlicht wird, veröffentlichen wir das schnell und in Echtzeit, okay? Nun, wir sollten einen Blick darauf werfen. Der Weg zum Strand wird auch noch Zeit brauchen. Nein, nein, ich habe lange gebraucht dich alleine zu sehen, weil du unglaublich schnell gelaufen bist. Wir sind in Westdorf. Außerdem kann ich erstmal nichts sagen. Also drehen wir uns immer auf meine Kosten aus einem Grund um. Sind bald voller Blödsinn und ein bisschen anders. Braucht ihr Lebensmittel? Ich habe viel zu Hause und weiß nicht, ob ich jetzt wieder zurückkomme. Inklusive allem. Anfangs war ich verwirrt. Trotz alledem habe ich mich über sein Geschenk gefreut. Da wir am Anfang mit mehr als zwei Pokémon eine kleine Mahlzeit finden konnten. Ja, das wäre sehr nützlich. Kannst du schnell etwas tun? Schließlich ist es von hier in deine Heimatstadt etwas länger. Nur er scheint glücklicher zu sein als ich. Du kannst hier bleiben, geh in den Schnee und ich suche keinen Tag. Ich fahre jetzt ab. Was ist daheim im Zug gelagert? Das einzige, was ich von meinen Eltern habe. Kapador ist kalt genug. Zum Beispiel 17 Jahre lang ein Pokémon 5 zu liefern. Ich kriege heute wieder einen Breakdown von diesen Sätzen. Hilfe, save me. Ich hatte lange Zeit Angst, dass ich sie verlieren würde, weil sie langsam anfing zu gehen. Bei alledem überrascht es nicht, dass sie schließlich seit Generationen im Familienbesitz sind. Jetzt weiß ich alles, was ich nicht kontrollieren möchte. Ich habe nie wieder ein Pokémon gesehen. Und der Hinterkopf ist ekelhaft. Und der Fisch kann Jahrhunderte alt gewesen sein. Aber bevor ich die Chance hatte, mich zu verteidigen, es nicht zu haben, war es weg. Wir haben uns noch ein paar Tage ausgeruht und Iglu gemacht. Xenux ist wieder gut. Wir haben ihm alles erklärt. Er scheint in kürzester Zeit gut mit Xaymobs als neuem Partner zu interagieren. Was die Sache einfacher machte. Nachdem ich endlich wieder unterwegs war, verließ ich das Iglu zum ersten Mal nach all der Zeit. Der Sturm bedeckte die Sonne und schien vom Himmel. Das ist meistens am Anfang, wenn ich aus dem Iglu komme. Das ist sehr heiß. Sehr schön. Aber das wird uns nicht aufhalten. So konnten wir uns endlich auf den Weg machen und den ersten Schritt machen. Unsere Reise geht in diesen Tagen mit drei Personen weiter. Bei der Entwicklung des Waldgebiets. Können wir drüber reden? Dass Xaymobs Name dreimal gefallen ist und dreimal komplett unterschiedlich war. Wir hatten Mops Wasser, Simpops und Xaymobs. Und keiner davon war richtig. Ja, Like und oder Abo dalassen. Ich sag jetzt schonmal, es ist möglich, dass die nächste Folge nicht in time kommt, weil ich im Urlaub bin. Aber wir werden's sehen. Bis bald und tschö mit ö. Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3. Aber dumm. Wir sind heute bei Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3. Aber dumm. Dankt mir später. Kapitel 5 Führen sie ein Gespräch. Nachdem wir eine Weile mit einem anderen Schiff segeln, ändert sich die Atmosphäre wieder. Für mich wurde Scheinux wieder sicherer und ich konnte endlich aufhören, meinen Schal die ganze Zeit zu benutzen. Seemops scheint zu gefallen. Die Übersetzung liegt nicht an uns. Was trotz allem zu stimmen scheint. Er ist ein cooles Pokémon. Versteht ihr? Cool, weil... Eis. Auf die Geräusche habe ich ein Patent. Und hat die Arktis in seinem Leben noch nicht verlassen. Es interagiert gut im Winter, aber jeder andere Weg ist für ihn noch eine Überraschung. Trotzdem scheint er keine großen Probleme zu haben. Scheinux versuchte trotzdem ihm zu helfen. Zumindest war ich es. Es kann auch gut sein, ein wenig Spaß mit ihm zu haben. Sein Rat ist, dass C-Mobs wie ein Schal wirken kann. Erstens, what the fuck ist dieser Satz? Und zweitens, Glückwunsch. Wir haben jetzt insgesamt fünf verschiedene Namen für Seemops gehabt. Einer war sogar richtig, aber die anderen vier tatsächlich nicht. Was bringt mir der Schal bitte? Mir ist heiß und nicht kalt. Wenn Scheinux es wirklich ernst meint. Abgesehen davon ist unsere Reise friedlich. Wir haben unsere Freizeit genutzt, um in meinem Notizbuch alles über die Ozeane zu erklären. Jedes Mal hörte sie aufmerksam zu. Und schien die Geschichten sehr zu genießen. Ich persönlich fühle mich jedes Mal sehr wohl, wenn ich das Buch sehe. Wenn ich dachte, es wäre ein Mythos, würde ich es lieben. Aber zu wissen, dass es alles wirklich passiert ist. Zum größten Teil waren wir mitten in einem Floink-Film. Wahrscheinlich die dunkelste und traurigste Geschichte, die ich je gelesen habe. Also Leute, geht ihr auch immer Filme lesen im Kino? Hm. Deswegen gehe ich nicht ins Kino. Ich kann nämlich gar nicht lesen. Was ist heute los mit mir? Ich mache den Bullshit, der hier auf dem Papier steht, nicht besser. Außerdem war ich von schrecklichen Warnungen gequält worden. Ich weiß, dass ich viel über meine Sorgen über die dunkle Seite gesprochen habe. Aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Es war das Ende unserer Reise. Denn das Problem war, am Ende beider Geschichten spricht der Erzähler auf diese Weise, wie der Held der Reise so gut spricht, dass, so heißt es, immer verschwindet. Frage ist, wird das Schicksal auf mich treffen? Kann diese Reise nach der Hälfte meine letzte sein? Aber ich behielt meine Sorgen für mich. Ich möchte nicht, dass sich das Addon unnötig Sorgen macht. Interessant. Ich war auch nicht überzeugt, dass ich gehen sollte. Aber wenn doch, was würde Scheinux tun? Und was kam mir bei diesen Gedanken in den Sinn? Wenn ich nicht gehe, wie werden wir am Ende dieser Reise sein? Werden die anderen nach Hause zurückkehren? Aber für uns selbst schien das unsere erste Mannschaft, Seemobs, nicht wirklich zu wollen. Heute, während ich dies schreibe, weiß ich, wer zurückkehren wird und wer nicht. Aber ich denke nur. Ich dachte selber, der Satz geht weiter. Aber nee, nee, der endet da. Äh, aber ich denke nur. Und erwarte nicht zu viel, denn jeder denkt, dass eine solche Geschichte in der gleichen Form endet. Jemand beschließt, Komma zurückzugehen und jemand in deiner Karriere andere darin zu belassen. Lass uns das nächste Mal immer wieder. Ich habe das Gefühl, je weiter in die Geschichte wir kommen, desto weniger Sinn machen die Sätze. Außerdem war es nicht nur mein Grund, sondern auch ein Verlust. Mit ein wenig technischer Hilfe von Seemobs, wie Sie wissen, Scheinux, fragen Sie mich bitte nicht, wie man eine Maschine baut, die Schall in Wellen umwandelt. Äh, sorry to tell you, aber Schall, das sind schon Wellen. So waren wir schließlich lange Zeit auf dem Schiff, weil es für die Reise zu schwer war, Abra zu kontaktieren und damit unser Versprechen an die oberste Gilde zu erfüllen. Scheinux scheint so stolz auf seine neueste Innovation zu sein und sieht toll aus, als wir es zum ersten Mal getestet haben. In der Zwischenzeit will Seemobs auch, wenn er unsere Teammitglieder nicht kennt, sich selbst davon überzeugen, ob sich seine Hilfe gelohnt hat. Hallo Abra, kannst du mich hören? Seemobs schläft unterdessen. Wir bekommen immer wieder neue Namen. Scheinux testet 57 Wellen, um Abra zu erreichen. Zumindest kann er jetzt glauben, dass sein Produkt funktioniert, weil er ein oder zwei Pokémon gefangen hatte, die es nicht sind. Auch vom Untergang von Scheinux. Äh, jetzt spoilern doch nicht die Wahl, was er nicht sehen. Auch gibt es keine Stimme. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe, denn es ist frustrierend zu sehen, wie Scheinux jeden Thread repariert. Verdammt, warum kann ich mich nicht melden? Ich habe es jetzt fast versucht. Okay, okay, dann weiß ich echt nicht, warum es nicht funktioniert, wenn er es schon fast versucht hat, Leute. Aha, damit kann ich relaten. Äh, wo war ich hier? Es funktionierte. Die Maschine funktioniert. Hallo? Können Sie mich hören? Welche Maschine? Ich habe das Wort ergriffen. Es tut mir leid, Abra, wir sind es wirklich. Scheinux hat eine Maschine geschaffen, um sie zu erreichen, damit wir unser Versprechen erfüllen können, sie regelmäßig zu kontaktieren. Jedenfalls würde es mich überraschen, wenn sie noch von dieser Tageszeit träumen. Ich lachte und sah die Mittagssonne auf das Meerschein. Aber anstatt zu lachen, reagierte Abra wütend. Nicht ich, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber es war 2 Uhr morgens im Zug. Habe mich gerade geweckt. Oh, es ist nicht Zeitverschiebung, da ist etwas, sorry. Aber wenn sie wach sind, können wir ihnen trotzdem gleich sagen, warum wir anrufen. Abra klang unaufhörlich. Passendes Wort auf jeden Fall. Gehen sie voran, damit ich morgen früh alle Bescheid geben kann. Scheinux übernahm meine Position. Wir brauchen uns nur zu kontaktieren, weil wir es versprochen haben. Wir sind noch relativ sicher. Wir sind noch aus der kalten Wüste raus und jetzt haben wir den endgültigen Beweis, dass alles nicht nur ein Traum, ein Spiel oder so etwas ist. Ihn. Wir haben unseren ersten Freund gefunden. Seemobs. Ist an der Maschine angekommen. Hallo, ich bin Seemobs. Ich habe keine Ahnung, ob man meinen Applaus hört, wenn der Name da richtig steht. Abra sah plötzlicher aus als zuvor. Wie sieht man plötzlich aus? Hast du jemanden gesehen? Und wo bist du durch die arktische Eiswüste gereist? In der Arktis. Spoiler-Alarm. Alles macht tatsächlich mehr Spaß, als ich dachte. Sag es mir ohne Zweifel und später. Ich erzähle allen davon während des Meetings morgen früh. Dann sei stark bei deiner Reise. Die Straße führt zum Dschungelgebiet, okay? Genau, wir sehen uns bald und er hat gut geschlafen. Die Wanderung durch den Dschungel dauerte weniger Zeit als zuvor, um die Arktis zu erreichen. Wir sind zum Beispiel eine Woche gereist, bis der Boden frei wurde. In der Zwischenzeit, als ich mit Abra sprach, hatte die Reise selbst noch nicht stattgefunden. Was? Ach so, okay Leute, also... Nur damit das jetzt keine Verständnisschwierigkeiten gibt, ne? Die Geschichte beginnt jetzt erst. Die Reise hat vorher noch nicht stattgefunden. Das heißt, diese letzten... Diese letzten Folgen hier. Die letzten zwei ganzen Folgen und diese neun Minuten bis hierher. Die habt ihr euch nur eingebildet. Nehmt mal weniger Drogen. Dann bildet ihr euch nicht mehr irgendwelche Videos ein. Und allgemein mich in meinem Freundeskreis ist bekannt. Ich bin nur eine Einbildung von jedermanns Drogenfantasien. Das heißt, wenn ihr nicht alle koksabhängig wärt, dann wäre ich gar nicht da. Seht ihr? Selber Schuld. Ähm... Hier. Als wir endlich ankamen, wartete jemand auf uns. Seemobs schauen jetzt nervös... Warte. Seemobs. Schauen jetzt nervös nach oben. So etwas hatte er noch nie gesehen. Vor uns liegt, wie der Name des Kontinents vermuten lässt, ein großer Wald. Nur ein paar Vulkane stoppten ihn. Natürlich hat der Mensch nichts außer ihn auf dem Baum gesehen. Shinox und ich gingen zu Pokémon, das regelmäßig unsere Ankunft überprüft. Es ist eine große Bedrohung. Well, that's actually true. Da kann man nichts gegen sagen. Weil für die, die gerade das nicht mehr ganz im Kopf haben, das ist Groudon. Groudon, der sich in der Valros Edition 3 erst als Teammitglied ausgegeben hat, aber dann herausgestellt hat, well... doch nicht. Ein großes rotes Tier. Aber es sieht immer noch gewalttätig aus. Bevor wir über die Sammlung sprechen konnten, wurde dieses Pokémon interviewt. Sie zwei. E-Bulbi und Shinox. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. S-H-I-N-O-U-X. Mhm. Ja, sind wir. Woher kennen wir unseren Namen? Das ist eine weise Frage. Die Stimme klang in meinem Traum. Dieses Mal hat uns unser Team wirklich willkommen geheißen. Wirklich? Das ist perfekt. Dann sollten wir auf keinen Fall hier sein. Was? Warum nicht? Aber wir können weiter ins Inselgebiet. Überraschenderweise antworteten die erstaunlichen Seemobs und Pokémon gleichzeitig... Warte. Die Seemobs. Ich werde das jetzt jedes Mal durchziehen. Und Pokémon gleichzeitig. Nein. Seemobs erklärte uns, weil... Sie wissen es zum Beispiel nicht. Wir werden auf diesem Kontinent für etwas kämpfen, das sich Rock Volcanic nennt. Wir wissen nichts davon und zittern beide. Aber wo ist dieser Stein? Ich wohne in dieser Höhle. Ist es wirklich der richtige Weg? Könnte es sein, dass wir während ihres Aufenthalts durch den Tunnel in ihre vier Wände gewandert sind? Vielleicht, vielleicht. Es mag solide sein. Es wird... Es wird den Schutz nicht allein lassen. Dieser Felsen organisiert alle Vulkanausbrüche auf dem Kontinent. Ich schlage vor, wir gehen auf die Straße. Ich erzähle ihnen von mir. Als Pokémon unser Team im Dschungel anführte, hat er uns schon einige interessante Dinge darüber erzählt. Also erst einmal wichtig. Mein Name ist schön. Okay. Danke für die Info. Wie heißt du jetzt? Aber ich muss sagen, ich stimme zu. Groudon ist ein sehr cooler Pokémon-Name. Der rollt so richtig schön von der Zunge so. Wenn man nicht gerade Grudon sagt. Aber so Groudon. Geiler Name. Uralt habe ich den Vulkan einmal erforscht, bis dieser Stein entstanden ist. Da ist was drin. Ich muss für mich arbeiten. Ich habe Zeit, etwas zu tun sonst. Das wäre schlimm. Aber ich denke, du hast keine andere Wahl, als dir zu folgen. Organisiere. Sie sind die wichtigste Kombination von allem. Sie berühren alles auf natürliche Weise. Weißt du, warum du auserwählt wurdest, bei uns mitzumachen? Jetzt. Urrrr. Ich weiß nicht was. Genau. Aber ich denke, wegen meiner reinen Energie. Ich kann mir selbst... Ich kann mir selbst helfen für mich. Dass ich ihn auf keinen Fall unser Bild posten lassen konnte. Ich habe nicht viele andere Pokémon gesehen, als wir den Wald durchquerten. Die verschiedenen Leute, die ich sah, packten in dem Moment, als sie uns rennen sahen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Aber andererseits würde ich, wie ein wildes Pokémon, nicht anders reagieren, wenn ein Biest wie Groudon an mir vorbeigehen würde. Bald erreichten wir den Grund des Vulkans, den wir so oder so vom Ufer aus sahen. Von hier aus wirkt dieses Monument jedoch dramatischer als das Entfernte. Erst vor kurzem haben wir die Größe der Mono... Haben wir die Größe der Größe gefunden. In der Ferne sehen wir die Lava aus dem Tal aufsteigen und langsam in der eisigen Bergluft vertrocknen, bevor sie den Rand der Grube verlässt. Gruden bemerkte unsere Gunst und benutzte sie, um es zu zeigen. Ich habe diesen Berg schon viele Jahre zuvor vom Anfang der Welt erwähnt. Vor der Erschaffung des Felsens. Jeden Tag muss ich wachsen. Und eines Tages wird es der höchste VULKAN der Welt sein. Das habe ich so betont, weil Vulkan in Caps Lock geschrieben war, der ganze restliche Text nicht. Das wird gleich weiter so gehen mit solchen Wörtern. Deswegen, wenn ich etwas brülle, steht das da in Caps Lock. Der Originaltext vom ersten Groudon Treppen war alles in Caps Lock übrigens. Deswegen ist sowas passiert. Wo von hier aus erhebt sich dieser Felsen? Er ist auf einer kalten Lava gebaut. Lange nicht gesehen, wo die meisten VULKANO sind gefährlich. Wenn ein Unternehmer inspiziert, was in Form der stärksten Akzeptanz geschieht, wird die gesamte Region verkaufen. Das Igbo wird zerbrechen. Der Einfluss eines anderen menschlichen Wesens. Von dem man den Komfort glaubt. Der Blumen der Erde und ihrer Zweige. Beziehungen werden für die Waldbewohner eine Katastrophe. Wir waren alle still. Anscheinend hatte Seemobs... Die gleiche Idee von mir. Er hat sie nur angesprochen. Aber wenn Vulkanausbrüche die Arbeit der Vulkane dominieren, gibt es dann keine Möglichkeit Checks loszuwerden, wenn wir sie nehmen? Und das Teil wird danach platzen? Laut Scheinux hat er die gleiche Idee, aber Gruden versichert uns. Jawohl. Nun, da wir angekommen sind und alle zustimmen, machen wir uns auf den Weg zum Zentrum des Vulkanes. Mitten in einem kleinen Tunnel. Mitten in der Grudenhöhle. Und dann geht es für euch gleich weiter mit Kapitel 6. So. Kapitel Nummer 6. Direkt weiter für euch. Neuer Tag für mich mal wieder. Kapitel 6. Waldläufer. Ich habe den Kampf voll und ganz verstanden, als wir uns von Groudons Problem auf den Weg durch den Tunnel machten. Als er ihn durchquerte. Wahrscheinlich fällt es mir schwer, dass keiner von uns große Pokémon ist. Außerdem sind wir zu jung. Seemobs haben ein bisschen von unserer Funkstation. Ah sorry, von unserer Frustration. Das macht viel mehr Sinn. Der Kanal scheint zu passen. Er ließ sich nach vorne fallen, ohne die Wand zu berühren. Wie auch immer, wir bleiben nicht lange oder länger. Nur ein paar Minuten. Als wir das Ende des Kanals erreichten, fielten wir an einem großen Raum. In der Mitte befand sich ein Pool aus Lavablasen. Manchmal platzten Blasen auf und zerstreuten sich. Man kann laufen. Die Straße ist nicht so klar. Yes. Sie hatte viele Löcher und schienen nicht aufrecht zu stehen, anstatt in der Lava zu schwimmen. Viele Schnecken krochen an den Wänden entlang, aber zum Glück waren sie sehr ruhig, als sie uns sahen und kämpften nicht. Auf der anderen Seite des Sees verläuft eine weitere Straße. Aber vor allem gab es für mich ein großes Problem. Wieder war mein Glück während unserer Reise weg. Tatsächlich war es wie beim Pokémon Baum ein Traum, dass ich zuerst durch eine kalte Wüste wandern und dann tief in einen Vulkan klettern würde. Aber ich hoffe, dass es bei unserer vorherigen Reise, die auch unsere letzte sein könnte, nicht so sein wird. Seemops. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal vergessen. Hilfe. Mir fallen meine eigenen Insider-Jokes nicht ein. Ähm. Wo war ich? Seemops hingegen scheint nicht zu wissen, ob es einen Vulkan als positive oder negative Zone vorfinden wird. Und dies wird intern gesehen. Wie bei Pokémon sind diese Gebiete die meiste Zeit hart, weil sie gleichzeitig stärker und schwächer sein können als zuvor. Wie Wasser-Eis-Pokémon in einem Vulkan. Scheinux hat versucht, das erste relevante Feature zu konfigurieren. Also was denkst du? Wir haben drei Möglichkeiten, uns fertig zu machen. Natürlich können wir nur spekulieren. Ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich werde das überhaupt nicht nach links bringen und ich gehe zuerst. Seemops. Mich juckt es nicht, dass es inzwischen nichts besonderes mehr ist, dass der Name richtig ist. Ähm. Jetzt muss ich immer wieder suchen, weil ich erst das Blatt weglegen muss. Seemops scheint unzuverlässig zu sein. Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Was mich am meisten umbringt. Keiner von uns kommt damit zurecht, in kochendes Wasser getaucht zu werden. Ich denke, es wird schlimmer für dich. Scheinux scheint dieses Gespräch so schwer zu führen wie ich, weil es mich aufgehalten hat. Wird es zu viel in der Lava brennen? Ich sagte, dass ich an dieser Stelle keine Zweifel habe, dass es schlecht ist. Seine Argumente sind logisch. Trotzdem hatte ich immer noch negative Gefühle und beschloss den linken Weg zu gehen. Ich trat auf den ersten Felsen, aber nichts geschah. Ich beschloss... Ähm. Ich sah mich um. Die Sonne umgibt mich jetzt. Diese Tatsache hat es mir nicht leicht gemacht, den nächsten Schritt zu gehen. Ich war schockiert, als mein Stein zu zittern begann, aber zum Glück passierte nichts mehr. Ich ging auf einem anderen Felsen und war frustriert. Die Welt begann mich zu umkreisen. Ich weiß nicht warum, weder durch Strom, noch durch Spannung. Ich konnte die Welt um mich herum nicht mehr sehen. Dann geschah etwas Erstaunliches. Ich sah mich klar vor mir. Ich war links in der Mitte der Höhle. Also... Wo... Wo... Wo jetzt? Links oder in der... Ähm... Wo ich noch stand. Nur dieses Mal habe ich den nächsten Schritt gemacht. Ich sah ihn unter mich fallen, wie der Mittelsmann. Ist das der Cousin vom Mattermann? Mattermann! Ich hörte Schreie von Seemobs... Und Scheinux, aber es war zu spät, um zu helfen. Dann drehte sich die Welt wieder um und stand wieder auf der Straße, die ich vor mir gesehen hatte. Seemux stand dann bei mir und unterstützte mich. Es ist möglich, dass ich Kopfschmerzen habe. Was ist... Was ist das, Bulbi? Bist du gut? Plötzlich fällst du ohne Anstrengung. Erst dann verstand ich wirklich, was passiert war und was ich gesehen hatte. Ja, ja, ich bin frustriert. Scheinux scheint Erleichterung zu haben. Nun, das ist in Ordnung. Bist du sicher, dass keiner von uns Stellung beziehen sollte? Ja, bin ich. Scheinux kehrte zum ursprünglichen Seemobspfad zurück. Ich klatsche nicht, weil das nicht nur Seemobs war. Aber sie warteten darauf, dass ich den nächsten machte. Aber ich habe es nicht getan. T. Das ist einfach nur ein T und ein Punkt dahinter. Ich weiß sehr gut, was passiert ist. Meine Vision ist die Kraft. Ich habe sie vor vielen Jahren entdeckt. Ich habe sie nicht benutzt, also habe ich Scheinux nicht erzählt, dass Hubbelupf es erklärt hat. Ich habe festgestellt, dass diese Kraft ein sogenannter Ausdehnungsschrei ist. Ah! Boah, der Ausschlag sieht wunderschön aus, Riphead von Users. Ähm... Vision aus einer anderen Zeit. Vielleicht habe ich die Zukunft gesehen und der nächste Schritt kommt. Ich wandte mich an meine Freunde. Sie sahen mich verwirrt an. Haben sie schon einmal anders darüber nachgedacht? Sollen sie nicht alle weiter ziehen? Nein, keiner von uns wird diesen Weg gehen. Ich muss richtig. Scheinux sah mich ungläubig an. Okay. Ich passierte den ersten Felsen, trat auf den zweiten Erschütterungen und machte einen harten Schritt auf der Klippe darüber. Der Boden begann zu beben. Bevor ich etwas tun konnte, fiel der Boden. Nur nicht der unter mir. Der rechte und der mittig ins Innere eingebrochene Teil von mir standen auf einem sicheren Felsen. Ah... Ich werde dumm davon, Hilfe. Scheinux und Seemobs... ...kamen ehrfürchtig auf mich zu. Wie hast du das herausgefunden? Bulbi, was? Woher weißt du plötzlich, dass der linke Pfad eine Wunde ist? Hast du es gerade eilig? Bitte warte einen Moment. Wenn wir auf einem anderen Boot sind, erkläre ich es ihnen. Adrenalin und ich zitterten immer noch, als wir den nächsten Raum betraten. Es scheint das letzte seit langem zu sein. Ein Fuß steht vor uns. Auf der Oberseite befindet sich ein leuchtend rotes Material. Um das Fundament herum befindet sich ein Lichtring. Bevor ich etwas sagte, einschließlich allem, hat sich Seemobs aufgestellt. Überlassen sie es mir, dieses Feuer ist für mich kein Problem. Sie atmen ein und der dekorative Weg ist frei. Allmählich ging ich. Ich freue mich auf eine weitere Falle. Aha. Ansonsten ist nichts passiert. Ich hob den Vulkan auf und ging unter die Erde. Ähm... Also, ich mein... Bulbi ist jetzt in der Lore nicht das schwächste Pokémon. Aber ein Vulkan aufheben halte ich dann doch für etwas viel. Die Beschreibung des Kreises auf dem Boden begann in diesen Tagen zu verblassen, bevor die Feuer auftauchten. Ich winkte meinen Freunden zu, um einen Blick auf das Licht zu werfen, bevor ich dies alleine tat. Sobald wir drin waren, hielten wir wieder an der Gruden Cave. Den Vulkan immer noch in meinen Händen, ohne anzuhalten. Die trägt einfach immer noch ein Vulkan mit. Grudon, der anwesend war, war schockiert über unser plötzliches Auftauchen. Du kommst jetzt zurück? Erwartest du wirklich Erfolg? Erstaunlich. Ähm... Das ist das zweite Mal, dass wir einfach nur einen fucking Buchstaben als Satz haben heute im Kapitel. Stattdessen fuhr er fort, mir ein wenig über mein Leben beizubringen. Hüte dich vor jemandem, dem du vertraust. Leute, das ist eine Lebensweisheit. Sonst landet sie bei der falschen Person. Ähm so, jetzt werden wir wieder hin und wieder eingemischte Caps-Log-Wörter haben. Jetzt! Gebt mir die Steine und die Beute meines Königreichs. Ich war nicht der einzige, der Angst vor Grudens plötzlichem Sinneswandel hatte. Was bedeutet es gleichzeitig? Ich glaube, sie wollen uns helfen. Endlich hast du die Stimme in deinem Traum gehört. Ja, ich hörte eine Stimme. Aber nie! Rette deine Erlösung! Ich hörte eine Stimme, die mir sagte, dass sie kommen und mir die Chance geben, ihnen den roten Vogel zu besorgen. Rot ist Gold? Meinst du zum Beispiel Saltines und dergleichen oder? Volcano! Stein der Unwissenheit! Red Pumpkin nennt ihn die Weisheit! Also... Also... Warte! Gerade eben passiert mir ein bisschen zu viel. Also... Also... Bulbi hat jetzt einen Vulkan mit in Grudens Höhle gebracht. Und... Äh... Jetzt stellt sich heraus, dass... Ähm... Gruden hier... Also... Will ihnen einen roten Vogel geben. Der heißt wie ein roter Kürbis. Was? Ähm... So schlecht kann ich alle verloren werden! Das hast du uns schon vor langer Zeit erklärt, aber das wird immer noch so akzeptiert. Das hilft ihnen Zeit für sich zu haben. Es ist auch gut für viele im Team hier. Aber jetzt, wenn du mir diesen Stein gibst, kann ich meine Macht wirklich erweitern. Ich werde Volcano Crater geben und diesen lustigen Dschungel spielen. Ich werde ein Paradies erschaffen, das mir wieder hergestellt wurde. Ich... Mehr dieses Haus mit ihren üblichen Birnen! Ich werde mich nicht ihrem Haufen anschließen! Das ist die Aufgabe eines anderen! Und jetzt gib mir diesen Stein, sonst bekommt ihn jeder, der ihn haben will! Das wäre schrecklich! Was passiert hier? Save me! Ich war nicht der Einzige, der von Grudens Schock schockiert war. Aber was denke ich? Wer? Wer sprach mit Groudon, wenn er kein Überlebender war? Ist es zum Beispiel überhaupt Entschlossenheit? Weiß er von unserer Reise oder sogar das Überleben selbst? Vielleicht will er eine Welt nicht wiederbeleben, aber unsere nutzen? Was ist, wenn er nicht möchte, dass wir in einer kalten Wüste leben? Oh mein Gott, das wäre verheerend. Was zum Fick! Damit wäre auch seine Botschaft von Seemobs... ...an uns bedeutungsvoll. Aber ich habe die Ideen verworfen. Warum sollte er uns in eine Falle locken wollen? Wenn wir nicht auserwählt sind, die Welt zu retten, gibt es möglicherweise keinen Grund für uns, gewöhnlichen Pokémon wie uns zu folgen. Aber ich habe mich hier und jetzt in etwas Neues hineinversetzt, was sein könnte, dass Groudon einen Grund hat, Pokémon wie uns anzugreifen. Aber auch wenn der Krieg eine große Tragödie für uns wird, haben wir keine andere Wahl als zu kämpfen. Wir können nicht zulassen, dass ein Diktator wie Gruden alle Wälder und Bewohner niederbrennt. Wenn es uns nichts ausmacht, wollen wir automatisch rotes Gold wie Watte. Ich habe mein ganzes Vertrauen gesammelt. Ah, das ist in Ordnung. Wenn du wirklich so steinigen willst, nimm es selbst. Der Besitzer des Vulkans. Ein schwer zu gewinnender Kampf. Was nicht passieren darf. Denn was ich persönlich wieder übersehen habe, war, dass unser Feind schließlich kein brennendes Pokémon war. Eine Art Boden. Deshalb ist der Angriff des Baumes so stark. Und das wissen wir nicht, aber jemand anderes. Ranken in den Boden gegraben. Was geschah, als Gruden angegriffen wurde, lenkte ihn ab. Er verlor sofort die Beherrschung. Am Eingang seiner Höhle befindet sich ein Pokémon. Ich glaube, so ein Gerede habe ich noch nie gesehen. Ey, das dachte ich mir bei den Wahlen neulich auch. War der Witz kritisch? War er das? Ich hoffe, er war das. Bevor einer von uns etwas sagen konnte, rief er, Beeil dich, komm mit. Wir werden von hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Wir haben tolle Pokémon gespielt. Unterwegs hatten wir ein kurzes Gespräch mit einem Fremden. Er fragte, ohne sich umzudrehen, ist es okay? Da unser Kampf mit Gruden noch nicht begonnen hatte, mussten wir alle panisch fliehen. Okay, Groudon habe ich schon lange in den Augen. Als ich zum ersten Mal herausfand, dass da etwas war, habe ich nachgesehen. Ich habe dein Bootswrack gesehen. Oh ja, vielleicht sollte ich es genauso zeigen. Mein Name ist Chilast. Ich habe mein Geschäft damit gemacht, diesen Wald zu erhalten. Wer ist drei? Das wüsste ich auch gerne. Steht die Antwort da gleich? Nachdem Scheinux endete, hörte Chilast abrupt auf. Schließlich wandte er sich an uns. Du definierst Scheinux. Sein Gesicht war voller Zuversicht, als er zum ersten Mal unsere Gruppe ansah. Sein Aussehen basiert auf Scheinux. Bist du es wirklich? Wir sahen uns alle an. Warten sie, wie bist du wirklich? Ist es dann verwunderlich, dass auch ich jemand anderes sein sollte? Symobs ist der Anfang von einer von uns herauszufinden, was Chilast bedeuten kann. Warte, wussten sie es von Anfang an? Chilast sah uns viel mehr an als zuvor. Warte, du erinnerst dich zum Beispiel nicht an mich. Mir kommt ein bisschen zu oft zum Beispiel vor, muss ich sagen. Wie kannst du mich ignorieren? Unterbrach ich ihn und tat etwas Bedeutungsvolles. Bitte lass uns auf unser Boot steigen, bitte. Wir können friedlich über alles reden. Chilast, der damals sehr wütend war, hatte etwas Neues veröffentlicht. Hm ja, ich stimme zu, während des Ausflugs. Unser nächstes Mitglied ist... Die Weltgeschichte wiederbelebt. Ich kenne, die Stimme in meinem Traum sagte es mir. Ich dachte immer, du wärst es, als dein Boot ankam. Warte, heißt es, du bist ein Kollege. Das, was übrigens zu Groudons Zeiten eine gute Idee gewesen wäre. Natürlich kam sein Foto auf dem Foto. Es ist auch in Scheinux verfügbar. Also machten wir uns daran, unser eigenes Schiff zu bauen und Segel zu setzen. Am Ende haben wir es trotzdem überlebt. Wir haben wohl Gold mit unserem neuen Freund. Ich war fast arrogant, aber der riesige Lärm, der die Welt selbst zu erschüttern schien, zeigte mir, dass Gruden nicht zu ignorieren war. Und dass wir ihren Edelstein nicht verlassen. Außerdem werden Schillast und ich eine lebhafte Diskussion führen, wie es aussieht. Speziell für Scheinux. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren... Ich hab Nieren. Hi, ich bin der Günther. Ich komm aus dem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Balros Edition in Doom. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Mal gucken, ob heute Seemops Name richtig wird. Mal gucken, wie sehr ich heute wieder verzweifeln werde. Und wie oft zum Beispiel gesagt wird. Legen wir los. Einheit 17 Was einmal übrig bleibt Zurück im Boot, sowie einige Zeit bevor wir unser Gespräch begannen, sah Schillast Scheinux an. Er wusste offensichtlich nicht, was er damit anfangen sollte. Sie sah misstrauisch und verrückt aus. Dann erreichten wir einen Platz, wo wir sitzen und reden konnten. Schillast begann das Gespräch immer noch schlecht gelaunt. Okay Scheinux, ich hoffe du willst mir nicht sagen, dass du mich vergessen hast. Das wird nicht möglich sein. Scheinux stieß eine Beleidigung aus. Ich verstehe, kann ich etwas dazu sagen? Du hast mich nicht zuerst reden lassen. Dieses Mal hatte Schillast Angst, aber ich war ein bisschen nervös. Ich habe Scheinux noch nie so wütend gesehen wie jetzt. Nachdem sie einen Moment innegehalten hatte, fuhr sie fort. Danke, ich habe die ganze Zeit versucht dir zu erklären, dass sie... Äh, wo bin ich? Hilfe, ich kann nicht lesen. Dass ich mich an nichts erinnern kann, was mir passiert ist, bevor ich Bulby gesehen habe. Ist mir in den letzten viereinhalb Jahren nicht passiert. Das heißt, wenn ich dich vorher kannte, dann ärgere dich nicht, aber ich werde es nicht ändern. Zunächst... Viereinhalb Jahre. Ja, und das... Antworten sie. Das heißt, sie sind es. Nach und nach verloren wir die Geduld. Was meinst du damit, dass er wirklich ist? Wer war er damals? Bitte erkläre uns, ohne Probleme, was du sagst, bevor meine Geduldslinie brichtschelast. Oh ja, tut mir leid. Also, um dir eine kurze Geschichte zu erzählen. Wir waren früher perfekte Scheinux-Freunde. Wir haben ein Rettungsteam in der Hubelupf-Gilde aufgestellt. Wir sind schön. Ähm... Wichtige Infos wieder hier. Wir haben die Welt vor der Zerstörung gerettet. Das einzige, was wir tun müssen, ist, dies zu tun, weil wir eine unzertrennliche Gruppe sind. Kein Feind ist stärker als wir. Irgendwie beunruhigt mich der Satz, weil das irgendwie schon aussagt, dass Schellast ein Feind ist. Es ist nur... Ich denke nach unserem Sieg, wenn wir uns verabschieden, gehst du zurück in die Menschenwelt. Wir haben bisher alle gut zugehört, aber Scheinux hat aufgehört. Nimm es ruhig. Du willst mir sagen, dass du und ich aufgehört haben, die Welt und dass ich wirklich ein Mensch bin. Was ich sage, ja, ich weiß nicht, was meine Vergangenheit war. Trotz allem ist es jetzt ein kleiner Mythos, nicht wahr? Ich weiß, das hört sich alles komisch an, ist es aber nicht. Alles passt in das bestmögliche Bild, denn unsere Reise endete vor etwas mehr als viereinhalb Jahren. Aber nach einer Weile bist du vor kurzem ohne Erinnerung aufgewacht. Hätte Hubbelupf ihn danach nicht erwischen sollten? Was ist das für ein Satzbau? Nein, zunächst einmal glauben alle, dass du jederzeit gegangen bist. Und ich glaube, du hast dich nicht mit deinem persönlichen Namen gezeigt, oder? Mein Name ist ein Mensch? Well, nein, Fivehead, dein Name ist ein Name, aber... Was denken Sie? Sie verwenden immer zwei verschiedene Namen. Sie sagen Pokémon ihren menschlichen Namen. Was bedeutet, dass sie ein Mensch sind? Für andere... Für andere sind sie Scheinux. Beeilen sie sich und ignorieren sie zum Beispiel ihren Namen? Wie... äh... Wo bin ich schon da? Wie oft habe ich es gesagt? Ich habe alles vergessen. Okay, verzeih mir. Aber wenn du dich mit Bulby als Leon zusammengetan hättest, hätten sie dich erkannt. Leon haben so viele Titel. Erstens, um Verwirrung zu vermeiden, wenn sie einen anderen Typ treffen. Und zweitens, weil sie die Namen für besser halten. Dieser Samen wird mich zum Beispiel lange halten. Und ich finde, Bulbys Name passt perfekt zu mir. Was? Okay. Das ist Identitätsdiebstahl. Das werde ich zur Anzeige bringen und... Ja. Machen wir weiter. Ich denke, Leon wird auch ein tolles Spiel für dich sein, Scheinux. Persönlich weiß er oft nicht, was er mit allem anfangen soll, was ihm erzählt wird. Ich wäre besser dran, wenn du bei Scheinux wärst. Damit verließ er das Haus. Ich verstehe, dass es jetzt mehr Zeit braucht, aber als Scheinux es verfolgen wollte, habe ich aufgehört. Warte, und noch etwas. Wo warst du die ganze Zeit? Ich reise nur durch den Dschungel, um den Dschungel zu beschützen. Er wollte in ein anderes Zimmer umziehen, aber dieses Mal hinderten ihn seine eigenen Interessen daran. Seemobs hat mir eine Frage gestellt. Und Bulby, was passiert jetzt im See? Woher weißt du das? Es hängt alles von etwas meiner Kraft ab. Es wird ein Gesichtsschrei genannt. Ach, das ist dieses eine... Ach, das ist doch dieses eine Bild da. Von wem war das? Irgend so altes Bild Picasso oder so ein Scheißdreck. Gesichtsschrei, genau. Es fühlt sich an, als würde ich manchmal ein bisschen berühren. Ich sehe ein bisschen in die Zukunft oder in die Vergangenheit. In diesem Fall zum Beispiel, wie ich nur in die Lava gefallen bin, weil ich es falsch gemacht habe. Bevor Seemobs reagieren konnte, überraschte Chellast uns erneut. Hast du zu viel Lärm? Ich denke, Scheinux ist einfach. Seemobs und ich sahen ihn ungläubig an. Was? Die anderen Tage vergingen langsam. Scheinux weigerte sich, Chellast oder Seemobs anzusprechen. Irgendwann, als ich ihn in einem ruhigen Moment erwischte, konnten wir den Smalltalk einschalten. Er sagte mir, er könne sich nicht als Pokémon beweisen, wie Chellast sagte. Er sagte auch, er wolle es nicht sein. Er hat jetzt viel über seine Vergangenheit, aber heutzutage hat er das Gefühl, dass er sie unter keinen Umständen herausgefunden hat. Er hasst den Mann! Und vor allem war er wütend, für Chellast und das Team. Das hättest du ihm schon längst sagen sollen. Aber wie er sagte, sie verließen ihn dann, also verstand er nicht. Sie werden sofort aufhören, an ihn zu glauben. So wie ich persönlich diese spezielle Idee nicht habe, möchte ich sie auch nicht ablehnen. Ich wusste, dass ich mir nicht zeigen würde, wie schwierig es war, also beschloss ich ihm Zeit zu geben. Aber ich erklärte ihm auch den Schrei meiner Kleider, die ich zu sehr hatte. Chellast wird nicht erwähnt. Ich habe andere Dinge im Kopf, die ich für den ganzen Tag plane. In der Nacht bevor alle schliefen, stieg ich in die Scheinux-Maschine, die auch funktionierte. Ich wollte mit Abra reden, ohne dass mir jemand zuhörte. Ich habe die Maschine gestartet, wie Scheinux gezeigt hat. Ich hatte damals nicht erwartet, dass das Abra stören würde. Sekunden vergingen, bis er antwortete. Glühbiernen? Linux? Bist du es wieder? Ich bin. Scheinux schläft. Nun, es muss mitten in der Nacht in dir gewesen sein. Was ist an dieser Art so wichtig, das dir zu meiner Zeit sagen musst? Ich verstehe nichts. Und ich denke, es wäre besser, wenn du andere, insbesondere Scheinux, nicht sehen würdest. Aber eine Frage bleibt. Bist du aktuell in der Gilde und Hubbelupf ist dabei? Sie fühlt sich jetzt unsicher. Hm, Millionen. Millionen. Ja, das Gleiche und auch so. Was ist los? Naja, kannst du Hubbelupf fragen, ob der Name Leon etwas sagt? Schwieg am Anfang, als er Hubbelupf fragte. Außerdem antwortete er sofort. Also schwieg er, aber gleichzeitig antwortete er schon. Krass. Ähm. Wo war ich schon wieder? Ich muss ihn nicht aus der Ferne danach fragen. Jeder in der Gilde kennt den Namen. Wo hast du ihn zufällig her? Ich habe mich gefragt, ob ich Abra die Wahrheit über Scheinux sagen könnte, aber in wenigen Minuten. Ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, ob er das wirklich will. Aber wenn das der Fall ist, dann am besten selbst von unserem neuen Teammitglied. Wie gesagt, du musst immer noch damit klarkommen, okay? Also der wertvollste Freund Leon, Chillast. Abra blieb stumm. Wartet, Chillast ist in deinem Team, wie er ist? Ich habe ihn seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Warum bezweifle ich das nur? Aber man nennt das wohl eine Hyperbel. Es ist gut. Die Interaktion mit Scheinux ist nur ein wenig verwirrend. Er erinnert sich viel an Leon, nicht wahr? Aber der Rest von uns hat keinen Zweifel, wenn es hierher kommt. Wenn wir nicht wüssten, dass er wieder in seiner Welt ist, Könntest du denken, dass es sich um dasselbe Pokémon handelt? Ich hatte ein bisschen Angst, Abra könnte den Grund für meine Aussage sehen. Also habe ich versucht rauszukommen. Es war eine Flucht. Ähm nun. Also das ist wieder so eine Stelle, da habe ich einfach das Gefühl, dass beim Übersetzen irgendwie ein, zwei Passagen verschwunden sind. Irgendwie war das rumwandeln manchmal komisch und am Ende haben ein paar Worte gefehlt und es kann sein, dass ich das teilweise übersehen habe. Gruden? Du meinst das Groudon? Groudon Mythos? Eyja! Was ist damit? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Im legendären Pokémon unserer Welt ist er berühmt und vielleicht. Es kann die Kontinente aus den Ozeanen heben und die Erdkruste beeinflussen. Dennoch nutzte er diese Macht zu keinem guten, sondern nur um seines Reiches willen. Das Pokémon des Mythos starrt ihn also schon lange an. Aber er weiß nicht, was er tun soll. Irgendwann gelang es ihm mit Hoops Hilfe, etwas von Groudons Stärke und Kristallen einzufangen. Danach haben sie es tatsächlich versteckt. Wenn es seine Kristalle wieder zurückgewinnen würde, könnte es seine Stärke wieder erlangen, was die Welt selbst hätte zerstören können. Und ich glaube nicht, dass das jemand will. Doch ich, äh ich mein Hi. Aber die meisten von uns sind in gewisser Hinsicht davon überzeugt, dass Gruden nur erfunden wurde. Pokémon, die die Welt kontrollieren können, wären heutzutage eine Übertreibung. Ähm, Christ in Weltengeister. Mit dieser Aussage hatte Abra entgegen meinen Erwartungen gehandelt. Es gab mir keine brauchbaren Informationen und erklärte mir, wie mächtig dieses Pokémon ist. Also was ihr, ich hinterfrag's nicht. Nun, dann wirst du es wie im Märchen fühlen. Es geht uns in die Adern. Es gibt eine andere Zeit, um ruhig zu bleiben. Jetzt warte einen Moment. Willst du mir sagen, dass Gruden da ist und dich sucht? Was für ein Geist. Wie denkst du, willst du wieder im Leben erscheinen? Bei Groudon kann man sich nicht gleich einmischen. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen rotes Metall, um einen Überlebenden zu finden. Was? Du hast auch rotes Metall? Was? Okay, das letzte stand da jetzt eventuell nicht. Ähm. Er seufzte. Bulby, hör mir gut zu. Schmuck sollte nicht in die Hände von Groudon fallen. Gefahr! Seien sie auf jeden Fall vorsichtig, egal was sie tun. Wir werden in Ordnung sein. Egal was, ich habe eine Sache, über die ich sprechen möchte. Etwas, das mich offensichtlich mehr beunruhigt, als der dicke Godzilla, der seinen Rock will. Aber Abra, bitte versprich mir, dass du niemandem ein bisschen davon erzählst. Keine meiner Freunde, kein Gildenmitglieder, nicht einmal Meister. Was? Warum sollte das? Bitte Abra, versprochen. Sie atmete einmal. Okay, wenn du das brauchst, ich werde niemandem davon erzählen. Also, was stört dich so? Die Geschichte. Okay, das habe ich jetzt gesagt. Es geht um etwas. Passiert nach unserem Sieg, wenn es uns gut geht. Was wird nach deinem Sieg passieren? Dein Sieg wird der letzte sein. Ja, genau das ist der Punkt, Abra, das hast du gut erfasst. Dann kannst du zurückgehen und die ganze Zeit tun, was du willst. Du wirst ein Superheld sein! Worüber machst du dir bitte Sorgen? Es ist nur, vielleicht denkst du jetzt, ich bin dumm. Jedenfalls passierte das gleiche in den ersten beiden Geschichten der Geschichte. Schließlich soll ein lauter Mensch all seine Freunde auf der Welt verlassen. Kein Ende in Sicht. Was ist, wenn das Schicksal es so will? Ich dachte immer, es wäre besser nach dieser Reise. Vielleicht könnte ich nicht mehr zurück. Vielleicht ist das mein Zeichen. Es herrschte Stille für die Zeit draußen, diese lange Zeit. Abra scheint sich zu fragen, was er sagt. Aber auch das hat mir ein wenig geholfen. Zumindest wusste ich, dass er sich um meine Gefühle kümmerte. Ich hatte Angst, dass es leicht wäre, mich als Dummkopf abzutun. Es ist auch, ähm... Jedenfalls scheint er mich zu verstehen. Nach einiger Zeit hörte ich wieder etwas davon. Natürlich kümmere ich mich gut um diese Pflege. Aber was zu tun ist, kann ich dir nicht sagen. Wenn das Schicksal es so erfordert, ist es natürlich immer noch möglich. Und kann es nicht aufhalten. Aber wenn, ich sollte dir einen Rat geben. Es mag dich nicht überraschen, du es nicht hören kann... Was? Es mag dich nicht überraschen, trotz alledem ist nichts offensichtlich. Du musst dir nicht zu viele Sorgen machen, auch wenn du es nicht hören kannst. Ich glaube, du wirst nicht reden zu mir. Du solltest mit deinen Freunden sprechen und den Leuten, mit denen du reist. Ich bin sicher, sie können dir mehr helfen. Du weißt, dass sie immer an deiner Seite sein werden. Scheinux zuerst. Und als ob sich nichts ändern könnte. Es wird dir helfen, über deine Sorgen zu sprechen. Schließlich kann sich nichts ändern. Nee. Schließlich kann sich nichts ändern könnte. Sorry. Ich habe echt gerade nicht geschafft, den normalen Satz hier vorzulesen. Kann ich etwa keine Grammatik oder sowas? Es wird dir helfen, über deine Sorgen zu sprechen. Schließlich kann sich nichts ändern könnte. Ja, da waren wir. Nee, ich bin jetzt zum dritten Mal in der Zeile verrutscht. Das mit dem Ändern könnte war am Anfang des Satzes. Schließlich kann ich natürlich keine Entscheidung für dich treffen, aber ich rate dir mit ihnen zu sprechen. Ich werde darüber nachdenken. Danke, dass du bei dir bist. Ich kann sowieso nicht fertig werden. Wellen treiben unser Boot und stürzten zu Boden. Schinox Software stürzte an die Wand oder es kam nur ein verzerrtes Rauschen heraus. Soweit ich es vom Fenster aus erklären konnte, waren die Wellen so stark, dass unsere Boote nicht mehr alles zusammenhalten konnten. Aus jeder Wand kam Wasser und bald wurde ich unmächtig. Gleich geht's weiter. So, nächstes Kapitel. Auch wenn ich mental gerade am etwas weirden Spot bin, muss ich sagen. Nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Ich werde in einem Silvester-Talk-Video mal drüber reden, aber... Deswegen, falls ich bisschen komisch rüberkomme. Daran liegt's. Und ich hatte gerade eben, also vor ein paar Stunden meine erste Corona-Impfung, auch wenn ich davon jetzt nicht viel merke. Naja, fangen wir einfach an. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich heute nicht so ewig brauche. Punkt 8. Einsame Insel. Also, ich weiß nicht, wie ich gut anfangen soll. Bulby hat dieses Kapitel nicht ein einziges Mal geschrieben. Aber er sagte mir, dass ich es irgendwann hinzufügen würde. Weil mir so viele Dinge mehr passierten als ihm. Ach ja, bei Bedarf sollte es kurz gezeigt werden. Mein Name ist Scheinux und ich weiß nicht, wie ich diesen Begrüßungsbericht schreiben soll. Dies könnte ein Bereich der Bulby-Kunst sein. Aber nun, so werde ich Ihnen sagen, wie es nach dem Sturm aussieht. Als ich wieder aufwachte, lag ich alleine am Sandstrand mitten auf der Insel. Vor mir ein riesiger Wald mit einem riesigen Vulkan in der Mitte. Nicht wie bei Groudon, aber... Ich brauchte eine Weile, um darüber nachzudenken und zuzugeben, was passiert war. Das Boot droht zu sinken und die Schaulustigen werden weggefegt. Da gibt es auf dem Meer sicher sehr viele von. Natürlich hatte ich das Glück, auf eine Insel zu fallen. Aber ich weiß nicht, ob die Statisten eine haben. Okay, ich meine ja, insgesamt... Scheinux, insgesamt bist du wohl der wichtigste Charakter von dem ganzen Team der Valros Edition 3. Aber du musst den Rest jetzt nicht als Statisten bezeichnen. Entspann dich! Ich hoffe, Bulby und Seemob sind gut. Und ich würde klatschen, aber mein Arm gerade lieber nicht so. Stellt euch vor, ich klatsche, wenn Seemob da steht. Ehrlich gesagt mag ich Chillast nicht besonders. Ich war immer noch wütend auf ihn, denn er hat mich offensichtlich verlassen, sobald ich mich auf dem Dachboden verirrte. Interessant. Ich entschied, dass es klug war, zuerst die Insel zu durchsuchen, in der Hoffnung jemanden zu finden. Aber als ich aufstand, bemerkte ich, dass eines Nachts ein Ara am Waldrand stand und mich anstarrte. Sobald er mich sah, verschwand er. Ich habe lange nicht darüber nachgedacht und bin an den Strand gegangen. Kurz gesagt, ich habe meine Freunde am Strand nicht gesehen, nicht einmal ihr Mal. Was ich jedoch fand, war eine Bulby-Tasche. Das war für mich lange Zeit eine wichtige erste Hilfe, denn ich entdeckte, dass noch rotes Gold drin war. Das haben wir zumindest verstanden, als wir uns trafen und unser letztes Teammitglied sahen. Ebenso eine weitere schwierige Suche, denn der Inselkontinent umfasst 100 verschiedene kleine Inseln. Es bedeutet auch, dass es für all meine Freunde Monate oder sogar eine Schwangerschaft dauern könnte. Was? Was? Interessante Zeitangabe. Wenn sie nur noch am Leben wären. Aber ich weiß, dass Autofahren nicht hilft. Dann gehe ich in den Wald, um sie dort zu suchen. Ich hoffte aufrichtig, dass es in diesem Dschungel keine großen Spinnen gibt. Pokémon oder sogar tödliche Insekten, auf die ich eingehen muss. Die Hälfte der Einführung war nicht erfolgreich, aber ich sah ein anderes Pokémon, das mich beobachtete. Pianer. Er wollte gerade weglaufen, als ich ihn sah, aber diesmal hielt ich ihn auf. Warte, ich brauche Hilfe. Natürlich hatte er aufgehört und ich ging auch. Ich suche meine Freunde. Laut, hast du die Fremden auf dieser Insel gesehen? Obwohl er jetzt Angst hatte, war er sofort sehr glücklich. Modell von Seemops und Chillast. Ja genau, beide. Weißt du, wo sie, wer auch immer mich gepinkt hat, halt die Fräste. Mein Hai. Ja, ich habe sie vor langer Zeit gesammelt. Scheinungs, nicht wahr? Ich bin ein. Ja, ich bin es, warum? Bitte folgen sie mir. Einerseits, was dem Elementaren nicht so widerspricht. Andererseits, will ich Seemops und Chillast finden. Ich musste ihm eine Weile folgen, als ich dachte, das Unkraut um die Bäume herum identifizieren zu können. Psyana sprang aus dem Wald und ehe ich konnte, umgab mich ein prächtiges Stück Holz. Ich zögerte nicht und fuhr fort. Auf der anderen Seite, mitten im Gras... Mitten im Gras... Es gibt kein Zeichen von Psyana mit Y. Du, bist du wirklich Scheinungs? Ich werde meine Kräfte zuerst wieder gewinnen. Ja, ich bin's. Wohin geht er? Psyana. Er ist weg. Er will dich allein einladen. Wie du weißt, muss ich mit dir reden. I. Du, immer noch suchst du meinen Kollegen. Ich sehe das. Ich brauche ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was er sagt. Ähm, bitte was? Er ist in einem Traum, wie Seemops und Chillast. Wenn sie keine Zweifel haben, was ich verständlicherweise verstehe, haben sie ein Foto in ihrem Tasche, nicht wahr? In ihrem Tasche. Ich krieg Krämpfe. Ich suchte noch einmal genau nach der Tasche. Als ich das teure Ding zum ersten Mal sah, habe ich den Rest ignoriert. Sobald er es anhebt, spiegeln die Farben auf der Rückseite Y wie an der Seite des Chillast wieder. Diesmal haben wir sozusagen große Gunst. Wir haben uns pünktlich mit einem Kollegen getroffen. Außerdem sind Seemops und Chillast hier. Jetzt müssen wir Bulby wollen. Hallo? Es spielt keine Rolle. Sehen sie ihr Foto noch einmal. Sollen wir zu deinen Freunden gehen, um Bulby o- um Bulby One zu sehen? Ja sicher, wir sind nicht- ähm, ja sicher. Wir sind nicht lange im Wald spazieren gegangen. Iwi weigerte sich lange sich vorzustellen, was ohnehin Sinn macht. Woher kennst du dann den Namen? Das steht da natürlich nur so, weil Iwi der englische Name für Evoli ist und das Ganze beim Übersetzen rumgedreht wurde, wie es wollte. Ähm, was ohnehin Sinn macht. Er versprach uns ein wenig über sich selbst zu erzählen, sobald unsere Gruppe voll war. Wir kamen schnell auf der grasbewachsenen Seite an. Muss im Wald ja sehr schwer sein. Chillast und Seemops haben dort schon lange gewartet. Wie auch immer, sie verhandeln. Beide sind sehr ängstlich und nervös. Chillast, Suche, was ist los? Allee, Scheinux. Gut, dass sie hier sind. Wir haben ein großes Problem. Was bedeutet es? Über Bulby? Weißt du, wo er ist? Das wird auf lange Sicht eine große Investition von uns. Aber es garantiert keine Vorteile. Es befindet sich in einer Höhle ein paar Kilometer nördig. Mana, Grudenheld durch. Ich hörte ihn sprechen, aber ich verstand nicht, was darin stand. Mir kam nur noch ein Gedanke. Bevor irgendjemand etwas sagen konnte, rannte ich. Genau im Norden. Ich konnte Chillast immer noch hören, wie ich mich rief. Aber ich ignorierte ihn schnell und rannte weiter. Vielleicht laufe ich so gut wie früher. So möchte ich so schnell wie möglich Grudens Loch erreichen. Heute wusste ich natürlich, dass es dumm war, ohne Plan oder Idee dorthin zu gehen. Meist rot in meiner Tasche. Aber damals ignorierte ich all diese Informationen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich in Kairo ankam. Ich glaube, du bist da falsch abgebogen. Ich wusste, dass es hinter der Höhle gewesen sein musste. Ich hörte eine Stimme darin. Wo hast du mein Geheimnis versteckt? Ich weiß, dass du es hast. Ich lüge nicht. Ich habe schon zwei gesehen. Und wenn du hier bist, wird er lügen. Ich habe die beiden Stimmen sofort erkannt. Dank des Inhalts ihrer Gespräche ist es noch deutlicher, dass es Gruden und Bulbi waren. Als nächstes eilte ich zum Kreisverkehr und erreichte den Eingang zur Höhle. Wo zum Fick bist du, Scheinux? Kairo und Kreisverkehr? Das ist nicht, wo ich die Insel in der Lore hingesetzt habe. Ich habe sie dort sofort gesehen. Gruden hielt eines von Bulbis Beinen unter einen Felsen, damit er nicht weglief. Er lügt nicht. Unser Boot ist versenkt. Beide haben mich in diesen Tagen gesehen. Scheinux, was? Verschwinde von hier. Ich gehe nicht weg. Wenn jemand geht, ist es Gruden. Ich hasse diesen Namen übrigens. Er hat mich nur angeschaut und gelacht. Und jetzt ist die Zeit der Geschichte, in der ein Retter plant, seine Tochter zu retten. Nein. Wie schön es ist. Sie wissen, warum ich hier bin. Gib mir groß, dass du ziehen kannst. Ich spürte die Wärme des Raumes in meiner Tasche. Du weißt, dass ich dir keinen Schmuck geben werde. Wenn du es willst, kämpfe dafür. Er fing an zu lachen. Rufst du mich an? Ich finde es super, dass gerade praktisch im Timing mein Handy dazu vibriert hat. Ich glaube, das wird Scheinux sein. Zusammen. Aber wenn du Bulbi... Nee, wenn... Wie habe ich da Bulbi gelesen? Wenn du bleibst, zeig mir, was zu tun ist. So begann ich meinen ersten Krieg und meinen, an den ich mich erinnere. Ich weiß selbst, dass der Krieg laut Quellen eine wirklich dumme Idee ist. Aber nur laut Quellen. Ähm, denn neben all den Fakten über den Kontinent, die vor Ort geschaffen wurden, gab es einen Makel in meiner Form. Für mich gibt es jedoch nichts, was ich tun kann, außer zu kämpfen. Ich habe eine Minderheit. Obwohl ich ein kurzlebiges und kurzlebiges Pokémon bin. Okay. Also, wenn ich das so in der Walross Edition 3 geschrieben hätte, wäre das, glaube ich, etwas zu deutliches Foreshadowing für Teil 6 gewesen. Konnte ich eine große, metrische Flüssigkeit von Groudon einen aggressiven Angriff vermeiden als ich? Das einzige Problem war, dass mir dieser Pass natürlich ein wenig zugute kam, da mein starker Angriff keine Wirkung auf Groudon hatte. Also malt er einen großen Stein in den Schlamm, den ich nur greifen und beißen kann. Make sense to me. Flucht wäre in der Vorstellung logisch, auch wenn ich ihn, wenn ich in keiner Weise kontrollieren möchte, was mit Bulby passiert, wenn ich die Gelegenheit ergreife. Ich habe alles versucht, um ihn zu bekämpfen. Ich hatte das Gefühl, stundenlang zu kämpfen, als wären es nur 5 Minuten. Hm. 5 Minuten sind meine Lieblingsstunde. Das Zitat nimmt keiner out of context, denn ohne Kontext funktioniert es. Okay, deswegen wird man es out of context nehmen. Ich habe OOCs da verstanden, Leute. Deshalb ging mein erster Plan auf, Groudon bis zur Ankunft der anderen zu behalten. Mit Eis und Pokémon Bäumen auf der einen Seite wird der Kampf gegen terrestrische Pokémon heutzutage weicher. Aber ich weiß, dass sie, wenn sie es schnell machen, mindestens 20 Minuten brauchen, um zur Höhle zu gelangen. Besonders neben dem Simpop-Auto, das normalerweise im Schnee gut funktioniert. Als diese drei Männer zur Höhle ging, musste ich Graudon, G-R-A-U-D-O-N, Graudon, treffen. Ebenso konnte ich, als ich klein und schnell war, nicht alles auf einmal vermeiden, selbst wenn es bedeutete, in einen Steinschlag zu fallen. Aber die Tatsache, dass sie gegen mich nicht sehr effektiv waren, half nicht. Verständlicherweise war ich jedoch wütend, als ich auf große Felsen stieß. Graudon merkte auch, dass ich unterging und sah mich später an, als ob ich diesen Kampf verlieren würde. Mehr noch, weil ich der einzige Feind war, den ich nicht zu haben schien. Ich muss das hoffentlich echt nicht verstehen. Denke an meinen Angriff, einschließlich alles. Als ich mich beruhigt hatte, nahm sich Graudon Zeit für ein Erdbeben. Im Gegensatz zur Meinung vieler Leute, obwohl dieser Angriff Pokémon nicht viel Schaden zufügte, reicht es aus, um mich auf die eine oder andere Weise ins Bein zu treffen. Ich brach heftig zusammen und versuchte wieder aufzustehen, aber ich wollte nicht mehr. Ich beobachtete, wie Gruden sich langsam näherte. Aber er blieb stehen, sein Blick ruhte auf meiner Tasche, die ich fallen ließ. Er kam dort an und nahm es. Du bist glücklich! Wie dein Caps Lock. Natürlich, deswegen schreie ich. Ich bin heute in einer besseren Position. Für das, was du mir gegeben hast. Bigula! Frag mich nicht, was das Wort bedeutet. Ich hab keine... Ich glaub, es wird Zeit für etwas, was wir in den vorigen Walross Editionen dumm gemacht haben, aber dieses Mal noch gar nicht. Ich google jetzt nach Bigula. Ich seh nur Bigula Airport Transit Hotel. Interessant. Warum steht das hier? Lasse ich dein Leben leben. Aber habe keine Angst, in meine Realität der Hölle einzutreten, sonst wirst du es tun. Habe nicht die gleiche Gnade. Er verschwindet mit einem Lächeln im Gesicht und einer Feuersäule. Seemops, Chillast und Eevee kamen zu der Zeit an. Sag Linux, mein Körper tut weh, aber ich sehe nicht viel. Warum nicht? Bulbi und ich machten eine Pause. Gruden. Er hat Schmuck. Es tut mir leid. Ich wäre kein Narr auf dem Weg. Unser Dienst ist gescheitert, nur weil ich dumm war. Gruden wird den Wald zerstören und es gibt keine Möglichkeit, eine lebende Person zu finden. Ich sah nach unten. Er schwieg für ein paar Minuten. Dann hörte ich Ivy sprechen. An sich auch ein ganz cooler Name, muss ich sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ist das ein tatsächlicher Name, den Menschen haben können? Ich feiern auf jeden Fall. Ich google das jetzt. Heute mal wieder mit Google am Start. Ist Ivy ein Name? Also I-V-Y. Vorname Ivy ist ein Mädchenname, der tatsächlich interessiert. Vielleicht merke ich mir das für irgendeine zukünftige Geschichte. Not gonna lie. Ich suche gern nach solchen Namen. Auch weil ich gerade wieder einen neuen Projekt schreibe. Da ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Namen. Die meisten in der Geschichte, die ich derzeit schreibe, gehen einfach mit ihrer Pokémon-Spezies. Deswegen ist es easy. Aber genauer gesagt, literally jeder außer so drei Charaktere tut das da. Und die drei Namen habe ich hingekriegt. Gerade so. Der eine habe ich echt ein bisschen überlegen müssen. Aber ich greife Zeug voraus, das ihr noch erfahren werdet. Ich denke, zum ersten Mal über das Projekt reden werde ich an Silvester Talk. So. Wo war ich? Er hat einen Stein genommen. Hier verloren. Seine Stimme klang anders, als könnte er es nicht. Aber plötzlich veränderte er sich komplett. Er hat es wirklich akzeptiert. Haha. Es hat wirklich funktioniert. Und ja, ich habe das mit Absicht so behindert vorgelesen. Wir haben es gelassen. Wir haben es uns alle genau angesehen, bevor Chilast ihn verspottet hat. Sag mal, willst du wirklich, was Gruden mit diesem Stein machen kann? Er wird alle Wälder verbrennen und seine Bewohner. Bist du glücklich über die Situation hier? Nein, er kann nichts für die Steine verwenden. Ehh, warum hat er sich bei Groudon versteckt? Er hat uns dafür angegriffen und verfolgt. Weil es ihm gefallen hat? Weil du in den Überlebenden reingefallen bist. Er kann mit dem Rubin machen, was er will. Es gibt Hunderten. Machen sie hier in der Höhle. Das war es mit der heutigen Folge. Like und oder Abo dalassen. Da kannst du Chroniken gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Spezial Episode. Letzten Mittwoch erschienen oder wenn ich das aufnehme heute. Sehr gut geworden in meinen Augen. Und sehr lore relevant. Guckt rein. Und tschö. Ich hab immer noch Nieren. Hi, ich bin der Günther. Ich komm aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Walross Edition 3. Aber dumm. Joa, wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, äh, sorry für den... Okay, ihr merkt den Cut gar nicht, ich Affe. Fuck it. Bin halt noch nebenbei am Discord. Schreibe ein bisschen. Aber fangen wir mal an. Artikel 9, beschädigtes Pokémon. Außerdem haben wir es alle verwirrt angeschaut. Das Beste war mit dir zu meiner Höhle auf einem Vulkan zu gehen. Ich werde dir später alles erklären. Er sah mich und Scheinux an. Ich kann dir wirklich helfen. Eine Stunde später waren wir zum Beispiel. Irgendwer mussten zum Beispiel Counter-Fördert-Projekt machen und ich hasse alles dran. Alle zusammen an einem kleinen Lavapool. Evoli wickelte ein Verband um mein Bein und gab Scheinux ein paar Tücher, um ihre Wunden zu beruhigen. Nun, ich denke, es gibt jetzt eine Menge Dinge zu erklären. Prima Vista ist das Wichtigste. Muss man das kennen? Ich hoffe nicht, weil ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Frucht. Das ist der Satz. Wie wir gesehen haben, war es einfach, wie mächtig es war. Es ist sowieso ein Vulkan oder eine rote Mine. Wie kommst du an diesen Stein? Aber warum wissen wir nichts davon? Das wird uns viel sparen. Es tut mir leid, aber es gibt keinen anderen Weg. Der Überlebende hat mir in einem Traum von euch, äh, von ihrer Ankunft vor zwei Monaten erzählt. Nein, aus Erscheinungsweis übrigens keiner von euch. Ich werde der Letzte sein, der euch hilft. Warum ist schon wir... Warum ist immer in Valros Edition ein dumm fucking Gender Swap ohne Ende? Was zur Hölle? Aber kommen wir zurück zum Thema. Er sagte mir, ich solle einen Stein mitbringen und ihn durch Rubin ersetzen. Er hat dir nichts davon erzählt. Ich war grad kurz durch die Formulierung komplett durch. Kurzer Teaser. Weil nämlich der Hauptcharakter des nächsten großen Hörspiels Rubin heißt. Bei der Formulierung dann... Äh, ja. Beziehungsweise der hat tatsächlich zwei Namen. Werdet ihr noch rausfinden, was ich damit meine. Er hat dir nichts davon erzählt. Das Gericht wusste aufgrund der Entschlossenheit bereits, dass sie den Stein nehmen möchten, aber wenn sie nicht darauf hinweisen, wäre es ein Spiegel und er könnte die Wahrheit verstehen. Also konnte ich dir nichts sagen, bis Grodon gegangen ist. Es tut mir leid, dass ich dich so wütend gemacht habe. Wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich einen Zusammenhang mit all den Ereignissen. Ich entdeckte noch etwas. Der Überlebende hat auf einer solchen Reise alles im Voraus geplant und bedacht. Wenn es um Planung geht, muss man klug sein. Scheinux war der Erste, der unsere Ansichten zum Ausdruck brachte. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Du hast getan, was der Überlebende dir gesagt hat. Ohne diesen Plan wäre unsere Reise jetzt ein Fehlschlag. Um mich vorzustellen. Mein Name ist Ivy. Ich bin seit fast 13 Jahren hier. Und andere Eevee-Arten auf der Insel sind das deine Verwandten? Also zum Beispiel Ara und Psiana. Auf der Einführungsseite wurde ihre Antwort nicht mitgeteilt. Da klar ist, dass Scheinux Eevee selbst entwickelt hat. Ich versuche gerade die Logik dahinter zu verstehen. Äh, so. Und ich bin jetzt auch mal mit dem Chat nebenbei, Pferdeglull. Auf dieser Insel lebt niemand außer mir. Deshalb verbringe ich so viel Zeit damit, mich einsam zu fühlen. Gutes Hobby, kenn ich, mach ich auch oft. Ähm. Scheinux scheint komplizierter zu sein als andere. Warte, ich habe ihn allein getroffen. Sie selbst haben mir bei unserem ersten Treffen erzählt, dass er mich zu ihnen gebracht hat. Ich habe dich angelogen. Erinnerst du dich an die Hitze, die du so schnell gesehen hast, nachdem Psiana in den Wald gesprungen ist? Es geht nur um mein Problem. Was ist los? Ich bin ein kaputtes Pokémon. Boah, Digga. Relatable. Äh, ich meine... Hi. Genetisch kaputt? Das hört sich schrecklich an. Dafür fühlst du dich sowieso nicht gut. So ist es nicht. Ich lebe mit meinem Paket auf einem wilden Kontinent. Frag mich nicht warum, aber ich habe heute ganz geiles Kopfkino. Ich stelle mir jetzt so ein Evoli, das im Dschungel lebt, vor wie so eine behinderte Katze, die die ganze Zeit in einer Kiste in so einer DHL-Box drin sitzt. Mit dem Paket, Alter. Mhhh. Aber alle dort hatten immer Angst vor mir. Vielleicht dachten sie, ich sei verflucht oder so. Sie fürchteten um ihr Leben und vertrieben mich aus ihrem Territorium. Ich bin hier seit... Das ist schrecklich. Was ist das Problem? Was ist jetzt das Problem daran? Weiß ich auch nicht. Auch wenn ich nicht will, ich will. Wie sie wissen, habe ich keine Zweifel, dass ich mich deshalb für diese Reise entschieden habe. Schließlich ist der Job seit meiner Geburt. Ich mich jederzeit und überall einbringen kann. Unter allen Umständen kann Evoli reproduzieren. Ich mag diese Ausdrucksweise nicht. Und mehr noch, gehen sie zurück. Mhm. Doch da. Und mehr noch, gehen sie zurück. Das größte Problem mit meinem Stamm ist, dass einige auf meine Autorität neidisch sind. Das ist jetzt eher so... After Stuff. Das ist eher so... Post-Valros-Edition vielleicht, aber... Außer ich kann es nicht optimal überprüfen. Manchmal wachse ich ohne Anstrengung auf, wie im Notfall. Das kann mir in vielen Situationen helfen. Zum Beispiel... Plötzlich schwappte es zwischen der Lava und uns über. Zu meiner Überraschung schwoll die Fläche trotz allem an, als er es berührte. Und sah Flammar aus... Äh... In der Mitte des Beckens stehen. Schließlich wähle ich den linken Weg. Trotzdem tut es weh. Vor vielen Jahren Tag und damit zum Beispiel den Wald in Brand gesteckt. Zum Beispiel... Er kam wieder aus dem Brunnen und kehrte zurück. Wir sind sehr beeindruckt von all seinen Fähigkeiten. Aber das ist ein bisschen nett. Dies ist eine einzigartige und nützliche Fähigkeit, besonders am Anfang. Ivy schien die ganze Zeit deprimiert, als sie es beschrieb. Aber ihr Gesicht veränderte sich von einem Moment zum anderen. Es wurde ein Nachthara offensichtlich inakzeptabel. Ist es okay? Wie kann man diesen Fluch ein bisschen besser nennen? Gutes Zeug braucht nicht alles, was man hat und fährt einen 13 Jahre lang auf eine abgelegene Insel. Diese Kraft ist... In Caps Lock... Blut! Ähm... Beruhig dich, Ivy! Ich meine... Ja, irgendwo schon, ne? Kraft der Drachen-Blutlinie, you know? Wir haben hier... Wir haben hier definitiv sehr geplante Anspielungen. Wenn ja... Ich kann ein bisschen sagen, ein bisschen darüber. Ich will es nicht, aber ich bin heutzutage hier. Ich muss hören, dass es in Ordnung ist. Scheinux scheint sehr gefährlich zu sein. Okay, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Es ist so schlimm. Ivy ist wieder normal. Sie ist wieder traurig anstatt wütend. Nein, nichts Ernstes. Ich weiß persönlich, dass dies akzeptabel sein kann, aber sie wissen nicht, dass ich dies tun werde. Aber das ist das Problem. Ich weiß es nicht einmal. Deshalb habe ich normalerweise... Nee, ich habe nicht dumm gelesen. Der Satz endet an dem Punkt. Deshalb habe ich normalerweise... Das ist der Satz! Was soll das? Deshalb weiß ich in der Einleitung nicht, ob ich dir folgen werde. Vielleicht fällt es mir schwerer, als dir zu helfen. Aber ich werde mein Bestes geben. Wie mein Paket! Also... Nee, mein Kopfkino bleibt gleich. Also... In dieser Lore ist Ivy zwar genauso krass, wie in der eigentlichen Valros Edition. Aber nur, wenn sie ihr DHL-Paket dabei hat. Das ist das aller, allerwichtigste. Wir wissen, dass es für alle das Beste ist. Also habe ich das Thema gewechselt. Welche Vulkane bringen uns? Plötzlich schien Ivy wieder aufgeregt zu sein. Lass uns an den Strand gehen, aber noch etwas vorher. Ich erzähle dir ein bisschen über den Überlebenden. Wir fragten uns alle, was Ivy zu sagen hatte. Du hast diesen Kampf gewonnen, aber du hast gerade erst angefangen. Eine Stunde später kamen wir am Strand an. Es dauerte eine Weile, da Scheinux und vor allem ich große Fortschritte machten. Obwohl uns keiner von den anderen zu stören schien. Evoli rennt und springt auf und ab. Ich möchte teile Scheinux a... Ich möchte teile Scheinux auf verschiedene Weise auf dem Weg. Excuse me? Zerteilung? I, Scheinux? Er schloss sich mir langsam an. Was ist los? Sag mir, worauf wartest du noch, Ivy? Ivy? Umzug! Was soll ich dem Chef sagen? Ich denke, das wird unser Team besser machen. Meinen sie nicht, dass es Konflikte geben kann? Es kann lange dauern, aber es ist nutzlos. Das Problem muss gelöst werden. Ich habe keinen Zweifel, dass wir ihm helfen können. Wir wissen ja genau, was los ist. Das lohnt sich wirklich. Wenn sie ein Problem haben, sprechen sie am besten jederzeit darüber. Er hielt inne und sah mich an. Ich hatte ein seltsames Gefühl, als ob alles frustrierend für mich werden würde. Aber das kann nicht sein, denn ich habe Abra schon gesagt, was mich nur beunruhigt. Wenn er sein Versprechen bricht, wird er auch nicht die Möglichkeit haben, mit irgendjemandem zu sprechen. Ein paar Sekunden schaute er ein wenig weiter und redete weiter. Nun, ich denke, es wird uns sehr helfen. Und das würde ihm helfen, nicht mehr für sich selbst zu sein. Ich ignorierte einfach, wie Scheinux mich sah und fuhr mit dem Gespräch fort. Ich weiß, was du sagst. Ich möchte heutzutage auch nicht sagen, dass ich negativ darüber denke. Aber ich habe wirklich... Ich habe nichts dagegen, dass er damit reist etwas zu schnell. Das ist schon ein bisschen nervös. Ne. Das ist schon ein bisschen an sich. Er ist der Älteste von uns allen und doch ist er als Kind ein bisschen nervös. Digger, könnt ihr aufhören, Evie er zu nennen? Scheinux, vorher als du Groudon herausgefordert hast. Er hat ins Ausland geschaut. Heutzutage peinlich. Das klingt wie ein AfD-Wahlplakat. Ich wusste, dass es dumm war. Wenn der Überlebende nicht so weise gewesen wäre, hätte ich absichtlich die ganze Botschaft verloren. Aber wenn Groudon mich nicht verlassen hat, ich denke nicht daran. Ich möchte ehrlich sein, ich mache dir keinen schlechten Plan vor. Aber da nichts Schlimmes passiert ist, am Ende ein bisschen richtig gut, wollte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen. Du hast es getan, weil du dir Sorgen um mich machst. Du bringst dein Leben in Gefahr, um mir zu helfen. Das ist das Mutigste, was jemand für mich getan hat. Scheinux grinste ein wenig, lacht. Oh Gott, das ist ja immer noch eine volle Seite. Ja, ein bisschen Tempo. Als wir endlich den Strand erreichten, erwartete uns Evoli sehensüchtig. Komm, komm, ich möchte diesen bösen Bösewicht treffen, der überlebt hat. Anstatt zu antworten wandte sich der Aquaner zu und tauchte in die Tiefen des Ozeans. Nach ein paar Minuten tauchte er wieder auf. Sind sie bereit, das Meer zu überqueren? Ich möchte ihn fragen, weil niemand außer ihm und Zaymobs irgendwie schwimmen kann. Trotz allem kann ich nicht anfangen zu reden, wenn ein großes Pokémon wie ein Wal aus dem Meer aussieht hinter ihm herauskommt. Erkläre dich. Hallo, ich bin Kyogre. Und zwar wirklich K-I-O-G-R-E. Ich habe sie gebeten, sie in ein unvergessliches Land zu bringen. Wenn ja, dann lass es mich wissen. Dann können wir dem Überlebenden eine klingende Warnung geben. Wir haben es alle gemacht, aber wie können wir jetzt Alarm schlagen? Sie haben roten Schmuck, nicht wahr? Bitte was? Ich lese den Satz jetzt eins zu eins vor, wie er da steht. Efeuzara M. Versteht ihr, ne? Ja, der Plan funktioniert gut. Kyogre hat gelacht. Ich würde jetzt gerne Grudens Gesicht sehen. Nun, es spielt keine Rolle. Halte das Metall 30 Sekunden ohne eins unter Wasser. Auch wenn es wieder schwimmt, senke es ab. Auf diese Weise ist alles in Ordnung. Ich habe Ivy einen großen Vorteil verschafft. Er tauchte darin ein. Einen Moment lang geschah nichts, aber plötzlich wurde die andere Seite des Ozeans rot. Eine große rote Säule erhob sich aus dem Wasser. Es ist so hell, dass man es in Schmuckstadt sehen kann. Evoli tauchte wieder auf und kam zurück. Aber okay, nicht wahr? Wie wenn er glänzt, ist der Film vor unseren Augen wirklich einzigartig. Überall, überall hin, allerorts. Es waren einige Kinder, die es überrascht zogen. Zum Beispiel. Vergehen 30 Sekunden bevor es sich ändert. Weit weg vom Meer, besonders über der Erde erschien ein blaues Licht, ähnlich unserem roten Licht. Kyogre, diesmal richtig geschrieben, hat uns schlau gemacht. Das ist ein Zeichen. Dieses Licht wird uns leiten. Wir kletterten alle hinter Kogre. Es gibt mehr Platz. Es sieht aus, als wäre dieses Pokémon größer als unser Boot. An Bord des Schiffes. In der Ferne sehen wir Zerstörung. Es war wie unser Boot. Trotz aller Ehrlichkeit war niemand wirklich traurig. Evitzuga Seemobs. Eigentlich sollte ich für das erste Wort in diesem Satz nicht klatschen. Aber es hat unser Boot auf dem Rückweg nicht betrübt, aber Magikarp ist 10 Jahre alt. Entspanne dich bestmöglich, vielleicht brauchen wir ein oder zwei Tage. Ich hoffe, keiner von euch wird auf See krank. Unsere Zeit in Kyogris könnte eine der langsamsten auf unserer gesamten Reise sein. Die meiste Zeit fahren wir, erzählen Geschichten. Ich und Shinux für unseren Tag als Rettungskräfte chillast durch den Dschungel. Sehen sie ihre Stadt. Und Ivy scheint die Traumata zu genießen, die er früher hatte. Excuse me? Er scheint die Traumata zu genießen, Leute. Zusammen mit seiner Fähigkeit zu sprechen. Trotzdem gibt es kein Problem. Kyogre, diesmal wieder richtig geschrieben, hat sich auch gerne unserem Gespräch angeschlossen. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein Teil seiner Macht in den Ornamenten dem Leuchter der Überlebenden verboten ist. Kyogre hat dies nicht freiwillig getan. Außerdem hat er uns viele Geschichten über Groudon erzählt. Die beiden sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, da sich ihre Fähigkeiten ergänzen. Also hat er etwas zu sagen. Übrigens, Fun Fact, ne? Falls die spätere Lore das nicht klar gemacht hat, Kyogre erzählt hier auch nur Lügen, die eben somit dafür nötig sind. Für den ganzen Plot um Groudon, den man ja vor allem in der Walross Edition 5 erfahren hat. Ähm, wo war ich? Als Kyogre uns damals erzählte, sah ich Groudon auch in einer anderen Form. Aber nicht als einziger von uns. Zweifellos übertrieb Kyogre manchmal wieder mit I. Denn mit seinen Drehungen und Wendungen erwies sich Groudon als das schlechteste Spielzeug. Wir haben es jedoch alle genossen, ihm unterwegs zuzuhören. Zum Beispiel kamen wir alle anderthalb Tage später an. Bereit machen, das Island oben. Und als nächstes machen wir eines der Story wichtigsten Kapitel. Wir sind zurück und ich will so schnell wie möglich machen, weil dieses Kapitel nach dem Epilog das längste der gesamten Geschichte ist. Und ich sehe schon, dass wir echt fuck viel haben. Deswegen fangen wir so schnell. Es geht an, um heute noch fertig zu werden. Das wird wahrscheinlich auch die längste Folge heute. Einheit 10. Ein sehr hohes Alter. Als wir fertig waren, hatte ich Angst. Während wir uns bewegten, überlegten wir, welche der folgenden Welten überleben könnte. Am Ende wurde mir klar, dass nur eines passieren konnte. Nur eine Person, die sich als zweifellos und sterblich erwies, Lord Eke. Ohne C vor dem K. Trotz dieser Tatsachen wollte ich ihn unbedingt kennenlernen. In der Mythologie erscheinen Pokémon oft freundlich. Ebenso hat er unsere Mitglieder offensichtlich nicht nach seinen Stärken ausgewählt. Ich kann meinen Freunden sagen, dass sie auch große Angst haben. Cogre sagte gut. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück auf deiner Reise. Wenn du zurückkommst, zögere nicht mehr Bescheid zu geben. Ich habe ein paar Geschichten über Groudon, die ich dir erzählen möchte. Also hör gut zu. Er schaute bei Zemus und Schellast. Also solange du das hast, mache ich gerade einen Film. Auf einer solchen Insel, die auf keiner Karte steht, gibt es nichts als einen kleinen Wald. Als wir uns auf den Weg zu diesem Wald machten, sahen wir bald ein Feuer in der Nähe eines Baumes, das nur durch Feuer entstehen konnte. Krass, Leute. Wusstet ihr, dass Feuer in der Regel durch Feuer entsteht? Ich jetzt auch. Ich schüttelte meinen Freunden kühn die Hand und kehrte zurück. Also ging ich ins Gras. Natürlich ist es nur ein bisschen seltsam mit nichts. Ein anderer geschnitzter Stein, umgeben von Flammen und kleinen Steinen. Auf einem davon sitzen Pokémon. Anscheinend sah er ihn an und sprach mit uns. Also bist du endlich angekommen. Ich glaube, diese Zeit beträgt fast drei Jahre. Setz dich auch hin. Er zeigte auf andere Steine. Wir gingen langsam zu ihm hinüber und setzten uns, ohne Pokémon anzusehen. Ich glaube, ich muss auftauchen, bevor wir gehen. Mein Name ist... Es ist Gunther, nicht wahr? Nein, es ist Günther, aber fick dich. Zuerst sah das Kanimani mit C am Anfang aus dem Licht und jetzt war ich klein. Nun, ich sehe, du bist nicht immer hier. Ich denke, sie alle verstehen, warum sie hier sind. Alle haben mit Ja geantwortet. Die Situation vor diesem Feuer war unglaublich. Die Situation um dieses Feuer war unglaublich. Ich habe meinen Kollegen noch einmal angeschaut. Erst vor kurzem habe ich ein wunderschönes Band gesehen, das er neben meiner Hand trug. Können wir gehen? Ich habe es, weil ich denke, dass alle da sind. Aber Scheinux hat etwas anderes gemacht, als ich erwartet hatte. Warte. Offensichtlich, du weißt viel über uns. Und ich weiß, dass die meisten von uns sich Sorgen um dich machen. Was? Günther war wütender, als ich erwartet hatte. Er steht auf, aber er setzt sich wieder. Wenn nötig. Ich warte hier seit 35 Monaten, aber ein oder zwei Stunden werden sich nicht lohnen. Okay, wer möchte anfangen? Scheinux und ich begannen sofort unsere Fragen zu stellen und hörten sofort auf. Kannst du nicht selbst ein paar machen? O-R-C A-R-S-E-Y Sie können ihre Besorgnis äußern. Ich sehe, was ich am Anfang beantwortet habe. Im Moment gefällt er nicht, wie er mit uns spricht. Nach dem, was sich in der Legende von Günther mit H steht da mit H gehört habe, dem Anführer von Team Round Corners, dem Retter der Zeit und von den Reihensten ausgewählt wurde. Denke ich, dass Pokémon freundlich und verständnisvoll war. Jetzt saß er vor uns und zwei Minuten später fühlten wir uns, als wären unsere Münder voll. Ein bisschen mehr Wissen ist also mehr voraus. Das ist gut, warum haben sie uns gewählt? Die Frage nach Scheinux überraschte mich nicht, sie überraschte alle anderen. Günther, sag mir, ich bin vor langer Zeit auf den Turm geklettert. Halt's Maultelefon. Chilast war darüber ein wenig verärgert, sagte aber nichts. Nun, warum nicht dieses? Okay, ich fange mit dir an, Bulby. Ich lasse dich bald wiederkommen, Scheinux. Also, lege es mal beiseite. Scheinux, wir lassen sie vorerst getrennt. Bulby, du bist hier seitdem, seit ich dich beobachtet habe. Stalker. Auch während unsere Welt noch lebt, habe ich so viele Ideen verloren wie jetzt. Ich habe lange nach potenzieller Hilfe in anderen Welten gesucht. Und ich sah dich am Anfang von all dem. Du bist besonders. Du bist nicht wie andere Pokémon. Wie kein anderer hier. Im Gegensatz zu anderen Pokémon ist deine Welt. Ja, der Satz endet da. Ich find's auch Schwachsinn, aber der Satz endet da. Stattdessen wird berichtet, dass ihre Aura einzigartig ist. Du bist noch jung, hast eine solche Reise noch nie gesehen und hast eine braune Aura. Legendäre Aura, die das Blut eines Helden oder hier eines, oder hier eines Helden darstellt. Krass. Es ist gut, dass sie Scheinux kennengelernt haben. Ich werde es herausfinden. Ich bin der Einzige, der das schon lange nicht mehr geplant hat. Sie sind der Letzte, den ich gewählt habe, sowie zu diesem Zweck. Wir werden kämpfen, meine Freunde und die Ruinen meiner Welt. Entscheidungen haben ihre Seelen korrumpiert und sie auf diese Weise versklavt. Aber wenn wir gegen Latias und Latios kämpfen würden, hätten wir keine große Karte mit einem Wasser, zwei Gemüse und einem elektrischen Pokémon. Ah, yes, die guten alten Gemüse-Pokémon. Verständlich. Ivy sollte alles so machen, nun ja, wie sie selbst. Außer ich tue dir nichts, wenn ich dich auf diese Reise schicke. Sie haben zu Hause nichts zu verlieren. Chillast, vielleicht hast du dich gut bewährt, als du deine Zeit mit Leon gespart hast. Trotzdem ist es ein wenig langweilig, es sich noch einmal anzusehen. Alles wird aufgerufen. Efeu. Sie sind hier für ihre Spende. Es ist mir egal, was du sagst, Segen oder Fluch, es ist ein Geschenk. Du hast eine höhere Dichte im Vergleich zu jedem anderen Pokémon. Sheesh, was für eine Gabe. Pokémon, die leugnen, dass sie ihre Fähigkeiten nicht kennen. Aber ich tue. Ist also für jeden alles klar? Als ich zustimmte, war mir natürlich nichts klar. Warum habe ich so eine niedrige Aura? Von wo kommt er? Habe ich es von meinen Eltern? Gunther fuhr mit einem erschrockenen Lächeln fort. Aber heutzutage gehen wir auf die sportliche Seite. Er übersetzt in Scheinux. Ich habe so viel über dich zu sagen. Scharnux ließ sich überhaupt nicht einschüchtern. Das ist gut, also fang an zu reden. Ich bin zuversichtlich, nicht wahr? Ich kann jederzeit mehrere Striche machen. Oh mein Gott, was eine Drohung. Nun, wenn sie irgendwelche Zweifel haben, dann fange ich an. Beginnen wir mit ihrer Frage. Ja, sie haben das Dach der Zeit auf die gleiche Weise erklommen. Chalast sprang triumphierend auf. Siehst du, warum sollte ich dich fragen? Das kann nicht sein, wir kennen die Geschichte. Du bist da mit Lord Ecke. Außerdem lerne ich vielleicht meine beste Freundin wieder kennen. So blöd bin ich nicht. Du hast recht, das erkläre ich dir später. Aber vorerst hast du ein bisschen vergessen. Es wurde kurz in meiner Fiktion erzählt, aber trotz aller Kristallklarheit der Elemente waren wir immer noch da. Und Zeiturm und all meine Freunde sind da. Nein, aber keiner von ihnen ist Scheinux. Außerdem war es damals fast unmöglich. Nun lass mich entspannen und erklären, weißt es. Alles wird klar, wenn du schweigst. Es ist natürlich in Ordnung ohne Scheinux, wenn meine Freunde auf dem Dach der Saison zu mir kommen. Dein Geist ist mehr als dein Körper, Seenux. Du warst damals einer meiner Freunde. Aber auf der großen Reise, Floink, nun... Du bist gefallen. In Kapitel 8 dieses Artikels haben wir dich als Freund und als Teil deines Ausschlusses. Deine letzte Frage ist, wie du diese Punktzahl bekommst. Also denke ich. Sheesh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Antwort. Deswegen habe ich dir eine zweite Chance gegeben. Ich habe dich durch Raum und Zeit geschickt und gegeben. Du bist ein neuer Körper. Chillass, dein Freund Leon ist zurück in der Menschenwelt. Also habe ich beschlossen, dass der Körper deines alten Freundes eine großartige Hülle für den Geist meines alten Freundes ist. Ich habe dich in diese Welt geschickt, um dir eine Chance für ein moderne und friedliches Leben zu geben. Das steht da wirklich so. So wie dich zu haben, in diesem Fall ist der Rücken wie eine Art Spiel. Die Tatsache, dass du und Bulby zusammengekommen sind, ist ein Spoiler für spätere Walrus-Edition. Ich meine, das steht da nicht. Ist etwas, das zufällig passiert ist. Trotz allem ist es einfach. Gibt es also andere Bedenken? Es gab einen Moment der Stille, woraufhin Yu mich fragt... Wirklich? Y-U-E Wer soll das sein? Glübiernen? Welches Kapitel ist das achte Kapitel der Geschichte? Ich war überrascht, dass ich jetzt nicht aus der Hand legen konnte. Also habe ich das Buch ausgegraben. Was damit zusammenfiel, dass ich es trotz der Verletzung durch das Wasser noch lesen konnte. Gunther war sehr glücklich. Oh, und darin, du habe mehr als das. Selbst aus der Ferne habe ich nicht erwartet, dass du ein bisschen weißt, wie das geht. Ich ignorierte es und sah auf. Ich las das Kapitel dieses Kapitels N laut, laut. What the fuck war dieser Satz? Kapitel 8 Entschlossenheit Mit der Widmung von... Mit Widm... Rettet mich, ich sterbe. Mit der Widmung von Nekrose. Ivy sagte in dieser Situation das Wichtigste zu uns. Besonders beim Massaker von Bulbasaur. Auch Xenux, der bisher nur gesucht hat, ist in diesen Tagen involviert. Warte das! Bin ich wirklich ein bieser Schur? Nur wieder im Körper, in einem anderen Leben? Das wäre ein globales Thema. Ich denke auch, dass es ein guter Grund wäre, warum Bulbi dies tun würde. Weil sie der gleiche Typ sind. Wir setzten unser fröhliches Gespräch fort. Xenux scheint gerne davon auszugehen, dass es sich nicht um einen Menschen, sondern um eine gescheiterte Geschichte handelt. Gunther saß den Rest der Zeit ruhig mit einer erstaunlichen Darstellung vor ihm. Zehn Minuten später passierte zum Beispiel... Das Unerwartete. Gunther fing plötzlich an zu lachen. Klingt laut und lustig! Wir verstummten alle, nachdem er eine Minute verbracht hatte. Als er anfing, etwas Neues zu erfinden, begann er zu reden. Kannst du ein bisschen reden? Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Damit meine ich nicht nur drei Jahre Einsamkeit, sondern auch vor ein paar Jahren. Wir alle beobachten es genau. Was ist daran so lustig? Wir haben ein einfaches Argument zu Scheinux. Nein, du redest von Bisasam. Es ist das Gleiche. Nein, nicht. Wenn sie sich ein wenig sammeln, brauchen sie sich nicht zu beschweren. Ja, es ist gut, aber es kann keine sterbende Seele sein. Dein Freund hat sich in Kapitel 9 nie wieder gesehen. Ja, aber nur als Freund. Weil er sah ihn noch einmal an. Seine Augen sind ein wenig überraschend. Okay, Bulby. Was denkst du darüber zu wissen, dass du und Floink sein geliebter Betrüger... Okay. ...seit Jahren zusammenarbeiten, wie er schrieb. Einige Sekunden rührte sich keiner. Das alleinige Geräusch, das zu hören war, war das Lagerfeuer, das unaufhörlich noch seine Funken schlug. Nach manchen Sekunden stand Scheinux plötzlich auf und ging in den Wald, ohne ein Wort zu sagen. Ich wollte ihm gerade folgen, doch meine Freunde hielten mich auf. Lass es besser, Bulby. Ich glaube, er benötigt diese Tage anfänglich ein wenig Zeit selbst. Günther verdrehte genervt die Augen. Na toll, hoffentlich nicht zu viel. Ich möchte endlich weg hier. Ist es für ihn denn ursprünglich auf diese Weise schwer einzusehen, was für ein Pokémon der in Wirklichkeit ist? Ich wusste damals nicht akkurat wieso, aber in diesem Moment war ich auf diese Weise wütend auf dieses Pokémon vor uns. Diese... Diese Nüsse! Oh mein Gott! Seht ihr? Es macht mich dumm! Es macht mich dumm! Äh... Seit wir ihm begegnet waren, behandelte er uns, als wären wir nutzlose Anhängsel. Des Weiteren sprach er in einem derart gereizten Ton, dass ich selbst hierdurch Aggression bekam. Sei du ruhig. Du verstehst offenkundig durch sie nichts hiervon, wie du mit uns umgehen solltest. Du hast uns sämtliche aus unserem normalen Leben gerissen, um deine Welt zu retten. Also behandle uns gefälligst gleichwohl mit Respekt. Lass Scheinux die Zeit, die er braucht. Nach einem Moment... Nach er... Als er einen Moment nichts sagt hatte, ich wahrhaftig die Hoffnung, er würde über das Nachdenken, was ich mitgeteilt hatte. Als er einen Moment später von neuem begann hysterisch zu lachen, verflüchtigte sich eben diese Hoffnung. Ich soll euch mehr Respekt entgegen bringen. Warum sollte ich? Seid ihr diejenigen, die beherrschen, was zu tun ist oder ich? Zusätzlich habe ich euch sämtliche lange beobachtet. Ich weiß exakt, dass ihr nicht die Ausprägung Pokémon seid, die mir demzufolge nicht hilft. Ich wollte ihm erst widersprechen, trotz alledem realisierte ich, dass er recht hatte. Ich war nicht auf jene Insel gereist, um hier abzubrechen. Und sämtliche weiteren im Team wollten ein wenig bewirken. Das letzte an, was wir dachten, war aufs Neue in ihrem normalen Alltag nachzugehen. Damit hast du recht, das stimmt. Aber ich tue das nicht für dich anstelle für die weiteren Pokémon deiner Welt. Jaja, red dir das ausschließlich ein. Also ich denke, ihr macht eine Pause, bis euer toller Freund abermals zurück ist. Etwaig denkt ihr derzeit ja noch einmal darüber nach, wem ihr vertraut. Und wie ihr mit Scheinux umgeht. Und vergesst zu keinem Zeitpunkt, was ihr zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Kopf haben müsst. Ich habe es euch längst mehrmals auf den Weg gegeben. Doch ihr solltet es ebenfalls noch einmal von mir persönlich hören. Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Socht, der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich glaube, das hat er so vorher noch nie gesagt. Aber egal. Günther zog sich in den Wald zurück und ließ uns wortlos sitzen. Und was tun wir diese Tage? Na, was mutmaßlich. Warten, bis Günther und Scheinux erneut da sind und folgend abreisen. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte aufgrund Scheinux. Ich verstand übergangsweise in keinster Weise, was Chillast mir dadurch sagen wollte. Das hatte ich mich ehrlich gesagt gleichermaßen längst gefragt. Irgendwas müssen wir ja tun. Wir können ja nicht umstandslos konventionell weitermachen aktuell, wo wir wissen, wer er ist. Ich sah die beiden einen Moment stumm an. Die beiden überlegten wahrhaft, ob sie Scheinux noch als Freund ansehen wollten. Eevee meldete sich glücklicherweise gleichermaßen zu Wort. Sag mal, was ist denn mit euch beiden falsch? Was überlegt ihr denn? Verständlicherweise können wir weitermachen wie im Voraus. Ist Scheinux aktuell auf einmal ein anderes Pokémon? Allein, weil ihr momentan nicht wisst, dass er es früher war. Machst du dir denn gar keine Sorgen? Ich meine, wir wissen ja die Geschichte um Nyxosma. Mir platzte derzeit gleichwohl geruhsam der Kran. Ähm, interessant. Ich muss den Satz nochmal vorlesen, weil ich den einfach wunderschön finde. Mir platzte derzeit gleichwohl geruhsam der Kragen. Auf diese Weise wie vorher Eevee. Sagt mal, seid ihr sofort rundum übergeschnappt? Wollt ihr momentan in Wirklichkeit starten, wie Günther zu denken? Ebenso wenn er ein bisschen anderes behauptet, versucht er offenkundig einen Ball nebst ihn und uns zu treiben. Oh mein Gott, es wird wieder Alman-Deutsch. Ähm, warum sollte Scheinux sofort auf einmal jeder beliebige anderes sein? Ich drehte mich um von ihnen weg und begab mich zum Rand der Lichtung, um mich auszuruhen. Ihr beiden seid unmöglich. In der Nacht versuchte ich lange einzuschlafen. Doch egal wie außergewöhnlich ich es eben probierte, es wollte reibungslos nicht klappen. Meine Gedanken kreisten reichlich zu rasch in meinem Kopf umher. Ich hörte noch einige Zeit Stimmen am Lagerfeuer. Trotz alledem den Inhalt verstand ich nicht. Was mit nichts, desto minder! Jawoll! Da stand das Wort! Ihr kennt es, das Wort! Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Nichts desto minder! Leute, für die, dass ihr die erste Valros Edition und dummes Denken gerade, ich wäre komplett geistert zurückgeblieben. Nichts desto minder ist ein Inside-Joke aus der Valros Edition 2 und seitdem ich dieses Wort dadurch kennengelernt habe, liebe ich es und benutze es. Wahr, dass Evies Stimme nicht während alledem gewesen war. Sie hatte offensichtlich exakt in dieser Art wenig Interesse wie ich, sich noch mit den beiden Idioten am Lagerfeuer zu unterhalten. Scheinux tauchte in der vollständigen Zeit nicht aufs Neue auf. Allerdings, ich dachte mir, dass es mutmaßlich besser auf diese Weise war. Wenn er hören würde, was Zaymobs und Schillast sagten, wäre er noch mehr in Schwierigkeiten als früher. Das ging ja jetzt doch recht schnell, ich habe auch schnell gelesen. Und boah, Digga, dieser Satz, oh, dieser Satz, Digga, mit dem, mit diesem, oh, gleichwohl geruhsam der Kragenklauch. Och, und nichts desto minder hatten wir. Und Evie, die süchtig nach DHL-Paketen ist. Wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Wir sind inzwischen über die Hälfte fertig mit diesem Projekt. Aber das ist über die Hälfte oder genau die Hälfte eins von beiden. Bis zum nächsten Mal und tschö mit... Keine Ahnung, wie schreibt man das Wort? Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hälfte. Willkommen zu einer neuen Folge der Walross-Edition, aber dumm. Wir fangen direkt an. Mal gucken, ob sich die Folge wieder ein paar geben. Insgesamt kommt dieses Projekt von den Aufrufen her nicht so gut an, wie ich erwartet hätte, muss ich zugeben. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu hoher Erwartungen gesetzt, weil es halt letztendlich doch kein Haupthörspiel ist. Aber eigentlich dachte ich mir, dass die meisten Walross-Editionen-Fans sich das trotzdem geben werden, aber... Ja, dann halt nicht. Dann muss ich damit klarkommen, wie es im Moment ist. Und das ist halt von den Bewertungen her nicht so gut. Und irgendwie ein oder zwei Folgen von dem Projekt sind ziemlich gut durchgekommen. Andere nicht. So die früheren Folgen ja, aber grad so Nummer 4 und 5 haben nix mehr so ziemlich erreicht. Aber naja, wir sind eh bald fertig und ich hoffe, dass das nächste Haupthörspiel dann wieder besser wird. Und ja, nachdem ich bisschen gerantet habe, lasst uns loslegen. Kapitel 11 Brennen ohne Feuer Ich mache mir selbst Sorgen um Scheinux. Es ist nicht wie bei Seemops und Chillast. Ich klatsch jetzt nicht mehr, nein. Weil ich ihm nicht vertraue und mir stattdessen Sorgen um ihn mache. Ich weiß nicht, wie er die Nachricht tatsächlich bekommen hat. Sobald er es hörte, ging er. Aber es scheint, als sei er erst seit einiger Zeit dort. Und seine Reaktion ist nicht sehr gut, das ist klar. Ich kann einfach nicht und ich möchte die Dinge in keiner Weise zeigen, wie es wäre, wenn ich ein bisschen... Wenn... Wenn ich ein bisschen so würde. Was war dieser Satz? Ich krieg nen Anfall, wenn ich sowas lese. Viele der Dinge, die er wie Nekrose tat, waren schrecklich, aber einige davon wurden akzeptiert. Aber in einer solchen Situation gut zu sehen, kann unmöglich sein. Für mich habe ich schon vor langer Zeit entschieden. Gunther hat Nekrose eine zweite Chance gegeben, sich zu verbessern. Auch Necrozma nutzt diese Gelegenheit. Der einzige Ort, den ich verloren habe, war Nekrose für ihn. Er wurde ein perfektes Pokémon mit einer anderen Persönlichkeit. Er wurde ein enger Freund. Und es ist für mich. Scheinux ist keine Nekrose der Mythologie, sondern Standort Neu. Ich wusste nicht, dass das ein Wort ist, aber hier steht Standort Neu als tatsächlich ein Adjektiv. Interessant. Und ich will nicht wissen, was er in seinem früheren Leben getan hat. Der Punkt ist, dass es jetzt Scheinux ist. Auch er befindet sich in einer schwierigen Situation. Ich beschloss alles zu geben, um ihr zu helfen. Außerdem war mir klar, dass Eevee bei meinem Plan an meiner Seite stehen und Scheinux ursprünglich genauso erhalten würde. Das einzige, was ich von mir erwarten konnte, war, dass Seemops und Chillers den Plan nicht ruinierten. Und eines, das auch als Problem erscheinen mag, ist Gunther. Ich bin mir sehr sicher, dass er noch die ganze Zeit wütend auf Scheinux ist. Ich werde es in dieser Geschichte übrigens auch Scheinux nennen, wie ich es selbst gemacht habe. Gunthers Ziel ist es, seine Welt zu retten und Scheinux in Ruhe zu lassen. Nein. Nein, das ist nicht sein Ziel. Aber dann hat er die Rechnung ohne mich gemacht. Als meine Gedanken weiter wanderten, hörte ich ein kleines Geräusch. Als ich mich umsah, sah ich Scheinux, die langsam ins Gras kroch und versuchte niemanden aufzuwecken. Dieser Aufwand ist wirklich kostenlos. Scheinux ist in den Vordergrund gerückt, als Gunther spurlos auftauchte. Spurlos verschwinden kenn ich, aber wie taucht man spurlos auf? Es ist eine Art Teleportation. Scheinux sah sich auch die Musik an und sah sie wütend an. Drei Erwachen des Schlafens hinzugefügt. Hm? Was ist? Es ist noch Mitternacht. Qualvoll standen sie auf. Das ist in Ordnung für dich, Chillast. Versuche es. Auf der Erde werden wir reisen. Sie wird nie leuchten. Ich mein, das stimmt im Prinzip. Die Erde leuchtet nicht und wird sie wahrscheinlich auch nie, aber... Ach, ich glaube die Sonne scheint den ganzen Tag in einer toten Welt. Für meine Hilfe sah Scheinux besser aus, als ich erwartet hatte. Haha, toll. Aber wieder Quatsch. Wir können nicht gleich in meine Welt reisen. Es gibt keine direkte Kommunikation zwischen ihr und einer solchen Welt. In der Zwischenzeit werden wir Hilfe einer dunklen Welt brauchen. Jetzt weiß er wirklich, dass alle wach sind. Die Welt ist dunkel? Ne, die heißt aus Deko dunkle Welt, aber ja. Wir müssen erst die verwüstete Welt durchqueren. Wieder leben, bevor wir eine Welt betreten, die nicht mehr entsorgt werden kann. Und was werden wir tun, wenn wir einen der Weltverwalter treppen? Geratina, I-Weltal mit I. Oder... Ivy sah ein wenig verwirrt aus und sie sah mich fragend an. Gehe jetzt. Gunter stand vor in Gras gehauenen Felsen. Was? Wie? Wie soll das gehen? Er fing an ein wenig zu arbeiten. Es ist wie ein Showfestival. Dann reparierte er das Klebeband, das sich ähnlich fand mit dem Stern, der dem Felsen zugewandt war. Dunkelheit, nutze deine Kraft. Lass uns um die ganze Welt reisen. Der Stern in seiner Hand begann so seltsam auszusehen wie ein Stein. Ich war der Letzte in der Reihe. Der Letzte mal wieder. Mann! Ich liebe Geschlechtsumwandlung in meinen Geschichten. Genau. Den Satz zeigt man jetzt irgendjemandem, der nicht weiß, dass ich so ein Format mache, sondern nur weiß, dass ich Hörspiele mache. Gibt's bestimmt. Äh, wo war ich? Ich wurde für eine Weile getötet. Was zu einer weiteren Beleidigung von Gunter führte. Ja, warum hab ich diesen... Warum hab ich weitergemacht nach meinem Beitrag grad eben? Bevor ich das Portal betrat. Also hoffte ich wirklich sofort in die starke Welt der Dunkelheit zurückzukehren. Doch plötzlich trieb ich in den Abgrund. Stattdessen bin ich rausgefallen. An den Wänden hängen einige ungewöhnliche, unbekannte Gemälde. Das einzige, was ich gut kannte, war Pokémon zu spielen. Ich hörte von überall eine Stimme sprechen. Der Name gefällt mir nicht. Da steht kein Name, aber woher weißt du dann, dass er dir nicht gef... Ich mag das nicht. Vorurteile. Reisende auf der ganzen Welt. Hört meine Worte. Hört die Prophezeiung. Der Dunkle wird zurückkehren. Der Herrscher der Welt wird zurückkehren. Es ist Zeit. Die Stunde ist nah. Plötzlich stand ich in der dunklen Welt, mitten im Eingang. Andere hatten sich um ihn versammelt und warteten auf Gunther und mich. Ich schwitzte und machte mir Sorgen, was mit mir passieren würde. Gunther tauchte neben mir auf, mit Ausrufezeichen. Evoli schien zu erkennen, dass mir etwas passiert. Sag mir, Bulbi, was ist los? Du bist wirklich erschüttert. Ist die Reise so schlecht? Ich habe gut gefragt. Du, jedenfalls war er nicht überrascht, eine Stimme zu hören, die mir in seiner Beschreibung einfiel. Sag mal, schläfst du gut oder so? Ich weiß, du bist nicht verschlossen. Fangen sie an, auf Reisen von der Welt zu träumen, mit Hilfe von... Ich habe keinen Zweifel, dass ich nicht träume. Nein, das ist... Gunther unterbrach mich sofort. Vergiss es, wir haben keine Zeit für deine Albträume. Kommen sie jetzt gerne mit. Danach gehen wir zum Berg der Wahrheit. Dort kann ich die Tore meiner Welt erschaffen. Bevor ich etwas sage, alles. Es beginnt so oder so. Meine Freunde sahen mich eine Weile an, aber es störte mich. Dann ist ja gut. Die Reise selbst ist so traurig und anstrengend, wie die Welt, in der wir leben. Moment. Die Welt, in die wir lebe. In der wir leben. Nicht die Welt, in der sie gerade sind. Ähm... Okay. Das ist natürlich auch eine Interpretationsfrage. Ich weiß nicht, warum Scheinux mich aus irgendeinem Grund so schnell wie möglich eingerichtet hat. Natürlich hatte ich gehofft, dass ich ein bisschen mit ihm reden könnte, aber er blieb die ganze Zeit Gunther und wollte nicht zu ihm gehen. Manchmal kann ich ein paar Worte mit anderen wechseln, bevor Günther zu uns sagt, wie wir uns aufs Laufen konzentrieren sollen und nicht auf Klatsch, wie er es nennt. Auch der Eröffnungstag war sehr angenehm und unverwechselbar. Erst am Abend gab es eine Szene, die etwas angenehmer war. Der Tag war sehr angenehm, stand am Anfang des Satzes. Das ergibt wieder mal keinen Sinn. Er nahm uns beim Wort und ging sofort um, wie es seine Beschreibung sagt, endlich eine Pause von unserem Unvermögen zu nehmen. Oh mein Gott, Darkrai mag keine Geringverdiener, confirmed? Ich mag keine Geringverdiener? So hatten wir endlich die Gelegenheit, ohne sie zu sprechen. Eine Minute lang schien er nicht zu wissen, was er sagen sollte. Die Situation in unserer Gruppe ist dramatisch. Erstens war Scheinock so weit wie möglich von mir entfernt und hat mich nicht gesehen. Also, was hältst du von Günther? Ich habe versucht, irgendwie ein Gespräch zu beginnen. Gott sei Dank! Günther? Also zuerst, als ich darüber nachdachte, dass ich ihn aufgrund der Mythologie lange Zeit als gutes Vorbild geliebt habe. Er war in dieser Hinsicht anders, als ich erwartet hatte. Er ist absolut freundlich und behandelt uns sehr naja. Das ist eine sehr positive Ausdrucksweise, ja. Sagen wir es so, dafür sind wir der einzige Weg zu Ende. So, wenn ich könnte, würde ich es für Groudon verkaufen. Oder Darkrai. Mit dem Rest seines Satzes. Natürlich, ich glaube nicht, dass er es so weitermachen kann. Ich sah mich um, nicht, dass er sich verstecken könnte, wo er uns zuhören würde. Aber nichts ist hier mehr als leer, also fällt es schwer zuzuhören. Ich möchte, dass er es tut. Versuche es mehr. Zumindest werde ich diesen Ruhrplatz nicht verlassen, bis Günther uns gut behandelt. Wie sie immer erwartet haben, haben sie Unterstützung für ihr Vorhaben erhalten. Scheinux allein sagt nichts. Schauen sie in unsere Augen und wenn sie denken, werden sie sagen das, was er will. Am Ende beschloss er es zu tun. Also, ich finde es nicht wirklich schlimm. Wir waren alle still. Ich denke, ich habe nichts falsch gemacht. Oh, okay. Ich glaube, Scheinux ist sehr schnell über seine Vergangenheit hinweggekommen in dieser Version. Er behandelt uns nicht gut, das ist sicher. Aber ich denke nicht, dass es schlecht ist. Denk darüber nach. Er hat drei Jahre gewartet, um herauszukommen. Die ganze Zeit würde er. Ich lebe von dem Rat, dass seine ganze Welt eine Klage ist, die mich anzieht. Glaubst du, du würdest nicht in eine solche Situation überstürzen, also gehst du am besten? Auf jeden Fall bin ich sicher, sobald sich seine Welt öffnet, es wäre besser. Bis zu einem gewissen Grad hat er es geschafft, mich zu erwischen, offensichtlich mich aufzuhalten. Der an Vamadasilito glaubte. Und dann an Vamadasilito glaubte. Google, ist das ein Wort? Nein! Das ist kein Wort! Keine Suchergebnisse auf Google. Vielen Dank! Wieso? Wie kann es passieren, dass Google Translate mir ein Wort vorschlägt und einfügt in diesen Text, dass Google selbst nicht kennt, zu dem es nicht ein Suchergebnis gibt? Wie? Seemops traf zuerst seine Entscheidung. Also ich denke, es ist etwas geht morgen. Ich denke, es wird akzeptabel sein, es wird nicht lange dauern. Und das ist wahr, wenn wir einmal erfolgreich sind, können wir auch sicher raus. Dann können die Bewohner seiner Welt es tun, wieder herstellen. Er kennt sich selbst zu keinem Zeitpunkt vollständig, aber am Ende hat er vielleicht keine andere Wahl. Also wenn alle kommen, wird er wahrscheinlich akzeptiert. Aber wenn es noch schlimmer ist, wird er seine Pläne umsetzen. Lass mich schlafen, aber jetzt stellte mir Ivy eine andere Frage. Aber Bulby, was ist es von der Stimme, die du gehört hast? Ehrlich gesagt, es wäre notwendig, dass mir noch jemand davon erzählt. Ich denke, wird so vielleicht nicht nötig sein. Gunther sollte Recht haben und denkt einfach daran. Nein, wir werden es ernst nehmen, ebenso wenn Gunther nicht. Es wird Spaß machen, wenn du das Portal verlässt. Okay, wenn du denkst. Also ich glaube, du bist zur Haustür gegangen und bist hier geblieben, oder? Alle sagten ja. Okay, offene Stimme M. Er sagte, dass der Herr der Schatten, der danach regiert, tot wird zurückkehren. Genau das stört mich. Du kennst nur die harten Nachrichten und hast Phleungs Tagebuch nicht gelesen. Das heißt kurz, dass die Macht der Finsternis derjenige ist, der nach dem Tod regiert. Warte ab, du willst nicht wirklich sagen, wird diese böse Macht zurückkehren? Das wäre fatal. Daraus folgt, dass die vollständigen Details wieder heraus sind. Was ist, wenn dunkle Macht schwächer ist als Entschlossenheit? Dies ist aber möglich, solange es ein Gleichgewicht gibt. Scheinux hat das Seemops Konzept eingestellt. Also es wäre töricht, gegen Decision zu kämpfen. Er würde die korrupte Welt verlassen und einen anderen Sklaven in seinem eigenen Leben finden. Welche Welt, abgesehen von der Zerstörung, befindet sich noch auf dieser Seite? Unsere. Es bedeutet, unsere Welt könnte in großer Gefahr sein. Alvi versucht uns irgendwie zu beruhigen. Wir müssen zuerst sorgfältig überlegen. Ist ein Traum. Aber die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Kann nichts anderes tun, als hart zu kämpfen. Mit diesen Worten endete das Gespräch. Und dieses Kapitel... So, Kapitel 2 für diese Folge. Und auch wenn es vielleicht jetzt man nicht so merkt von außen. Ich will das mal kurz jetzt anmerken. Das ist vielleicht jetzt eines der bedeutendsten Kapitel für meine ganze Art, wie ich Hörspiele mache. Die ich je machen werde. Weil ich persönlich bin einfach ein richtiger Gewohnheitsmensch. Und finde auch einfach so richtig normales Lesen viel besser als digitales Lesen. Deswegen habe ich jedes meiner Hörspiele die Texte ausgedruckt beim Vorlesen. Hat man bestimmt auch oft das Papier gehört. Aber ich werde ab heute versuchen aus der Word-Datei direkt vorzulesen. Wirklich einfach aus Umweltgründen fürs Papier sparen. Und deswegen einfach mal gucken, wie es klappt. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass gerade mit dem Mikro vor meinem Gesicht ich ein bisschen Schwierigkeiten habe damit zu lesen. Aber gucken wir einfach mal. In Einheit 12 ein guter Freund. Heute Abend war ich anders als der Letzte. Heute Abend war anders als der Letzte. Natürlich nicht so gut. Ich konnte schnell einschlafen, aber dieses Mal hatte ich einen Traum. Oder jemand hat im Traum mit mir gesprochen. Wie Gunther am Anfang der Reise. Es war auch die Stimme, die ich auf meine Reisen um die Welt so hörte. Ich fand mich in einem anderen Tunnel wieder und fiel. Dieses Bild ist diesmal viel klarer als beim letzten Mal. Da sind andere. Sie scheinen ungezügelte Kreaturen zu bezeichnen. Beende deine Reise. Beende deine Reise. Halte an oder triff die Division. Oh mein Gott. Mathematische Formeln. Nein. Ähm. Der Schattenkönig. Konkurriere nicht mit seiner Macht. Oder das wird dein Ende sein. Bereue es, solange du noch kannst. Ja. Also Leute. Ähm. Ich geh's dann mal bereuen. Solange ich dafür noch die Chance hab. Ich seh schon, ich red ein bisschen laut im Vergleich zu Sonsgat. Das muss ich jetzt auch erstmal eingepegelt kriegen. Ich wachte sofort von dem erstaunlichen Klang auf. Schweiß. Hat es wieder gewaschen. Die Nacht schien begonnen zu haben. Also hatte ich viel Zeit zum Schlafen. Aber. Ich wollte nicht schlafen. Und war in Gefahr das Geräusch noch einmal zu hören. Was er mir sagte war nicht nur schlecht. Sondern auch ein wenig frustrierend. Sie können seinen Klang im Inneren hören. Und was noch schlimmer ist. Freude. Das Schlimmste was man sich vorstellen kann. Die Freude über die Rückkehr der dunklen Mächte. Die Stimme ist sein Schüler. Teil ihres Volkes. Ich beschloss einen Spaziergang zu machen. Um mich wieder zu beruhigen. Und es vielleicht später noch einmal zu versuchen. Sobald ich aufstand sah ich neben uns jemanden am Hang. Er sah den Mond in Rot. Das ist Scheinux. Alle anderen in unserer Gruppe schliefen ein. Und Günther hielt wegen unserer Unfähigkeit inne. Ich beschloss nach Scheinux zu gehen. Scheinux ist jetzt anscheinend ein Ort. Guten Abend Scheinux. Kann ich mich hinsetzen und das tun? Er schien mich noch nie gesehen zu haben. Und ging dann eine Weile zurück als ich fragte. Die Antwort ist ein klares Nein. Natürlich. Warte. Was? Was ist jetzt die Antwort? Sobald ich mich hingesetzt hatte fing er an den nächsten Monat zu betrachten. Ich erinnerte mich wie er das letzte Mal mit mir umgegangen ist. Als er von seiner Vergangenheit erfahren hat. Ich habe eine Weile gebraucht um es selbst herauszufinden. Was ist los Scheinux? Du hältst dich mehr denn je von mir fern. Habe ich etwas? Scheinux sah zu Boden. Es hat mir geholfen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Günther hat mir alles erzählt. Ich weiß dass du sauer warst als du hörtest wer ich wirklich war. Ich habe ihn verstanden als wolltest du nicht dass mir noch etwas passiert. Dass du ihn gewählt hast. Ich brauchte eine Weile um zu verstehen was er sagte. Oh Gunther hör mir zu. Scharnox. Gunther hat dich angelogen. Er sah mich hart an. Ich versuche gerade kurz mir vorzustellen wie man jemanden hart anblickt muss ich sagen. Wie macht man das? Wieso den? Ich glaube er ist immer noch die ganze Zeit wütend über Nekrose. Vielleicht möchte er am Ende der Reise noch einmal tun. Ich bin überhaupt nicht wütend auf deine Vergangenheit. Andererseits. Du bist mein bester Freund aller Zeiten. Ich hasse diesen Satz übrigens. Ich habe das tatsächlich schon ein zwei Mal in irgendwelchen Fictions gelesen. Und an sich ja. Es ist halt so ein Satz den man nur von einem richtig kindischen Charakter erwartet. Und das so Next Level in meinen Augen. Ich meine ich weiß nicht ob ihr das anders seht. Aber bester Freund aller Zeiten. Oh Gott ich hasse es. Joa. Ich möchte dir helfen. Auf diese Weise ist alles in Ordnung. Einen Moment lang starrt er auf den Boden. Also wenn das wirklich stimmt. Er sah mich glücklich an. Danke dass du mich nicht verlässt. Ich habe mir nicht wirklich verziehen. Aber. Dank Gunters Hilfe kann ich mit dieser Denkweise leben. Er hat mich. Er hat mich über dich angelogen. Aber es ist okay. Oder nicht. Die Wahrheit dass ich sitzen könnte gleich hier. Vielleicht bedeutete es dass ich meine zweite Chance genutzt habe. Ebenso wenn es ein schreckliches Gefühl war es zu kontrollieren. War es meine Schuld auf der Reise. Hat angefangen zu erklären. Das war wieder einer von den Sätzen die wir hin und wieder haben. Von dem ich einfach einen Anfall bekomme. Als hoffentlich zukünftiger Deutschlehrer. Weil ich will Deutschlehrer werden tatsächlich. Das stimmt überhaupt nicht. Warum? Sagt die Wahrheit Bulbi. Wir wissen beide dass es wahr ist. Was ich sage wenn ich Bulbasaurus lebend und zuletzt verlasse. Nein. Ich möchte mich dem ersten widersetzen. Obwohl ich sofort erkannte dass es wahr war. Ohne Bispa Source tot wäre die Entscheidung nicht so gleich auf dieser Reise gefallen. Er selbst wird hier nicht erscheinen. Aber sie ist anders. Wäre das alles nicht passiert hätte Nick Rose nicht gegen Flink gekämpft. Es gibt keine Möglichkeit es loszuwerden und ich werde dich nicht treffen. Was kann ich heute noch tun? Ohne dich hätte ich es nicht gewagt zur Armee zu gehen. Jawohl. Endlich kommt wieder Krieg in die Sache. Es ist auch wieder ein Satz den man nicht out of Kontext nehmen sollte. Also wenn ich mich irgendwann bei einer Schule bewerbe fürs Lehrer werden. Einfach diesen Ausschnitt mit diesem Satz in den Lebenslauf packen. Und schon habe ich die Stelle. Nein. Ich kann nur mit jedem Pokémon zusammen sein ohne wirklich die Absicht zu haben hier etwas zu tun. Wäre es mit irgendwelchen Extras. Alle sind so glücklich dass sie es endlich geschafft haben ihrem Alltag zu entfliehen. Du bist nicht glücklich. Vor allem Evie. Wenn das alles nicht passiert wäre hätte er wahrscheinlich die meiste Zeit seines Lebens auf der Insel verbracht. Ohne diese Praxis hat es uns damals ein kompliziertes Leben beschert. Ebenso wenn es für eine zusätzliche Welt schlecht ist. Haben sie in unserer Welt nur Gutes getan. Aber jetzt kannst du wieder akzeptieren was du damals falsch gemacht hast. Wenn das passiert bist du ein echter Held. Da ist es uns einfach aufgefallen. Es ist nur einige der Dinge die ich getan habe konnte ich eine lange Zeit nicht gut machen. Ebenso wenn wir es nicht schaffen dass dieser Sam nicht zurückkehrt. Nein. Ich habe in meinen Augen zu viele Charaktere zurückgebracht. Eine der Sachen die ich persönlich an der Byros Edition am wenigsten mag. So ein bisschen inkonsequentes Handeln. Aber dieser Sam nur zwischendurch temporär. Was passiert werden wir sehen sobald die Reise vorbei ist. Wir saßen beide eine Weile da und beobachteten unterwegs den Mond. Wie in der ersten Nacht auf unserem Boot. Plötzlich änderten sich die Worte von Scheinux wieder. Es wurde von einem Lächeln zu einer Frustration. Bulbi Entschuldigung du wirst es nicht bereuen. I. 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 Der Satz besteht wirklich aus zwei aneinander hängenden Es. Einem Leerzeichen und dann noch einem I. Sie hören auf meine Bedenken und helfen mir. Vollzeit. Ich danke ihnen nicht. Das ist ja sehr zuvorkommend. Zum ersten Mal in diesen schwierigen Zeiten. Sie müssen nur bei der Hilfe die sie anderen Menschen geben diskriminierender sein. Nein. Okay. Also Leute. Nehmt euch ein Beispiel an Scheinux. Ich habe es in meinem Top. In meinem Video über die Auflösung der Abstimmung. Über eure Lieblings Varos Edition Charaktere gesagt. Ich kann mit Scheinux sehr relaten. Deswegen werde ich ab sofort auch meine Hilfe gegenüber anderen diskriminierender machen. Und nur noch ein Mitgefühl gegenüber bestimmten Volksgruppen zeigen. Dieses Video darf niemals an die Öffentlichkeit geraten. Sonst werde ich niemals einen Job bekommen. Äh. Machen wir weiter. Keine Ahnung. Ich bin gerade irgendwie besser gelaunt als sonst. Wundert mich eigentlich. Die letzten Tage ging es mir ehrlich gesagt nicht so gut. Aber gerade eben ist cool. Ich habe es mir angeschaut. Abhängig davon seufzte er viel. In der Nacht als wir in den Sturm gerieten. Verbrachte ich den ganzen Tag damit darüber nachzudenken was Chillast mir erzählt hatte. Ich wollte mit dieser Idee nicht leben. Sogar nachts. Für eine lange Nacht. Für lange Zeit. Zeit. Ich kann mich an nichts erinnern. Genauso wie wenn ich versuche einzuschlafen dort hingehen. Ich hörte eine Stimme aus dem Raum in dem meine Maschine stand. Aus Neugier hörte ich eine Weile zu Abra über Groudon. Ich möchte gehen wenn du das Thema wechselst. Auf jeden Fall. Insbesondere möchte ich nicht noch einmal zuhören wenn du sagst dass Abra sowieso niemandem erzählen sollte. Neugier tut so gut. Ich habe alles gehört was du was ich gesagt habe. Ich weiß noch nicht genau warum. Ich habe mich nicht aufgeregt oder überrascht. Als Ivy und Ivy an den Strand gingen hast du versucht mich dazu zu bringen besser darüber zu reden oder? Er nickte kurz. Wir hielten noch einmal kurz inne. Und? Denkst du ich bin jetzt dumm? Ich reagiere sehr stark auf diese Denkweise. Ich sah Tränen in seinen Augen winken. Ich will nicht wissen was ich tun soll. Du bist mein bester Freund. Nur du kannst in der Öffentlichkeit sprechen. Wenn das Schicksal will dass du gehst. Oh sieh mich wieder selbstbewusst an. Ich werde meine ändern. Schicksal im Notfall. Der Satz hat begonnen als wäre er von Goethe. Und hat geendet als wäre er von... Ich will jetzt... Ich hätte jetzt fast irgendwie einen typisch türkischen Namen gesagt. Aber... Nein. Das... Das stehe ich nicht dahinter. Äh... Wie vom Keck aus der 5b der nicht lesen kann. So... Fünfklässler diskriminiere ich durchaus. Ich starte es einen Moment lang. Ohne Probleme. Schweigend. Ich hatte auch Lust zu weinen. Ja du... Sprich über das was du gerade zu anderen gesagt hast. Und wirst du es ihnen erzählen? Nachdem ich mit Abra gesprochen hatte war ich mir unsicher und entschied mich später es nicht zu tun. Hilfe! Scheinux hat mir die... Vertrauen brauche ich. Oh nein. Das werde ich. Aber nicht als Gunther hier war. Eine Weile bis ich irgendwann einschlafe. Ja interessant. Äh... So weiter. Hol dein Gepäck zurück. Ähm... Caps Lock. Wir werden weitermachen! Gunther beschloss uns so gut wie möglich wieder aufzuwecken. Es dauerte eine Weile bis andere aufwachten. Ich habe im Vergleich zu den Vortagen gut gelacht, weil ich sozusagen bis zum Ende der letzten Nacht gut schlafen konnte. Ohne Träume oder Stimmen. Scheinux, der neben mir in den Bergen lag, war sichtlich aufgeregt als er aufstand. Äh... Es ist früh am Morgen. Nur noch 5 Minuten. Ehe ich mich versah, stand Gunther vor uns. 5 Minuten sind vorbei. Zumindest für mich. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht an das Zitat erinnert. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch im Original fast so drin stand. Und keine Ahnung. Ich habe mich da null dran erinnert. Aber ich fühl das. Ich fühl das. Die Fahrt war vor einem Tag. Aber dieses Mal lief ich nicht rückwärts. Sondern Scheinux folgte mir. Der Rest unseres Teams schien zu erkennen, dass alle so glücklich waren. Gunther hingegen sah uns immer wieder an. Scharnox beschloss noch einmal mit ihr zu sprechen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Darf auch irgendein Charakter in dieser Geschichte mal sein Geschlecht behalten? Wenn ich eine Varos-Edition in dumm mache? Ich glaube nicht. Weil er sie offensichtlich angelogen hat. Also wurde im selben Satz Günther jetzt als männlich und weiblich betitelt und Scheinux als weiblich. Was mich am meisten überraschte war, dass Günther in gewisser Weise etwas weniger war als am Vortag. Er korrigierte uns schnell, wenn wir anfangen zu sprechen und er zwingt uns nicht uns zu ändern. Im wirklichen Leben ist er ein kleiner Freund. Aber nur ein kleiner. Und ich sehe gerade, dass mein Mikrofon eigentlich mega low saß. Aber die Audio-Ausschläge passen also. Abends, als wir uns wieder ausruten, war es diesmal nicht zu spät. Er war bei uns und ging nicht mehr weg. Auf der anderen Seite war es schön zu sehen, dass er offensichtlich eine bessere Vorstellung von uns hatte als zuvor. Auf der anderen Seite konnte ich nicht mit anderen reden. Wie ich es in diesen Tagen geplant hatte. Natürlich weiß ich nicht, wie man es gut macht. Als ich Scheinux heimlich danach fragte, wusste er nicht, was er als nächstes tun sollte. Aber aus meinem Gespräch mit Scheinux neulich wusste ich, dass ich mit ihnen reden würde. Bevor es zu spät war. Aber für mich war es der Zweck, am nächsten Tag in eine zerstörte Welt zu reisen. Der Berg der Wahrheit ist selbstverständlich. Also habe ich mich entschieden. Ebenso, wenn Gunther mich verspotten wollte, beschloss ich ihn zu ignorieren. Und es den Leuten zu sagen, die es herausfinden mussten. Okay Leute, ich möchte euch ein wenig erzählen. Ich habe es seit Beginn der Reise für mich behalten und Abra und Scheinux lange beschrieben, obwohl ich denke und so sollte ich. Ich sage dir. Sofort erregte ich die Aufmerksamkeit aller. Oder vielleicht jemand außer Gunther. Normalerweise sieht er benommen aus, aber das bedeutet nicht, dass er nicht zuhört. Schenux lächelte mich an. Ihr kennt doch alle die alte Geschichte, oder? Günther hat auch gezeigt, dass er zugehört hat. Nein, ich weiß es zuerst nicht. Was ist da passiert? Und wenn wir mittendrin in dieser Geschichte zu sein scheinen, denken alle über meine Worte nach, was ich nicht wirklich erwartet habe. War es Gunther, der mir antwortete. Nun, das würde ich nicht bei dir haben wollen. Sie arbeiten auf diese Weise für langfristige Zwecke. Nur um zu gehen, sobald sie bekommen. Aber ich sehe nicht, warum jemand gehen sollte. Mein Plan ist vertrauenswürdig. Ich wurde bei jeder Gelegenheit berücksichtigt. Und so war alles in Ordnung. Meine Freunde, ein Narzisst. Ähm... Ebenso die Möglichkeit, dass wir die Entscheidung nicht überwinden konnten. Aber wir werden davon profitieren, wie stark sie wirklich sind. Aber wenn ich das Richtige ausgewählt habe, das mir einfällt, dann wird es klar. Ich habe es mir ganz genau angeschaut. Was? Nun, ich glaube, Günther hatte Recht. Vision ist dumm. Für alle Partner. Und ich werde tun, was ich kann, um alle davon abzuhalten. Ich stimme dem Plan zu. Und ich werde meine neuen Freunde ohne Zweifel nicht gehen lassen. Mir reicht es, allein zu sein. Erwarte keinen solchen Optimismus. Schon gar nicht dich, Günther. Danke. Morgen ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Wir treffen uns mit Resolution. Ich hielt inne. Warte. Warte. Noch etwas. Ich hörte dieselbe Stimme in meinem Traum letzte Nacht. Auseinander gefallen und... Du hast mich gehört. Gute Nacht. So, Kapitel ist rum und das lief mit dieser Form sehr gut. Das heißt, ich werde nicht mehr so bald ein Hörspiel ausdrucken. Ja, dann fehlt mir nur noch eine Sache, die ich ausgedruckt vorlesen werde. Und das ist das letzte Drittel von Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Lullaby, was ich noch aufnehmen muss und bereits ausgedruckt habe. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Gerade das zweite Kapitel hat mir ziemlich Spaß gemacht. Also, wenn es euch gefallen hat, Like und Obo dalassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Hi, ich bin der Günther. Ich komm ins Zimmer und Brude. Willkommen zu einer neuen Folge der Walros Edition 3, aber dumm. Wir haben keine sonderlich kurze Folge vor uns, kein sonderlich kurzes Kapitel. Deswegen fangen wir gleich an. 13. Minute Dunkelheit weiß alles In der nächsten Nacht herrschte Ruhe. Ebenso gelang es mir ruhig zu schlafen, aber ich hatte keine Träume. Am nächsten Morgen wachte ich alleine auf. Die Sonne steht schon am Himmel. Alle außer Gunther schlafen noch. Er sitzt am Feuer und hackt mit einigen Steinen Holz. Ich streckte mich aus und stand auf. Ebenso sitze ich neben dem Feuer. Ja, weckst du uns zum Beispiel nicht vor Sonnenaufgang? Bist du krank? Nein, ich glaube ich lasse dich heute schlafen. Du wirst noch Energie brauchen. Eine Weile habe ich neben dem Feuer gesessen und es spielen sehen. Was soll das sein? Ich habe keinen Plan, such dir was aus. Ein paar Fragen, Gunther? Du kannst jetzt, aber du wirst eine andere Antwort bekommen. Er fing an zu lachen. Also los, warum hast du Scheinux angelogen? Warum? Hast du gesagt, er ist wütend wegen seiner Vergangenheit? Er legte seine Werkzeuge weg. Sollte dasselbe sein? Nun, willkommen. Ich bin ehrlich. Ich habe gehört, dass du dachtest, ich wollte dich trennen, weil ich immer noch wütend auf Nekrose war. Das ist falsch. Das stimmt. Ähm, was jetzt? Nun, es sieht ein wenig peinlich aus. Etwas anderes. Ich hoffe. Nun, ich muss zugeben, du hast mich oft überrascht. Gestern wollte ich dich zu einer anderen Art von Rebellion provozieren. Heute. Ich weiß noch, dass du das willst. Woher weißt du das die ganze Zeit? Ja, das weiß ich. Du immer noch. Naja, aber nichts anderes. Wie können wir das erreichen? Ja, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Es gibt nichts, was wir tun können. Er sah auf den Stern in seiner Hand. Eine Sorge machen. Ne, was? Eine letzte Sache. Wie kannst du hier bleiben? Ich glaube, deine Entscheidung hat den Test bestanden. Er scheint zu denken. Ich kann dir sagen. Keine Frucht hier. Wenn ich sicher bin, bleibe ich jetzt. Er nimmt seinen Stein wieder auf und schneidet ihn weiter. Es dauerte eine Weile, bis andere aufwachten. Sie waren genauso verwirrt wie ich zuvor, aber schienen sich alle zu entspannen. Ich war der Einzige, der heute Morgen meine Meinung zu Gunther geändert hatte. Es war nicht das, was ich von der Legende erwartet hatte, obwohl es so aussah, als ob Pokémon zum Zeitpunkt des besseren Kennenlernens freundlich war. Nur ein bisschen Musik in einigen Bereichen. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll, aber ich stimme einfach mal zu. Als alle aufwachten, konnten wir noch ein bisschen frühstücken und dann ging es los in die Berge der Wahrheit. Es gibt inzwischen mehrere davon anscheinend. Unterwegs habe ich anderen von meinem Gespräch mit Gunther heute Morgen erzählt. Im Fall von Scheinux schienen sich alle von Anfang an Sorgen zu machen. Er war so aufgebracht, dass er nur noch einmal zu Gunther ging, um mit ihm darüber zu sprechen. Als er einige Minuten später zu unserer Gruppe zurückkehrte, erklärte er kurz, was sie sagten. Nun, Gunther hat mir natürlich eine Zeit lang gezeigt, dass er so beschrieben hat. Er sagt jedoch, dass er sich schon Gedanken gemacht hat. Was ich am Ende mache, wird meine Entscheidung sein. Weiter ging es mit der Entwicklung des großen Berges, den wir seit dem Vortag durch den SE hindurch sehen konnten. Auf diesen Berg werden wir am Ende unserer großen Reise gehen. Auf diese Weise fühle ich mich, als wären wir gestern abgereist. Auf einer Reise wie dieser haben wir viele Schwierigkeiten überwunden. Und ich weiß zu keinem Zeitpunkt, ob ich dem Ende der Reise entkommen kann. Aber was auch immer passiert. Diese Reise hat mir viel Freude bereitet. Tolle Fakten. Viel von neuen Modeerlebnissen. Und viele neue Freunde. Auf dieser Reise habe ich viel gelernt. Er hat mich geändert und geformt. Ich bin auf dieser Reise aufgewachsen. Ich brauchte nur wenige Stunden, um den Fuß des Berges der Wahrheit zu erreichen. Und ich war sofort überwältigt. Wie auch immer, es hat nichts mit der Höhle und Floings Geschichte zu tun. Warum gibt es hier keine gemeinsame Basis? Es ist auf der Rückseite des Berges. Dies sind die Überreste der alten Zivilisation. Wir werden zur Kamera am Ende des Tunnels gehen, um den nächsten spirituellen Stein zu finden. Sie sind die einzigen Orte, die man in der Mitte der Welt bereisen kann. Und bevor jemand fragt, das von Floing verwendete Portal ist auch gleich. Ja, aber seine Analogie ist gebrochen. Also ist dies nur für uns. Können wir weitermachen? Der Kanal vor uns hatte ein riesiges Denkmal. An vielen Stellen wurden moderne Steinmauern abgerissen und ungewöhnliche Gemälde sind zu sehen. Überall stehen Säulen, die leicht beschädigt sind und teilweise auch nicht. Darüber hinaus sind einige Objekte manchmal in Trümmern zu sehen. Ich mag diesen Ort. Gunther, dorthin zu kommen, der Berg der Wahrheit hat einen anderen Namen in deiner Welt. Lebende Wesen, wie du ihn nennst. Du meinst, den Berg, auf dem sich Pokémon-Mythen treffen. Ist das der Berg einer Welt wie dieser? Du hast... äh, du hat ihn gut bezahlt. Auch hinter diesen Bildern steckt eine Geschichte. Er hielt inne und dachte nach. Och, weißt du was? Heute habe ich ein gutes Gefühl, wie du vielleicht schon vor langer Zeit gesehen hast. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ja, im Nachhinein weiß man ja, dass Darkhide an der Stelle über sich selbst erzählt hat. Wir hörten alle interessiert zu. Vorerst, wenn du die Berge deiner Welt betreten hast, wirst du dort keine Malerei sehen. Sie sind vor der Explosion entstanden. Pokémon-Legenden aus der Welt haben entdeckt, dass das Böse kommt. Sie wissen, dass die Macht bald kommen wird. Dunkelheit. Deshalb treffen sie sich oft. Alle berühmten Staatssicherheitsbeamten. Oh, ich muss mir das Wort merken. So nenne ich ab sofort legendäre Pokémon. Staatssicherheitsbeamte. Verammelten sie... Verammelten, Digga. Versammelten sich, um über die drohende Gefahr zu sprechen. Aber einer von ihnen hat keine ernsthaften Missverständnisse und destruktiven Gedanken. Er behauptet, eine Vision zu haben. Er malte seine Vision hier an die Wand, als Warnung an alle Pokémon. Aber sie ignorierten es. Macht. Er versicherte ihnen, auch dass er im Falle eines Krieges kein Mitglied des Rates der Legenden sein würde. Also beschloss der Rat, Pokémon zu verbieten. Das... Das könnte kritisch in einem Weltenbaum der Pokémon werden. Ich weiß ja nicht, aber... Ich muss jetzt überlegen. Ich habe eigentlich schon einen super Titel für das Video jetzt. Die Staatssicherheitsbeamten verbieten Pokémon. Aber... Hast das platztechnisch? Werde ich gucken müssen. Naja. Mythos. Wenn der Rat sieht, dass etwas anderes passiert. Sie werden seine Warnung beherzigen. Er stand auf und ging zum Malen. Dieses Gemälde stammt aus der Antike, vor Jahrhunderten. Siehst du, was sie zeigen? Ich sah mir das Gemälde an, bevor ich begriff, was es war. Ich atmete. Vielleicht verstehst du nicht, Bulby. Das ist richtig. Pokémon wissen schon lange, dass Flonk eines Tages auf diese Welt gehen wird. Dieses Bild zeigt seinen Kampf gegen Gunther und seine Beschreibung ist rein. Alle anderen sind genauso interessiert wie ich. Und wer ist dieses Pokémon? Hat er die Zukunft vorausgesehen? Gunther begann unablässig zu lachen. Ich glaube, sie haben schon einmal davon gehört. Zumindest taucht es oft in Legenden auf. Scheinuk sieht aus wie Wut. Wenn du jetzt an Nekrose leidest, dann gehe ich. Gunther lachte wieder. Dieses Mal nicht. Und du machst den Job nicht. Es heißt Dark Ray. Mit Y. Die Erinnerung an Flonks Notizbuch fiel mir wieder ein. Dunkel. Das Pokémon, das ihm die Wahrheit gesagt hat. Dummes Pokémon. Das nehme ich persönlich. Jemand mit einer Technologie, die jede Realität überwindet. Im Tagebuch hat Flonks sich schon gefragt, ob in Dark Ray mehr als reine Dummheit steckt. Ach so, die reden nicht über mich. Die reden über Dark Ray, wer auch immer das ist. Mehr als reine Dummheit steckt. Und jetzt mit diesem Wissen hat Hilfe und Hilfe mein Denken wieder verändert. Und inzwischen ist ja auch klar, hinter Dark Ray steckt tatsächlich Übernatürliches. Er hat etwas Großes hinter sich. Exakt. Dark Ray ist stärker, als er aussieht. Gunther beendet seine Geschichte. Aber nicht alle Prophezeiungen von Dark Ray haben sich erfüllt. Er sah zum Beispiel, dass Kreaturen, die essen und negative Emotionen aus reinem Eis essen, die Welt verfolgen würden. In ein paar Bildern sagte die Zukunft voraus. Ist anders als Dark Force, als die Legende sagt. Ich glaube nicht. Es ist das Thema dunkle Macht. Ist für ihn eine Art Spielzeug. Er kann sie nach Belieben manipulieren. Ja, Dark Ray revealed selber, dass er die dunkle Materie literally selber kontrolliert hat und nicht ihr Untergebener war. Und das in Teil 3 der Reihe. Hm. Er führte einen von uns, immer noch erstaunt, zu einem anderen Gemälde. Dieses ein Gemälde, das wie Dark Ray die Zukunft zeigt, aber niemand weiß worüber. Normalerweise schaue ich mir das Gemälde an. Was sein soll, ist natürlich unverständlich. Aber als ich dieses Bild ansah, kühlte das Blut in meinen Adern wieder ab. Was ist das? Diesmal wirst du dort wahrscheinlich nichts Tolles finden. Es ist schwer zu verstehen. Was? Hast du es schon lange gesehen? Wann und wo? V. Letzte Nacht. Mein Traum. Ich war in diesem Tunnel. Alle Extras schienen unsicher. Nur Gunther zeigte auf einmal Interesse. Und deine Albträume? Was genau sagte eine Stimme? Ich habe versucht mich zu erinnern. Das erste Mal sagte er, hören sie auf die Prophezeiung. Der Dunkle wird zurückkehren. Der Herrscher der Welt wird zurückkehren. Es ist Zeit. Die Stunde ist da. Zittern in seiner Kraft. Der Vermesser kommt wieder. Zum zweiten Mal wurde es schlimmer. Dann sagte er, beende deine Reise. Halte an oder treffe die Division. Oh Schattenkönig. Konkurriere nicht mit seiner Macht oder dies wird dein Ende sein. Bereue, wenn du noch kannst. Stunde ist nah. Ich will mehr wissen. Als du letzte Nacht gegangen bist, hatte ich bereits angefangen mit anderen darüber zu reden. Wir denken, dass dies eine Rückkehr zur dunklen Seite bedeutet. Gunther wartet einen Moment. Das macht Spaß. Ich mag das. Er stand wieder auf. Wir machen weiter. Wir werden die Details für diesen Traum sehen. Wir fuhren weiter und benutzten die Ruinen. Ich hatte ein langes Gefühl, als ich dachte, wir sollten da sein. Hörten wir eine Stimme. Er kam vor uns aus dem Flur und sprang aus der Wand. Er kommt zurück. Meister. Ich habe nur ein bisschen Zeit verloren. Ich habe die Stimme bemerkt. So hörte ich mehr in meinen Träumen. Gunther liebt meine Musik. Was passiert? Haben sie es eilig, diese Art von Stimme zu fürchten? Kennst du es zum Beispiel aus deinen Träumen? Ich war wieder überrascht. Woher weißt du das ein bisschen? Was? Aber ich verstehe, dass dies eine Stimme ist, die dir Angst macht. Ich fand sie toll. Aber wenn sich das klingende Pokémon wirklich hier fühlt, dann können wir mehr herausfinden. Lass uns gehen. Wir fuhren weiter durch den Tunnel. Ich versuchte, meine Ängste zu verbergen, aber ohne Erfolg. Scheinux hat mir zumindest zu einem gewissen Grad geholfen. Nach kurzer Zeit erreichten wir einen langen Korridor, an dessen Ende ein großes Gebäude stand. Ich habe einen Stein in diesem Raum gefunden. Spiritueller Stein. Wir zogen weiter, unsere Stimmen waren lauter als zuvor. Als wir endlich das Zimmer betraten, war nichts da. Ich atmete ein, aber es wurde zu der Zeit nervig. Scheinux betrachtet die Decke vollständig. Ich folgte seinem Blick und sah ein wenig. Die hängenden Kreaturen auf dem Dach haben uns beobachtet. Plötzlich fiel er auf die Felsen. Bereuen! Ich wurde gewarnt! Dies dient ihrer angegebenen Sicherheit! Dieses Pokémon hat mich wach gehalten. Er ist derjenige, der in Träumen zu mir spricht. Wer brachte mir seine Prophezeiung? Gunther wirkte verwirrt. Wirklich? Hast du meine neuen Freundin einem Traum erschreckt? Das kann ich nicht von dir erwarten, Giratina mit TH. Du bist mein, woher kenne ich meinen Namen? Ich habe dich noch nie gesehen. Gunther war natürlich einen Moment skeptisch. Natürlich, nicht ich, aber mein bester Freund Floink. Statt einer einfachen Antwort begann er eine andere Prophezeiung. Meister, er kommt zurück. Damals änderten sich Gunthers Worte komplett. Warte, du meinst... Er drehte sich zu mir um. Balbi, es hat nie bedeutet, dass das Mittelalter zurückkehrt. Das habe ich auch nicht erwartet. Es spricht für Floink. Dunkler Recher, bei uns ist das eine andere Situation. Es ist besser so. Ich meditierte über alles, was ich hörte und träumte. Natürlich kann es stimmen. Giratina hat nichts von der dunklen Seite gesagt. Ja, er kommt. Haha, kommen. Konkurriere nicht mit seiner Macht. Das wird deine Absage. Gunther scheint unverständlich zu sein. Warum sollen wir mit ihm arbeiten? Er ist mein Freund. Lass uns diese Tage überleben. Plötzlich ist Giratina verrückt geworden. Sie können nicht. Es wird ihr Ende schließen. Meister, komm wieder. Das nächste Mal erscheint Ivelthal mit I. Der erste Duart. Wir werden dich nicht passieren lassen. Natürlich war die Situation schwierig, aber ich sah wenig. Aber wenn ihr beide hier seid, was ist mit Darkrai passiert? Warum ist er nicht mehr hier? Giratina mit Y diesmal. Sah ein wenig verwirrt aus. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit so viel Power hat er nicht gerechnet. Siehst du, wenn du uns verlässt, können wir ihn retten. Dann kann er genauso zurückgehen. Natürlich dachte ich, Scheinux würde diesen Streit perfekt beilegen. Aber Giratinas Situation änderte sich wieder. Nein, ich kann es nicht lassen. Sogar für die Rückkehr unseres Anführers. Er und Ivelthal bereiteten sich auf einen Kampf vor. Wir möchten, dass sie ihnen nacheifern. In dem Wissen, dass wir von der ersten großen Schlacht unseres Teams stehen. Aber Gunther hat uns aufgehalten. Hör auf, ich will das nicht. Ja, der weiß, wie man Streits löst. Genau wie es in der Schule immer heißt. Stopp. Ich will das nicht. Bitte vergewaltigen Sie mich nicht. Ich mag das nicht. Ach so, kein Problem. Ja, das hilft viel, was man da in der Schule lernt. Ich kümmere mich um sie beide. Er machte weiter. Gunther hat eine tolle Show gemacht. Ich konnte nicht genau sehen, was geschah. Aber ich konnte die Dunkelheit sehen, die von seiner Hand ausging. Ich glaube, es kam von einem dunklen Stern. Außerdem schienen ihre Augen zu leuchten. In blau. Darkrai halt. Ihr beide. Also das Darkrai halt steht da nicht, ne? Ihr beide. Lokal glänzt Giratina. Mana, mana. Gunther schien seine Wut zu sammeln. Komm. Geh. Sofort. Giratina hat ihm aufmerksam zugehört und es war vergeblich. Aber nicht ohne einen letzten Hinweis. Aber ich warne dich. Wenn du willst, dass das deine Unterschrift ist. So wie es ist. Einmal verloren sah Gunther auf eine neue Weise sorgfältig aus. Komm schon, es ist Zeit. Wir standen alle da. Absolut. Es war ein wenig überraschend. Ivy war die erste, die widersprach. Wow. Wie schön davon. Wir waren beide so wütend auf die Musik. Wie sind sie mit Günther umgegangen? Nach und nach haben wir es alle geliebt. Nun, du wirst es schon vor langer Zeit selbst herausfinden. Das ist noch ein Geheimnis. Zumindest jetzt. Also los, die zerstörte Welt wartet. Und damit sind wir fertig mit diesem Kapitel. Bis zum nächsten gleich. So, weiter geht's. Nachdem ich gerade eine Ewigkeit gebraucht habe, um das Scheiß-Kapitel in meinem Skript zu finden. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin einfach random durchgescrollt, hab dann Kapitel 13 gesehen, wusste, dass Kapitel 14 kommt. Und hab dann nicht gerallt, warum danach nicht Kapitel 14 kam. Weil anscheinend irgendein späteres Kapitel um die 17 rum vom Translator auf Kapitel 13 umgeschrieben wurde. Das ist, ja, verstehe ich. Machen wir weiter mit Punkt 14. Erster Kampf zwischen Leichen. Machen wir doch nicht weiter. Endlich ist es also soweit. Unsere letzte Reise zwischen den Welten und dieser Reise liegt vor uns. Ich habe zwar nur offene Fragen, aber ich werde sie trotzdem beantworten können. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt ist es Zeit zu gehen. In unserer letzten Schlacht, in diesen Tagen, ja, ist es noch nicht. Davor werden wir noch Guntas Freunde schlagen können, bevor ich es wieder umdrehe. Bevor wir in deine Welt eintauchen, Gunther. Denkst du, dass du dafür hart arbeiten musst? Es ist wie im Alter. Wie über den Krieg, okay? Irgendwie finde ich das passend. Weil man es immer so verbindet. Alte Leute reden über den Krieg. Warum denkst du das? Habe ich dir das nicht gesagt? Wir werden sie bekämpfen. Sobald sie müde waren, würde ich ihre Seelen mit einem dunklen Stern auswischen können. Wir werden sie am Anfang retten. Sie werden uns in der letzten Schlacht helfen. Es wird schwieriger als das. Außerdem, vielleicht kann die Dunkelheit ihrer Seelen gegen die Entschlossenheit benutzen. Nein, das hast du uns noch nicht erzählt, aber das ist gut. Das heißt, können wir lernen, sie auf gleiche Weise zu verwalten? Jaja, als ob nichts Besonderes, wie du es gerade tust. Also, bist du bereit heraus... Bist du bereit auszugehen? Alle sagten ja. Als Gunther wieder feierte, habe ich Seamops und Schelast großgezogen. Ihr zwei, ich möchte noch einmal mit euch reden, wenn wir gehen. Unter sechs Augen. Sie sahen ein wenig alt aus, sagten aber nichts dagegen. Währenddessen richtete Gunther die Tür ein. Wir kamen alle ohne Probleme auf der anderen Seite der Veranda an. Dort fanden wir uns immer wieder. Alles um uns herum war blau mit kleinen weißen Flecken. Es war, als stünde er unter einem Sternenhimmel. Seamops scheinen Ablenkungen um uns herum zu sein. Sollte es in einer kaputten Welt nicht etwas Reales geben? Woher kommt diese Lichtquelle? Vor allem ist es nicht Gunther, sondern Scheinux kennt die Antwort. Du warst du selbst. Offensichtlich ist nicht alles komplett zerstört, aber die kleinen Überreste sind noch da. Und das sind die Basics. Ist so. Also, lass uns gehen. In Zukunft werden wir eine feste Entscheidung treffen. Und übrigens, meine Freunde. Hydropi sollte der Anfang sein. Und der einfachste. Ich denke mit zwei Installationen, einer elektrischen und jedem Mitglied unseres Teams, sollte dies kein Problem sein. Auf dem Weg kamen Seamops und Chillast auf mich zu. Brauchst du noch was? Scheinux sah mich an. Ich möchte noch mit euch beiden reden. Unter sechs Augen. Kannst du noch länger machen? Ich werde auch da sein. Es? Also, für Scheinux. Wenn man seine Vergangenheit kennt, fühlt man sich zu ihm hingezogen. Aber es kam nicht wieder heraus. Im Allgemeinen habe ich nichts davon gesehen. Was als nächstes geschah? Hast du deine Meinung geändert? Oh, deshalb wollte er mit uns reden. Nun, wir haben gelernt, was wir in dieser Nacht gesagt haben. Aber du und Ivy sind schon müde. Aber es stimmt, dann haben wir über Feuer gesprochen. Feuer nicht sehr wichtig in Worten. Das ist interessant. Wir sind uns beide sicher, dass sie recht haben. Ebenso, wenn ich mir manchmal noch Sorgen mache. Aber wir haben uns entschieden, damit umzugehen. Wenn er sein Verhalten ändert, werden wir es tun. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Sprecht über die aktuelle Situation. Was ist mit euch beiden überhaupt in der dunklen Welt passiert? Zum Beispiel darüber. Nein, ich glaube die ganze Zeit daran. Aber Gunther ist überzeugt, dass ich... Genau. Na dann, wenn alles klar ist. Diese letzten Kämpfe werden wir auf jeden Fall gewinnen. Komm schon. Wir schaffen es, wenn wir zusammenarbeiten. Er sprach auch die Wahrheit. Was mir dieses Gespräch wieder zeigte. Wir sind eins. Ne, also als ich letztes Mal gezählt habe, waren das noch sechs. Komme die Gold. Wir werden diese Reise komplett beenden. Egal wie es in diesen Tagen passiert ist. Ich habe Eevee und Scheinux mit auf die Reise genommen. Scheinux ist von Anfang an am optimistischsten. Auch ich fand, dass ihre Hoffnung nicht enttäuscht wurde. Die beiden schienen gute Freunde zu sein. Und was mich so glücklich gemacht hat, war ein Gedanke. Zuerst habe ich mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn sich unser Team nach unserer Reise wieder auflöst. Aber jetzt hat niemand außer mir und Scheinux sein Betriebssystem täglich verziehen. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der in unserem Team sein möchte. Einmal haben wir diese Welt gerettet. Wir werden alle wiederkommen. Ich bin mir sicher, dass das Team noch drei weitere Teilnehmer begrüßen wird. Nur Gunther wird da sein. Nach einer weiteren kurzen Fahrt tauchten plötzlich Pokémon vor uns auf, als wären sie nirgendwo zu sehen. Es war flüssig, mit etwas Schlamm bedeckt und hatte eine rote Farbe. Keine lange Vorstellung. Er hat uns angegriffen. Kurze Real Talk Intervention. Es ist gerade so fucking weird, hier was zu lesen, wo in Kapitel 14 das Finale beginnt. Weil ich will jetzt ja nicht zu viel verraten, aber in dem Projekt, das ich derzeit schreibe, literally, Kapitel 14 ist gefühlt gerade der erste Major Plotpoint durch. Ich weiß, das klingt jetzt so, als wäre es arschlangweilig, aber es ist einfach eine andere Gewichtung von Major Plotpoints im Vergleich zu normalen Plotpoints im Vergleich zu anderen Geschichten. Allgemein das Projekt, was ich gerade schreibe. Ich bin noch nicht in der Nähe vom Finale. Aber ich kann jetzt schon sagen, es wird definitiv nicht einmal knapp die beste Geschichte, die ich bisher geschrieben habe. Sehr, sehr deutlich. Aber ja, darüber werdet ihr auch in der Zukunft noch mehr erfahren. Äh, hier waren wir. Wir wollen auf die gleiche Weise kämpfen, als Gunther die meisten von uns anrief. Glübiernen, Schenux, Suche, Efeu, Halt! Wir haben alle zugehört und sind innegehalten. Nur Cellast entkam mitten in der Schlacht. Was ist los, Gunther? Werden wir nicht auf der Cellast-Seite sein? Alles ging schneller, als ich dachte. Ich werde ihnen diesen Plan nicht erklären. Drei helfen, Bulby, Schenux, Evi. Wenn auch nur vorbei. Hinterrücks. Seemobs, bleib im Hydropi. Wir haben es uns alle angeschaut. Aber warum? Ich erkläre es gleich. Trotzdem kann Cellast Hydropi selbst geordnet verwalten. Helfen sie ihr in diesen Tagen. Komm schon. Wir taten, was er sagte und blieben zurück. Und unterstützten Cellast ein wenig. Es scheint nicht nur ein echtes Argument zu sein, denn es läuft gut. Nichts desto trotz... Nicht nichts, desto minder... War mir von Anfang an klar, dass Hydropi die stärkste Kraft im Charakter ist und der Kampf dagegen relativ einfach sein sollte. Natürlich scheint Hydropi nicht zu schwach zu sein. Plötzlich kam Schenux vor uns heraus und startete seinen stärksten Angriff. Thunderbolt Unser Feind fing an zu zittern und kam zu Boden. Der rote Schlamm kam von ihm herunter und ging in den Boden. Sofort stand er wieder auf. Was? Wo bin ich hier? Er schien noch ein wenig zu warten, dann wurde er ohnmächtig. Warte, ich weiß es wieder. Entscheidung. Günther blieb stehen. Hol dir Hydropi mit IE am Ende. Zum ersten Mal sahen sich solche Menschen um uns herum, bis seine verwirrten Augen Günthers Blicke trafen. Günther, bist du das wirklich? Was machst du hier? Und... Er hat uns alle noch einmal angesehen. Wer bist du? Einfach für euch alle. Ich erkläre dir, Hydropi, alles, dann verrate ich dir den Kampfplan. Also fing Günther Hydropi an, alles zusammenzufassen, was in letzter Zeit passiert war. Beziehungsweise Hydropi mit Y jetzt am Ende. Er erzählte Hydropi alles, was er wissen musste. Sehr zu meiner Überraschung. Sie schwieg über die Vergangenheit von Scheinux. Hydropi scheint viel Zeit zu zahlen. Als klar wurde, dass Günther fertig war, sprach er noch einmal. Okay, ich bin es mir selbst schuldig, jetzt hier zu sein, aber... Er sah Günther an, ohne zu fluchen. Niemand liebt diesen Job wirklich, Günther. Die fünf sind Kinder, was war das für ein Schock? Zum ersten Mal seit Hydropi aufgewacht ist, sprach eine unserer Ankündigungen. Ivy, die von der Beschwerde nicht begeistert zu sein schien. Wer denkt, dass wir nicht so alt sind wie du? Äh, das sind einfach Fakten. Sicher können wir ihnen mehr helfen als sie. Wieder hat unser neuer Teamkollege eine Weile geschwiegen. Ja, ich glaube dir, aber Entscheidung ist das Gegenteil der berühmten Klasse. All unsere Mitglieder haben keine Chance gegen sie. Das stimmt. Du gibst keine Chance. Sekunde. Sie spielen jetzt, aber ich gegen sie bin. Dann haben wir eine Chance. Also Kampfstrategie. Scheinux, rette deine Arbeitskraft und höre auf meine Regeln. Auch wenn ich klargestellt habe, dass du dich verteidigen musst. Wollen, dass Celast für sich selber kämpft, weil er weniger Strom braucht. Seemops, du bist nicht beteiligt. Im nächsten Krieg werden wir es genauso machen. Wir werden Latias und seinen Bruder treffen. Wann werden wir es genauso machen? Wann? Nein. Okay, danke für die Antwort. Scheinux, Celast und Hydropi, du machst die Dinge im Hintergrund. Hat geholfen. Ivy, Seemops, du wirst in der ersten Reihe sein. Wo du heute Nacht wie ein Ara kämpfen wirst. Also bist du stärker im Angriff als Felinara. Birnen. Vermeide das. Ich bin ein bisschen traurig. Wirklich? Warum? Es ist langweilig. Nur du hast so viele Konflikte und spirituelle Angriffe. Du wirst nicht in der Lage sein, auf dem Schlachtfeld zu stehen. Deine Zeit kommt noch. Ich habe das Modell gesehen. Es ist schlecht. Des letzten Krieges also doch. Also machten wir weiter, jetzt verbunden mit Hydropi. Er sah immer noch misstrauisch und wahnsinnig aus. Aber ich sah ihn, nachdem er gestorben war. Solange er uns am Anfang besser abgeschnitten hat als Gunther. Gingen wir noch eine Weile weiter und ich fühlte mich wohl. Ich weiß, dass wir jederzeit angegriffen werden. Aber wir waren nicht überrascht. Es kam ein bisschen anders. Hydropi blieb abrupt stehen. Sie legte den Kopf auf den Kopf, was ihr das Gefühl gab, Schmerzen zu haben. Seine Augen schlossen sich für einen Moment und er wandte sich sofort diesem Moment zu. Die erste von vier Key-Szenen in der Walross-Edition, die alle erst am Finale der Walross-Edition 6 erklärt wurden. Jede Geschichte nach dem dritten Teil hatten so eine. Das ist ein sehr bedeutender Punkt für die Reihe. Was ist das? Wir haben alle unsere Reise abgebrochen. Stimmt etwas nicht? Geht es dir gut? Mein Kopf fing plötzlich an und als ich meine Augen schloss, fand ich vor mir... Du meinst, du hattest einen bösen Traum? N? Wir sahen uns alle senil an. Exkursieren... Okay, wartet einen Moment. Das soll Rayquaza heißen. R-E-I-K-V-A-Z-A. Wie kann das so explodieren, dieses Wort? Du meinst die drei Märchen-Pokémon? Sind es Kyogre und Gruden? Wer nickte? Hast du eine Ahnung, woher das kommen könnte? Debatte. Es war ein Traum. Sie waren lange Zeit bewusstlos und es ist unwahrscheinlich, dass sie aus diesem Weg herauskommen. Andere glückliche Antworten. Ich will jetzt keinen Streit mit Gunther haben, aber was ich immer noch denke... Warum lügt er? Ich habe es genau gefunden. Gunther weiß ein bisschen, dass er uns nichts sagen will. Ich beschloss, ihn nach der Reise noch einmal zu treffen, bevor wir zurückkehrten, aber vorerst habe ich beschlossen, weiterzumachen. Diese Reise brachte bald das, was ich erwartet hatte, als zwei Punkte in der Ferne am Himmel auftauchten und mit hoher Geschwindigkeit auf uns zuflogen. Jetzt ist deine Zeit, Seemobs. Ich habe dich nur für diesen Kampf in dieses Team gesteckt. So, Kapitel rum, Folge rum. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Und Like und oder Abo dalassen. Nächstes Mal... Sekunde, ich öffne kurz das Programm. Ich öffne Word wieder, weil ich es schlauerweise schon geschlossen hatte. Mich interessiert nämlich gerade, wie viel uns noch bevorsteht, weil ich die Kapitelanzahl nicht mehr ganz auswendig weiß. 19 Kapitel gibt es in dieser Geschichte. Und 14 haben wir hinter uns. Dass der Epilog alleine steht, ist, denke ich, sinnvoll, weil er so lang ist. Das heißt, drei Folgen stehen uns noch bevor. Drei Wochen und dann ist das Projekt rum. Na dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hi, ich bin der Günther. Ich komme zu meinem Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Varos Edition 3, aber dumm. Der Countdown zum Ende beginnt. In dieser Folge wird bereits das Determination Battle in dämlich stattfinden. Aber vorher fehlt uns noch ein Kapitel, worum wir uns direkt kümmern. Einheit 15 Noch einer Zwei Mythen über Eon-Pokémon greifen uns an. Eine rote Nase bedeckte sie zunächst mit Hydropi. Ich wollte mich gerade ins Schlachtfeld stürzen, als mir einfiel, wie Gunther es geplant hatte. Ich durfte nur anderen beim Kampf zusehen. An diesem Punkt fühlte ich mich motiviert. Ein Drang, der mich dazu brachte, mich auf das Schlachtfeld zu stellen. Aber ich will nicht gegen Gunthers Plan verstoßen. Vor allem, als er sah, dass er die Wahrheit sagte. Diese beiden Drachen nutzten nur ihren spirituellen Angriff, was Eevee gut macht. Was mir das größte Unbehagen bereiten wird. Wenn ich in diesen Kampf gelange, hätte ich keine Überlebenschance. Gunther selber tat dasselbe, was mich in der ersten Generation sehr wütend machte. Er stand am Rande und sah, was passierte. Obwohl er der mächtigste von uns allen galt, verspürte er nicht das Bedürfnis, alleine zu sein. Aus diesem Grund wusste ich, durch die Anleitung, die er meine Freunde anrief, dass er dem Kampf von überall her große Aufmerksamkeit schenkte. Der Kampf schien intensiver als der Kampf gegen Hydropi. Jeder, der in irgendeiner Weise in den Krieg eintrat, sei es durch Arbeit oder auf Reisen, wurde von seinen Brüdern und Schwestern belästigt. Ich versuch's nicht zu kommentieren. Machen wir weiter. Evoli und Seemops gaben ihr Bestes im Angriff. Seemops war offensichtlich in jeder Hinsicht motiviert, alles für diesen Kampf zu geben. Vielleicht mit dem, was Günther vor dem Kampf im Kopf erklärt hatte. Die Schlacht verlief jedoch nicht ganz nach Günthers Plan. Als Scheinux schließlich selbst kompromittiert wurde. Es ist mal wieder Zeit für Google. Kompromittieren. Was bedeutet das? Es ist ein Wort anscheinend und zwar, ja, Häufigkeit 1 von 5, das habe ich mir gedacht. Durch eine Äußerung oder ein Verhalten jemandes dem eigenen Ansehen schaden. Interessant. Interessant. Beschloss er zu wechseln. Sag Linux, gib nach, ich nehme es. Ich sah Gunther genau an und er schien sehr schnell zu verstehen. Du kannst nicht kämpfen, wenn du Bulby aufhalten kannst, vergiss es. Ich beobachtete, ein wenig enttäuscht, wie es auf das Schlachtfeld stürzte. Da Scheinux nicht meinte, es würde es nicht sehen. Er schloss sich mir an, weit entfernt von dem Kampf, der vor uns lag. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles ist gut, ich könnte ewig so weitermachen. Ich weiß nicht mal, warum Gunther mich angerufen hat. Naja, das muss etwas mit mir zu tun haben. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Er sah unsere Freunde wieder an. Sie sind es leid, alleine zu sein? Ich meine, du kannst ein bisschen mehr trainieren. Ich dachte an unsere Reise. Nur das gefiel mir. Er hatte recht. Ich hatte die ganze Zeit keinen richtigen Kampf. Ich habe mir erlaubt, vor dem Hintergrund von Hydropi zu agieren. Jedenfalls habe ich mich entschieden, es ehrlich so zu interpretieren. Denken Sie daran, wie viele Schlachten auf der Floing-Reise ausgetragen wurden. Nachdem ich diese Idee umgesetzt hatte, steckte ich ein wenig in das, was passierte. In diesem Moment klopften Yui und Zay-Mobs. Sie können das letzte wichtige Ding schlagen und uns in diesem Kampf gewinnen. In ähnlicher Weise reisten zwei Äonen-Brüder und Schwestern zu Erde und der rote Schlamm trat in die Erde ein. Schein-Ox und ich gingen mit unseren Freunden. Zay-Mobs sah lustig aus und war voller Adrenalin. Das ist großartig, wir haben sie komplett gezeigt. Yui sah ebenfalls toll aus, während Günther sich auf die beiden Drachen um uns herum konzentrierte. Sie sich langsam kennenlernten. Äh, das sind Geschwister, die sollten sich nicht kennenlernen jetzt. Was zum Teufel getan? Latius sah genau hin. Oh mein Gott, drittes Äon-Pok- Ne, warte, in meiner Lore gibt's ein drittes Äon-Pok- Fuck! Ich kann nicht genug über Latius sagen. Er betrachtete, wie ungewöhnlich wir in keiner Weise waren. Wie bei Hydropi liegt der Fokus weiterhin auf Günther. Träume ich? Sind sie Günther? Er hat ihnen beiden erklärt, was er bei Hydropi gesagt hat. Diesmal machte er es kurz und verlor versehentlich einige wichtige Fakten über die Vereinigten Staaten. Interessant, also, äh, Darkrai ist im Prinzip, ähm, der ist Amerikaner mit Leib und Seele. Der erzählt immer über Amerika, wenn er eine Chance dazu hat. Ich muss es wissen. Heil Obama oder so. Äh, wo waren wir? Er gab alles über sich direkt bekannt, außer der Frage, wie er hier sein würde. Nach seiner Geschichte wanderte Latias' Blick wieder zu unserem Team, aber dieses Mal hat sie unsere Aufmerksamkeit wirklich auf sich gezogen. Dann denke ich, dass ich richtig denke. Ist es deine Schuld, dass wir es wieder wissen? Vielen Dank. Ich bin übrigens Latias, wenn Günther es dir nicht schon lange gesagt hat. Ich bin Latius. Okay, sorry, gibt doch kein neues Äon-Pokémon. Latias hat sich nur umbenannt, der mochte sein Vokal nicht. Ich bin glücklich, aber wer bist du? Günther ist nicht mehr so gut wie früher. Jetzt bin ich in einem entscheidenden Moment. Ich denke wirklich, es wäre besser, uns ein bisschen mehr über diese Kinder zu erzählen, als ein paar Stunden über deine Pläne. Nun, das ist nicht gleich wichtig. Würden Sie es bitte kurz ausdrücken? Günther, der über Latias letzte Aussage oft verärgert war, schlug etwas anderes vor. Heißt, dass wir können warten, während wir alle da sind. Ansonsten müssen wir alles neu machen. Wir werden Lord Ecke noch finden. Können wir es wieder auf unsere Seite bringen? Das ist toll, aber was haben Sie in unserer Zeit getan? Ich sehe nicht viel. Günther lachte viel, manchmal vorweg. Durch Ihr Lieblingssystem. Viel Abdeckung, um allen zu helfen. Zwei unserer Entwicklungskollegen sahen es etwas verwirrend an. Dann werden wir gegen Lord Ecke kämpfen. Aber danach, dann werden wir diese Welt retten. Falsche Stimme. Ich mache die Stimme eigentlich sowieso nicht. Warum habe ich gerade ein bisschen Stimme gemacht? Es ist nicht das erste Mal, dass Ivys Enthusiasmus uns alle überrascht hat. Aber wir sind uns alle einig. Also haben wir uns auf den Weg gemacht. Und sind so Lord... Was? Und sind so Lord Eckes Führer geworden. Ich habe gerade überlegt, inwiefern das jetzt mit den YouTube-Richtlinien passt. Aber ich überlege gerade. Und das muss ich gerade ganz dringend googeln. Tut mir leid. Das ist eine wichtige Angelegenheit, damit ich weiß, wie viel davon ich im Video drin lassen kann. Und wie viel vielleicht raus sollte. Ich gucke auf YouTube. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition... Aber dumm... Zwei. Aha, Walross Edition 3 aber dumm wird öfter gesucht als Teil 2. Ihr wolltet die Geschichte wohl tatsächlich. Warum zeigt ihr das dann nicht mit den Klicks und wie... Okay, es ist möglich, dass ihr einfach, äh... Dass manche einfach nicht so zugucken wollen wegen der Länge der Folgen diesmal. Wäre möglich. Was zum... Ich sehe gerade, was zum Fick waren meine Titel in Teil 2? Google Translate... Ja, ja. Darkrai war schon ein pädophiler Führer in Teil 2. Easy. Dann können wir das machen. Aber bevor wir eben beginnen, erklärte Gunther ihm den Plan für einen weiteren Kampf. Wenn wir Lord Ecke treffen, das wird mein Kampf. Ich mag diesen Ausdruck nicht zwei Sätze, nachdem das Wort Führer verwendet wurde. Oh mein Gott. Hier eskaliert es ein bisschen. Und ich sehe schon. Meine Mikrofoneinstellung ist heute nicht so ideal. Aber gönnt euch. Boah, ich muss auch sagen, kurzer Real Talk. Ich schweife heute ein bisschen öfters ab. Aber fuck it. Ähm... Das ist eins der schwächsten Kapitel der gesamten Valros-Editionsreihe für mich. Ich wollte eh irgendwann mal ein Top Ten meiner persönlichen Lieblingskapitel machen. Das hier wäre eher so Bottom Ten, weil die Kämpfe in der Valros-Edition nicht gut waren. Da freue ich mich schon auf das übernächste, richtige Hörspiel. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich da endlich die Formel gefunden habe, Kämpfe in einem Hörspiel zu einem Highlight zu machen, wie sie es sein sollten. Weiter geht's. Sie stellen nicht zusammen. Also machten wir uns wieder auf den Weg. Dieses Mal nicht nur miteinander, sondern mit zwei neuen Freunden. Andere Fahrten sind ruhiger als zuvor. Es gibt keine Unfälle. Hydropie oder die beiden Brüder haben das Foto oder ähnliches nicht gesehen. Ansonsten sprach niemand. Zuerst fragte ich mich warum, aber bei jedem Schritt fühlte ich mich ähnlich wie vielleicht andere. Da die Landschaft dunkel war, war auf unserem Weg wenig übrig. Flair ist etwas Großes. Man spürt fast ein Machtgefühl. Als Gunther endlich sprach, wusste ich, warum das alles geschah. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Ich habe Lust. Entscheidung. Wir sind zu ihm gegangen. Außerdem möchte ich, dass unsere Reise zu Ende geht. Nach einer weiteren Reisezeit blieb Gunther abrupt stehen. Indem er sich umdrehte, bedeutete er uns zu bleiben. Ich ging oft einen weiten Weg zurück zu unserer Gruppe, konnte also nicht sehen, was los war. Aber als ich die Bude brennen sah, wusste ich, was los war. Und bevor Pokémon unsere Sammlung entdeckte, machte Gunther schon seinen ersten Angriff auf seinen besten Freund. Wir blieben alle stumm, als Gunther mit seinem Kampf beschäftigt war. Dagegen will sich niemand wehren. Ich wollte versuchen, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, also habe ich ein bisschen von mir selbst entdeckt. Obwohl ich versuchte, mit anderen zu sprechen. Es gab keine Geräusche, die leicht herauskamen. Die Aura, die mich umgibt, erschreckt meine Freunde nicht so sehr, dass sie nicht reden wollen. Sie können es nicht. Es kann also das Einzige sein, was ich nun tun kann, um einen Blick auf Gunther zu werfen. Trotzdem machte das Zuschauen keinen Spaß. Wie auch immer, ich habe im Hinterkopf behalten, dass Gunther und Lord Eke harte Pokémon waren. Aber diese Art von Kampf zeigte etwas anderes. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Vorteil, aber es stellte sich sofort heraus, dass Gunther die Hauptstütze in diesem Kampf war. Er schien den Kampf für sich selbst zu genießen. Sein Kollege tat sein Bestes, um die Dinge zu ändern und gab zu, dass Lord Eke es mit Doppel-K angriff nutzlos schien. Trotz seiner Bemühungen setzte Gunther alles daran, das Böse abzuwehren. Gunther nutzte seine Wasserschlacht nicht den ganzen Kampf. Vielleicht, weil er dachte, es würde müde werden. Äh, Funfact, falls irgendwer das Intervall aus Edition 3 nicht gerallt hat. Logischerweise setzt Gunther in dem Kampf keine Wasserattacken ein, weil es freaking Darkrai ist. Und Darkrai kann tatsächlich keine Wasserattacken. Und damit es nicht zu auffällig ist, hat er nicht gerade Finsteraura oder Spukball oder so benutzt, sondern einfach nur Krallenhiebe. Stattdessen greift er das Fleisch an, oft mit seinen Nägeln. Der Kampf dauerte mehrere Minuten, bis plötzlich die Flammen immer erloschen waren. Schlamm ist bei ihm. Ich fühlte mich frei. Es war, als könnte ich endlich aufatmen. Es war, als hielt er etwas meinen Atem an. Was von beidem jetzt? Als nächstes hörte ich Gunthers Rede. Es ist anstrengend. Naja, jedenfalls kannst du noch eine Weile reden. Die Flamme braucht guten Sauerstoff zum Abheben. Also es ist schwer für sie zu atmen und zu kommunizieren. Jetzt muss alles geändert werden. Es sei denn, du schweigst für meine Regierung. Okay, Darkrai macht Propaganda. Oh mein Gott, Darkrai ist Josef Goebbels? Zu was für Schlüssen kommen wir heute schon wieder? In dieser Zeit realisierte Lord Ecke etwas Neues. Oh mein Kopf, was? Kaum sah er Gunther vor sich stehen. Gunther, warum bist du hier? Ich habe auf eine Entscheidung gewartet und du auch. Latis, Latios, Hydropi. Wie kannst du hier bleiben? Zu Gunthers Zeit sehr vorsichtig. Du musst mir alles kurz erklären. Kurz berichtet beschreibt Gunther das gleiche auch als ein Ort, um Gäste aus Latia und Latios zu empfangen. Na danke dann. Er wandte sich an mich und meine Freunde. Vielleicht waren sie die fünf Auserwählten von Gunther. Wer bist du wirklich? Nun ist es Zeit für eine Einführung. Oder in Ordnung, wer sie sind und warum sie hier sind. Seemobs begann zu färben. Ich bin ein Wasserwischer. Heute haben wir viele große Plot-Twists in der Valros-Edition, aber Dummlor. Hydropi ist in Wahrheit ein Scheibenwischer. Darkrai ist Josef Goebbels, der Propagandaminister des Nationalsozialismus. Latios hat seinen Namen geändert, weil er rassistisch gegenüber dem Vokal O ist. Was zum Fick rede ich? Ich komme aus der Arktis. Ich bin noch nicht gesehen hat. Ah ne, ich bin hier, weil er schien über seine Aussage nachzudenken. Nun zum Teil, weil Gunther es noch nicht gesehen hat. Aber auch wenn ich bei der letzten Wahl dabei war, bin ich immer noch hier. Das freut mich sehr. Ich bin Schalast aus Schmuckstadt. Das ist Schatzstadt für dich und ich bin hier, weil ich keine Zeit verschwendet habe. Natürlich wie du, Lord Natural. Ich bin Ivy. Ich komme aus Wald. Aber ich habe die meiste Zeit auf einer einsamen Insel. Bevor wir neue Leute kennengelernt haben, haben Scheinux und ich beschlossen, uns vorzustellen. Ich bin Scheinux. Wie eine Stadt der Metalle. Ich bin hier wegen dem, was ich in der Vergangenheit getan habe. Ich habe im Vorfeld überlegt, wie ich mit der Situation umgehen soll. Obwohl er ein paar neue gierig hinsah, war er mit dieser Aussage immer noch nicht einverstanden. Ich bin Balbi aus Schmuckstadt. Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, eine besondere Aura zu haben. Ich habe hier mein Team rund um Scheinux versammelt. Außerdem plant Günther meinen Kopf für Teams aus unserer Welt. Frag nicht warum. Ich frag aber warum. Warum? Jetzt haben sich unsere neuen Kollegen vorgestellt und ein paar Worte erklärt. Wie ich so oder so erwartet hatte, wird Evoli mit etwas Wichtigem konfrontiert. Trotzdem wurde es ausdrücklich begrüßt. Es zeigte andere Dinge durch seine Macht und erklärte die Probleme, mit denen er in ihrer Vergangenheit konfrontiert war. Immerhin hat Günther, der in unserer Show geblieben war, das Thema wieder gebrochen. Nun, heute kennt ihr euch alle irgendwie. Ich möchte mit ihnen über meinen Kriegsplan sprechen. Oh mein Gott, Digga. In diesem Kapitel spricht alles dafür, dass Darkrai Goebbels ist. Für unseren letzten Kampf. Ich hoffe, sie sind bereit. Also wo fangen wir an? Naja, Ivy, du kannst nicht kämpfen. Was? Als ob du nicht Scheinux und Bulbi. Das gefällt mir nicht besonders. Ich habe lange erwartet, dass er sie beide vor dem letzten, zweiten Mal mit Lord Eke vorstellt. Damit wir ihnen auf missbräuchliche Weise helfen können. Wo sie beide spielen. Toller Teil. Ihr zwei passt auf mich auf. Du bist unser wichtigster Kämpfer in diesem Kampf. Dahinter als erfahrene Soldaten. Sie sind die beiden wichtigsten Kämpfer. Punkt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich akzeptiere nicht, wieder zu sprechen. Du wirst es herausfinden. Ach du meine Fresse, wenn hier schon im ersten Kapitel heute der Goebbels abgeht. Und beim nächsten Mal gleich, beziehungsweise für euch, die Termination Battle. So, vielleicht ist es eine Scheißidee, aber ich will es zumindest jetzt mal versuchen. Man hört es vielleicht raus. Ich war jetzt schon. Habt ihr vielleicht im Community Post gelesen? Eigentlich die ganze Woche erkältet. Und ich gehe das Risiko. Jetzt. Aber mein. Entweder kriege ich das jetzt aufgenommen. Oder es... Sekunde. Die Audio war wieder nicht super. Also entweder kriege ich das jetzt aufgenommen. Und die Folge kommt recht pünktlich. Oder ich muss das hier löschen. Und ihr seht die Folge verspätet. Weil wenn ich es heute nicht aufgenommen kriege. Dann kann ich die Folge nicht mehr pünktlich machen. Punkt. Kapitel 16 Der Kampf gegen den Richter der Welt Entscheidung Ich höre nicht auf andere Welttreppen. Mein Gedanke ist nur einer. Ich werde vor dem Krieg kämpfen. Der Macht zu widerstehen, die die Welt zerstören kann. Meine größte Sorge ist meine alte Angst. Irgendwie ist die Audio gerade komisch. Aber wundert mich wenig bei meiner Stimme. Der gefährlichste Ort. Das Schicksal wählt denjenigen aus, der untergehen will. Mit der Zeit schien alles in Erwägung zu ziehen. Und Gunther stand auf. Nun, ich habe lange gewartet. Funktionieren die alle? Können wir in den Krieg ziehen? Ich möchte Nein sagen, aber ich weiß, es wird sich nicht ändern. Ich konnte für den Krieg, der mir bevorstand, nicht bleiben. Egal wie lange ich wartete. Also gingen wir zum Letzten. Zum letzten Mal während dieser Reise gingen wir als Gruppe. In der Entwicklung des Feindes. Ich muss während meiner Reise ein schreckliches Gefühl gehabt haben, denn Evie sprach mich bald darauf an. Du machst dir Sorgen, nicht wahr? Als Antwort bedeckte ich meinen Kopf. Das solltest du nicht. Ich verspreche dir, ich werde mein Bestes tun, um zu bleiben. Und ich bin nicht der Einzige, der sein Versprechen bricht. Äh, das macht wenig Mut. Würde ich jetzt denken. In diesem Leben. Gunther selbst war auch dabei. Auch wenn du noch nicht der wertvollste Freund unserer Gemeinsamzeit geworden bist, wird es dir auch helfen. Da bin ich mir sicher. Ich wollte etwas dazu sagen, als Gunther uns wieder aufhielt. Wir waren auch dabei. Ich fühle mich einfach so stark. Nur Bestimmung. Noch wenige Minuten. Bist du in deinen... Bist du in deinen Händen? Er erwartete offensichtlich sehr positive Antworten, denn er schien besorgt über meine Reaktion zu sein. Nein. Verzeih mir. Möchten Sie jetzt ein Beispiel hinterlassen? Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Ich werde kämpfen, keine Sorge, aber kann ich bitte vorher mit meinen Freunden sprechen? Irgendjemand in meiner Welt? Sie war ein wenig verärgert, aber sie hat zugestimmt. Er und ein paar seiner ehemaligen Teamkollegen konnten ein paar Meter laufen, während meine besten Freunde noch da waren. Eine Weile sagte niemand viel. Die Zeit kann langsam kommen, so... Nicht wahr? Wieder Stille. Ich dachte noch einmal über alles nach, was ich sagen wollte und hielt dann die Klappe. Es klingt nach einer guten Idee. Okay, ich sagte ja, ich möchte noch einmal mit dir reden. Wir haben jetzt viel hinter uns, okay? Die meisten davon sind für mich und Scheinux und ich möchte ihnen noch einmal danken. Egal was passiert, diese Reise macht so viel Spaß. Wenn Sie daran denken, was ich in meinem früheren Leben durchgemacht habe. Diese Reise war ziemlich ähnlich. Das ist nicht positiv. Wir haben alle viel durchgemacht und ich weiß nicht, wie du aussiehst. Diese Reise, was immer es war, hat mich mitgenommen und verändert. Egal wie sie endet, ich werde dir für immer danken. Wieder Stille. Aber sollten wir nicht eigentlich wirklich dankbar sein? Sie haben beide ein ruhiges Leben verlassen, nur um dieser Reise willen. Es hat uns also geholfen. Was ich sagen will ist, wir drei haben nicht viel Zeit gespart, oder? Zu meiner Überraschung wechselte Chillers das Thema. Sag mir die Wahrheit, Bulby. Du willst uns mehr über das Ausschließen deiner Gedanken erzählen, nicht wahr? Vielleicht verrät meine Zukunft alles. Ich denke schon. Es scheint nicht glatt zu gehen, um dir echtes Vertrauen zu geben. Jedenfalls ist es dasselbe, wenn wir nicht wissen, was passieren wird. Dann können wir zurück. Plötzlich tut es mir leid. Ich weiß warum. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, meine Gedanken zum ersten Mal mit meinen Freunden zu teilen. Willst du nach Hause? Willst du? Das klingt so passiv-aggressiv. Ich habe lange darüber nachgedacht. Also, was denkst du darüber? Jetzt, was auch immer mit mir nach dem Krieg passiert. Du möchtest vielleicht der Gilde beitreten? Zweifellos werden sie dich dort gerne willkommen heißen und deinem Alltag entfliehen können. Andere schienen noch etwas zu warten. Wenn, würdet wirklich alle willkommen sein? Ähnlich habe ich mein Problem. Das wird kein Problem sein. Sie werden versuchen, ihnen zu helfen, wie wir es tun. Schellast, sie würden dich gerne wiedersehen, obwohl es zu deiner Zeit nichts über Seemops zu sagen gibt. Okay, ich werde da sein. Alles ist besser, als in die kalte Wüste zurückzukehren. Ich auch. Natürlich hat sich nichts zu tun. Der Wald war da, wo die roten Ornamente nicht mehr in Gefahr waren. Und ich würde gerne meine alten Freunde... Sorry. Meine alten, alten Freunde wiedersehen. Glaubst du zum Beispiel, ich bleibe? Ich bin so glücklich, wenn ich nicht mehr ich selbst sein kann. Was? Selbsthass, Leute! Wuuu! Mich wundert's gar... Ich muss sagen, ich bin gerade leicht verwirrt, dass ich das Geräusch gerade so locker hinbekommen habe. Ähm, ja. Machen wir weiter. Also, es war entschieden. Irgendwann vergaß ich alle meine Sorgen und hatte eine gute Zeit ohne Probleme. Na, dann war es entschieden. Wir bewegen... Wir bewegten uns jetzt vorwärts. Es drehen diese Welt auf und dann kommen sie alle in einer Gilde zusammen. An meine neuen Freunde freuen sich für mich. Es ist nur Scheinungslicht. Er sieht aus wie... Depression. Ich glaube, er denkt vielleicht nach, denn heutzutage verspreche ich ihnen allen eine bessere Zukunft. Bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf einlasse und... Die Idee machte mir Angst. Aus Angst, dass ich in einer solchen Situation entmutigt gewesen wäre, bevor ich mich auf diese Reise begab. Aber meine Freunde haben mich ermutigt. Und mit dieser neuen Kraft ging es los. Unsere letzte schreckliche Schlacht, die uns auf dieser Reise noch bevorsteht. Weiter ging es mit Günther an der Spitze unseres Teams. Im Gegensatz zum anderen standen Shilox und ich diesmal sicher dahinter, nicht hinter dem Team. Wir wollen nicht mit der Planung eines sinnlosen Prozesses zögern. Günther blieb nur zwei Minuten später stehen. Wie eine Kreatur, die 100 Meter vor uns liegt. Er sieht aus wie Günther, nur... Er ist ein kleiner Idiot. Ja, das ist... Äh, das ist... Die bedrohliche Determination. Einer der potenziell stärksten Charaktere der Reihe. Vielleicht... Ich würde sagen, vielleicht sogar drittstärkster Charakter der Reihe. Wobei sie halt viel ihrer Kraft verloren hat nach dieser Geschichte. Äh, so. Wo waren wir? Bedrohlich. Destruktiv. Ja, du bist wirklich zurück. Offenbar sprach die Kreatur mit Günther. Ja, ich bin's. Genau wie ich dir geraten habe. Du sollst mich nicht zu schnell laufen lassen. Jedenfalls ist es das. Äh, jedenfalls ist es jetzt zu spät, um diese Fehler zu beheben. Ich glaube nicht, dass du so schnell müde wirst, oder? Ah. Andere Geräusche entgegen nur der Entschaffung. Alles, worüber sie lachen können. Warum sollte ich? Du weißt nur, dass ich dich alle in einem Kampf töten kann. Du bist zu dumm zu kommen. Aber nicht im November. Okay, warte. Nee, hä? Egal. Ähm. Aber er sagte, wir sollten uns keine Sorgen machen. Er hat nur die Hand gehoben. Hand genäht. Ist Dark Star. Sobald die Wellen ihn treffen, treffen sie auf eine unsichtbare Barriere. Was? Was? Kämpfe als Pokémon. Und wenn sie keiner sind, werden sie auch keiner sein. Das stimmt durchaus. Die Entscheidung hat Gunthas Körper vor uns schweben lassen. Ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Gott. Ich bin ein... Nee, sorry. Ich bin ein Pokémon. Ich bin Gott. Ich bin Richter. Ich habe diesen Körper entworfen. Ich unterstütze dieses Pokémon. Ich bin dieses Pokémon. Ich muss sagen, das Original ist Mayamain nach vielleicht einer der besten Monologe von einem Antagonisten der Valros Edition. Not gonna lie. Viele haben sehr viel mehr Plot, aber der ist einfach different. Bild different, genau wie ich. Äh, so. Aber ich bin stärker als du. Wenn sie wirklich glauben, dass sie mich diesmal verprügeln können, weil sie Kinder an ihrer Seite haben, dann liegen sie falsch. Mit diesen Worten schlägt der Richter der Welt zu. Sobald der Krieg ausbrach, nahmen alle Gunthas vorgesehene Position ein. Der erste Feuerschild, um die Angriffe des Feindes zu unterdrücken, gibt es schon lange. Während unseres Krieges wurde mir einerseits klar, warum Günther uns vorangebracht hat und andererseits mit Entschlossenheit. Es ist Fleisch geworden. Also, mein elektrischer Angriff auf Holz und Linux ist auch sehr mächtig. Und das ist nicht übertrieben. Sie sind ein wenig wertlos. Sie beißen beide sehr gut in den Nagel. Ich verstehe wieder nichts. Alle Angriffe, die Entscheidung ohne Angst vor uns zu antworten, ist der Angriff einer Gruppe gewöhnlicher Carnimans. Genauso schwer. Gunther selbst profitiert von einem Angriff, der sich von dem gewöhnlichen Pokémon unterscheidet. Seine Technologie ist stärker als ich dachte. Sein Angriff scheint unwahrscheinlich, aber es funktioniert meistens im Schatten. Ich frage mich, ob dies die wahre Macht des dunklen Sterns ist. Shanux und ich haben auch alles gespendet, was wir hatten. Trotz all meiner Befürchtung war unsere obige Arbeit deutlich weniger riskant, als ich erwartet hatte. Günther wurde ständig von Feinden angegriffen. Die Entschlossenheit ist, dass er, wenn er besiegt wird, zu seinen Wellen zurückkehren kann. Oder wir wollen es nicht mehr, weil wir so schwach wären. Ivi arbeitete ein wenig gegen Gunthers Plan, da er viel Zeit auf seinem Schild und anderer Unterstützung hatte, die immer noch funktionierten. Das nutzte er bei sich aus und provozierte. Ähm, das nutzte er bei sich aus und provozierte. Er und alle anderen gingen bis zum Äußersten. Die wenigen Fehler, die Decision gegen mich und Shanux gemacht hat, schienen nicht so stark zu sein. Ich hatte das Gefühl, er wollte uns sagen, dass er sagte, lass mich in Ruhe, du magst mich nicht. Aber es ist uns egal, ob die Entscheidung gefallen ist. Und was für meine Meinung spricht, ist unsere perfekte Reise, die wir durchgemacht haben. Bis wir auf diese Welt kamen, gefiel Entschlossenheit nicht, was wir taten. Er hat Grundon nur von uns erzählt. Der Kampf dauerte eine Weile. Evoli heilte Verletzungen, die uns auf diese Weise zugefügt wurden und Gunther gab nicht auf. Plötzlich ging die Entscheidung weiter. Nur für Sekunden. Er stand auf. Ihre rote Lichtquelle scheint für eine Weile aus dem Blickfeld zu verschwinden. Ja, der Monolog, der sehr Story wichtig ist. Die Leute, die das Finale kennen, wissen, worum es geht. Dieser Krieg hat nicht aufgehört, aber er wurde zu einem kleinen Teil gewonnen. Bleiben Sie auf dem Weg und stellen Sie sich Ihren Feinden. Stoppen Sie den Gott der Dunkelheit. Stoppen Sie dann den Owners Base rechtzeitig. Winning D. Mein D ist auch Winning. Plötzlich war es still. Die Stimme, die wir hören, war nicht die der Entscheidung. Sondern er ist es, der zu uns allen spricht. Was ist los? Ich habe zu wenig Leistung? Unmöglich. Ich werde den Test nicht verpassen. Lord Eke schien überrascht zu sein. Die Stimme jetzt. Klingt wie deine, Gunther. Es schwebt immer noch die ganze Zeit vor uns und sieht verrückt aus. Dann lachte er wieder, ohne zu atmen. Hey, du kennst es nicht aus der Ferne? Ich hätte es mir erspart. Was wissen wir nicht? Was denkst du? Wieder lachen. Dummköpfe. Arme. Unerwartete Bastarde. Haben sie nicht gesehen, dass sie die ganze Zeit belogen wurden? Ich sah Günther an. Sie sah geschockt aus. Vor Wut. Was passierte plötzlich mit dir? Ne, was passiert plötzlich mit dir? Du willst es deinen besten Freunden nicht vorher erzählen? Bleib ruhig. Die Entscheidung war still. Wir wissen beide, warum ich es tue, wie ich es tue. Ozuola M. Das steht da. Ich hoffe jedenfalls, ohne dieses Opfer aus dem Krieg herauszukommen, wenn sie darauf bestehen. Ihre Regierung ist hier. Als Gunther das Wort verletzt aussprach, trat ich zurück, weil ich wirklich befürchtete, es wäre meine Schuld. Aber es sei schlecht. Sein Opfer ist sehr gering. Oder vielleicht größer. Bevor Decision reagieren konnte, nahm Gunther den dunklen Stern aus seiner Hand. Dunkelheit, dies ist mein letzter Befehl. Nimm die Macht, die du mir gegeben hast. Nimm deine Gewalt wieder auf. Bevor irgendjemand etwas tun konnte, schwebten Sterne in der Luft. Er kopierte viele Bilder von Gunthers Leiche und sammelte sie. Ich habe herausgefunden, was mit Gunther passiert ist. Der Stern, der seine ganze Kraft besitzt, ist zerfallen und hat sich wie eine Klinge im Inneren der Resolution vermessen. Ach du meine Fresse, Resolution, Digga. Es ist eine Weile still. Gunthers Aussehen veränderte sich, als Kanimani mit Zehhalt blutend vor uns kniete. Sie wirklich erfolgreich? Es war mir peinlich, aber wenn ich diese Welt nicht haben kann, dann sollte sie niemand haben. Bei meiner letzten Macht, Meister, Schöpfer. Also falls irgendwer das gerade nicht versteht, die Determination ruft ja jetzt Floink dabei und bezeichnet ihn als Schöpfer. Halt weil die Determination ja durch den Hass von Floink in Geschichte 2 entstanden ist. Manchmal, wenn ich meine Lore erkläre, fühle ich mich, als wäre ich gerade bei Kingdom Hearts, wo alle Leute immer sagen, was zum Fick ist diese Lore. Äh, machen wir weiter. Werde dich dort lassen. Mit diesen Worten ist die Entschlossenheit zum Scheitern verurteilt. Mit Gunther, der seinen eigenen Körper hat. Der Fokus unseres Teams hat sich in diesen Tagen verändert. Jetzt steht Gunther. Es gibt jetzt einen Schatten. Die Schatten haben blaue und glänzende Augen. Lord Eke war wütend. Was zum Teufel? Dark Ray. Was bedeutet das alles? Wie gesagt, ich erinnerte mich. Gunthers Auftritt bei unserem ersten Treffen. Seine Ignoranz im Allgemeinen. Dieses Treffen mit den Wachen. Er musste ihnen offenbart haben, was er wirklich war. Unbemerkt von mir. Die Art und Weise. Wie nur die beiden verstanden. Gunther überlebte von Anfang an. Derjenige, der alles geplant hatte. Der alles wusste, was er wollte. Es war Dark Ray. Der Schattenkönig. Jetzt sind einige auf unserer Ebene wütend. Du hast uns die ganze Zeit angelogen? Was ist es? Jetzt ist alles still. Was willst du von mir? Beschwere dich, dass ich deine Welt gerettet habe. Wirst du mir zum Beispiel vertrauen, wenn ich dich als mich selbst treffe? Sofort alle halt die Klappe. Er weiß, was er gesagt hat. Von uns werden Dark Ray vertrauen. Aber irgendwie hat er diese Welt gerettet. Nur Lord Ek ist immer noch glücklich. Das bezweifle ich. Was ist mit Gunther? Echt? Nur aus Platz und Zeit hinter mir. Du meinst, er ist weg? Du hast ihn getötet. Entscheidung erklärt alles. Sie ist ein Teil davon geworden. Sein Leben heißt eine Entscheidung der Entschlossenheit. Dieses Opfer muss geopfert werden. Ich mag die Bezeichnung. Das Opfer muss geopfert werden. Ich weiß jetzt schon, Digga. Das wird was, das ich jetzt auf dem Schulhof immer sagen werde. Wenn wir über irgendeine dumme Scheiße reden. Es bedeutet, wo die Entscheidung gefallen ist. Hm, Leute? Ich wurde ignoriert. Du lügst. Held. Du hast die Welt nur durch Egoismus allein gerettet. Nein, ihr werdet jetzt nicht alle hier sein. Nein. Menschen. Sie schwiegen und schauten. Endlich sahen sie, was ich schon lange gesehen hatte. Flink. Dunkler Flink. Ja, als nächstes kommt dann das Kapitel, das mich schon mal brainfuckt hat. Weil es aus irgendeinem Grund als 13 betitelt ist. Aber hey. Ich hab's geschafft, dieses Kapitel vorzulesen. Mach jetzt aber Schluss, Like und Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö mit Ö. Hi, ich bin der Günther. Ich komm aus der Hörbude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3, aber dumm. Vorletzte Folge. Viertletzte Aufnahmesession für mich wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich's beim Epilog machen werd. Aber egal. Aber egal. Diese Folge ist das Finale der Story. Und wir fangen auch direkt an. Mit Kapitel in Caps Lock. 13. Als Wort ausgeschrieben. Stunde des Standorts. Bei diesem Titel kann man doch eigentlich sich nur Hoffnungen machen. Es herrschte vorübergehende Stille. Wir haben uns alle dieses Pokémon angesehen. Für dunkle Rache. Oh je je. Er sah zum Himmel auf und sagte nichts. Latias war der Erste, der versuchte, sich ihm zu nähern. Film? Bist du es wirklich? Du bist wirklich. Warum bist du hier? Willst du mich verspotten? Latias ist zurück. Was? Was? Ich weiß es so gut. Ich habe alles gesehen. Alles, was in dieser Welt passiert ist. Ist so. Ich lasse dich diese Welt nicht aufwe- Das Audio ist so weird in letzter Zeit. Ich sehe das gerade wieder. Sekunde. Jetzt bin ich fuck laut. Was ist das? Ich habe nichts geändert. Also, machen wir mal weiter und hoffen, dass es vielleicht hier irgendwie so passt. Und jetzt pingen mich ständig Leute. Yay. Das muss ich auf jeden Fall zum nächsten Haupt-Hörspiel geschissen kriegen. mit der Audio. Aber naja. Äh, wo war ich? Ich lasse dich diese Welt nicht aufwecken. Wir waren alle erstaunt. Fass es nicht an. Er weiß, was hier passieren wird. Diese Welt. Wir wollen ihr ein bisschen Gutes tun. Rette deine Entschuldigung. Alles. Ich schwöre, du wirst diese Welt beschützen. Ich schwöre bei Bispa-Sor. Wie lange habe ich diese Welt überlebt, seit ich fort war? Es ist eine Minute, um ruhig zu bleiben. Darkrai war derjenige, der es für klug hielt, ihn aufzuhalten. Diesmal liegst du falsch, Floink. Diese Welt verdient eine zweite Chance, aber... Wenn wir es schaffen, den Feind wie Resolution zu bremsen, dann kann eine solche Welt nichts falsch machen. Auf jeden Fall gibt es dir eine zweite Chance. In der Zwischenzeit muss man ihm diese Art von Welt geben. Ich meine, wenn ich an deiner Seite bin, dann wäre das definitiv die beste Entscheidung. Du hast kein Recht zu sprechen. Du bist hier nur, weil du eine beschädigte Welt nicht erzwingen kannst. Sie haben meine Identität entfernt. Sie verlassen die Zerstörung des dunklen Zeitalters. Sie sind der Letzte, der hier spricht. Der Letzte, der seinen Gefallen versuchte, war Lathas. Bitte, Floink, ich weiß, dass du es nicht bist. Denk darüber nach, was Bispa-Sor schon wieder dazu zu sagen hat. Ich bin sicher, es wird um diese Zeit sein. Selbst wenn wir ihn nicht sehen können. Er soll hören. Lügen, er ist gar nicht hier. Äh, wo, Hilfe, ich bin verrutscht. Lügen, er ist gar nicht hier. Er ist wie diese Welt. Außer, weil du diese Welt sterben lässt, hast du es außen. Schau. Es wird dir nicht vergeben. Seine Schatten brannten stark, aber er brannte immer noch in kürzester Zeit. Ihr zwei. Wie kann Bisazam jedes Mal so zerstört werden, das Wort? Und Schenux. Damals hatte ich eine Angst, die mir genauso wichtig war wie früher. Aber ich weiß, ich sollte es nicht zeigen. Was willst du von uns? Ihr seid nur Kinder. Ihr gerätst in einen Kampf, der euch nicht gehört. Lasst euch nicht betrügen. Holt euch genau das, was ihr an eurem Sieg geträumt habt. Du entscheidest dein ganzes Team. Nimmst du dieses Geschenk an? Eine andere Welt, wenn wir antworten. Dass sie Mundpropaganda sind. Ich werde den letzten Wunsch dieser Welt erfüllen. Bevor einer der anderen auf allen Ebenen tätig wird, habe ich bereits gesagt, was ich von der Ergänzung erwarte. Vergiss es. Wir haben gekämpft, um dieses Team zu gründen und wir haben die Entscheidung automatisch gewonnen. Wir werden jetzt nicht ohne etwas gehen. Flame of Dark Avengers verlor vorübergehend ohne einen. Er war von seinem Gesicht völlig überrascht. Was? Du wagst es, um meine Gnade zu bitten? Ist es nicht gerade das, was du willst? Du drehst dich wieder um. Was denkst du, was du bist? Ich hatte noch mehr Angst als zuvor und teilte mich auf. Aber noch etwas ist passiert. Wir glauben nicht, wir wissen es. Wir wissen, dass wir einer solchen Welt Leben schenken wollen. Und dass wir uns nicht in all dem aufhalten lassen. Wir wollen dieser Welt eine zweite Chance geben, die sie verdient. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Diese Erfahrung habe ich für mich gemacht. Aber verpassen Sie nicht Ihre zweite Chance. Was denkst du jetzt über dich? Haben sie das Gefühl, dass es ihnen nicht hilft, ein Held zu sein? Ist es für sie wertvoller, als ein Feind zu sein? Willst du beweisen, wer du bist? Ihre andere Hälfte? Vor welchem Teil von dir versteckst du dich? Diese Kinder sind vielleicht nicht die Stärksten im Krieg, aber sie können ihre Wünsche nicht loslassen. Ihre Kraft reicht dafür nicht aus. Dafür ist keiner stark genug. Okay, das klingt nicht positiv. Diese Welt wird leben. Und seine Bewohner. Sie haben eine Chance, diesen Krieg zu beenden. Sie können jederzeit das ruhige Leben führen, das sie wollen. Jeder hier wird dich unter uns nehmen. Alles, was sie tun müssen, ist ein Held zu sein und wieder zu entkommen. Aber wenn sie sich weigern, dann tut es mir leid. Wir werden nie aufgeben. Imagine, wie sich die gesamte Walross-Editions-Lore verändert hätte. Wenn Floink in diesem einen Moment sich entschieden hätte, vielleicht will ich doch kein Arschloch sein. Die gesamte vierte Walross-Edition, die die größte ist. Und mein größtes Hörspiel noch. Und ja, die Betonung auf noch ist sehr deutlich, denn ich schreibe derzeit in einem Hörspiel. Äh, ich habe schon öfter von geredet. Ich bin derzeit beim Schreiben bei Kapitel 35 und ich kann euch sagen, ich werde nicht innerhalb der nächsten drei Kapitel fertig. Naja, machen wir weiter. All meine Freunde versuchten Floink davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für diesen Krieg gäbe. Wir alle glauben an das, was darin gut ist. Falsch. Er war für einen Moment sehr überrascht. Aber er änderte seine Worte schnell wieder. Sie sind also eine Gruppe entschlossener Menschen. Nein. Ihr beide leitet sie also. Bulbasaur. Ein normales Wort. Und Scheinux. Na dann. Echte Flammen aus dem Boden. Sie bildeten einen Kreis. Für mich Scheinux und Floink. Du musst in deinem Namen kämpfen. Wenn du diese Welt wirklich auf diese Weise retten willst, zeig es mir. Wenn du mich besiegst, wird diese Welt leben. Aber denk nicht, dass ich das zulassen werde. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Zu deinem Ende. Das alles ging in meinen Augen sehr schnell. Die Flammenmauern begannen. Und Floink beendete seinen Angriff auf... Okay, wenn er schon fertig ist, dann... Der Krieg ist rum. Okay, machen wir weiter. Ich hörte meine Freunde von der anderen Seite des Feuers schreien. Manchmal konnte ich sie eine Weile sehen. Ich stellte fest, dass Evoli, Seemops und Hydropie verzweifelt waren und immer versuchten, das Feuer zu löschen. Darkrai versuchte, das Feuer anzugreifen, aber seine Kugeln beruhigten sich. Nur der dunkle Recher baute seine Todeszone optimal für ihn aus. Kreisförmig nur an verschiedenen Stellen vom Boden ausgehende Lichtsäulen. Sie taten ihm nicht weh, aber sie standen Scheinux nicht nahe. Er kann sie auch benutzen, um sich darin zu verstecken. In Kombination mit der Kraft der Teleportation ist dies eine unfaire Täuschung. Er verlor an einer Säule. Und in der zweiten sollten wir Angriffe von der anderen vermeiden. Damals wollte ich nichts sehnlicher als in einer Linie gegen Decision zu sein. Unsere Angriffe erschweren es, ihre Motive zu finden oder tatsächlich zu erklären und auszuschließen. Keiner unserer Angriffe beeinflusste das positive Denken in irgendeiner Weise. Denn Fleunck verlor dadurch sofort. Der Krieg ist rum! Yeah! Es war zunächst unmöglich, dem Angriff zu entkommen. Scheinux beschleunigt die meiste Zeit, obwohl es nicht hilft. Deshalb hat Fleunck draufgeschlagen. Es verhindert, dass meine Wunden wirklich gewollt sind. So wie meine Daten, dass ich keine davon hätte überleben können. Der Kampf hatte gerade erst in 10 Minuten begonnen, als ich aufhörte, auf meinen zu hoffen. Vor allem hat mir die bewusste Vorherbestimmung mitgenommen. Lesen ist schwer. Zusammen mit allen, die ich während dieser Reise friedlich getroffen habe. Diese Welt soll nicht sein. Das Schicksal weiß nicht, dass wir unseren Versprechen gegenüber unseren Feinden gerecht werden können. Wir werden hier sterben. Sie haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, was mit uns passiert. Scheinux fand auch Hoffnungslosigkeit, die alle außer Fleunck betraf. Aber er hatte noch Hoffnung. Er hat eine andere Idee. Er dachte, er wüsste, was zu tun ist. Stopp! Stoppen Sie sich... Stoppen Sie sich! Sofort! Fleunck hielt natürlich inne. Oh, bekommst du ein kaltes Bein. Leute, es ist Zeit, sich auf Barmherzigkeit zu freuen. Ich erwarte keine Gnade. Ich habe ein Geschenk. Willst du mir ein Geschenk machen? Und es lacht nicht. Komm schon, spuck es aus in der Geschichte. Ich weiß, warum du bist hier, Fleunck. Du willst Rache. Du willst Rache für das Unrecht, das dir angetan wurde. Aber... Warum bist du wütend? Ist dieses unschuldige Pokémon aus deiner Heimatwelt? Ich weiß, wonach er sucht. Nein, Scheinux, lass es bitte. Es tut mir leid, Balbi, aber das ist nur eine Chance. Fleunck ist überrascht, dass ihm das gefällt. Du denkst, wäre es Rache, dich wegzunehmen. Denke, ich kenne dich nicht einmal. Es hat nichts mit meinem Leiden zu tun. An dir will ich mich nicht rächen. One der Glücklichen, die einen davon haben. Ich bin nicht die ganze Zeit ein Scheinux. Ich bin kein echtes Pokémon. Irgendwo stimmt's auf die ganze Lore bezogen. Was? Du kennst mich immer noch nicht? Überraschenderweise wusste ich es ein bisschen nicht. Schade, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du mich dein Lieblingsverräter genannt. In kurzer Zeit passierte nichts. Fleunck sah Scheinux an. Necrozma wird den Laden nicht für immer retten. Das Feuer um uns herum hörte auf. Hinter ihnen sahen vier Pokémon Scheinux an und lehnten ab. Lord Ecke, Hydro, Pilatias und Latios. Scheinux sah sie an. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe. Deshalb hat mich Darkrai für diese Rolle ausgewählt. Wegen dem, was ich in der Vergangenheit getan habe. Wie nekrose. Ich weiß es dir nicht zu sagen. Schon wieder das Schloss. Fleunck sah Scheinux die ganze Zeit has erfüllt an. Plötzlich tauchte ein großer Schatten zwischen Scheinux auf. Die Gegend ist dunkel. Es war wie eine Staubwolke. Völlig schattig. Ich war sehr überrascht, wo Scheinux noch steht. Wo es derzeit nur eine Wolke gibt. Scheinux? Fleunck atmet tief durch. Okay, das war sehr seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie der Ausschlag ist. Sekunde, ich muss das kurz angucken. Okay, gar nicht mehr. Er ist nicht explodiert. Schade. Ich glaube, ohne meinen Schnupfen wäre es das passiert. Aber egal. Aber langsam fing er an zu lachen. Du hast endlich das, was du verdienst. Du bist an allem schuld. Wenn mein Leben nicht gewesen wäre, wäre später alles gut. Okay. Selbstkritik nennt man das. Jetzt sieht er uns an. Aber jetzt, es ist Zeit, einen solchen Weltraum wahr werden zu lassen. Und ihren und ihren. Es schlägt überall mitten in meinem Übergang zu. Ich war so überrascht zu reagieren und gleichzeitig... Ich wollte es nicht gleichzeitig tun. Der Aufwand war wertlos. Ich habe meinen besten Freund verloren. Es ist nicht mehr nötig, leicht um mein Leben zu kämpfen. Aber sobald ich erwartet hatte, dass der Angriff fallen würde, kam er auf die Straße. Er ist ein Pokémon. Er hat Fleuncks Angriff auf mich gestoppt. Dieses Pokémon ist nicht hier... Okay. Dann gibt es wohl keinen Kampf mehr. Ich mache heute viele lustige Witze. Es ist viel größer als jedes Pokémon, das sich derzeit in der zerstörten Welt befindet. Sein Körper zeigte ein leichtes Glühen von Überresten dessen, was er ausstrahlte. Pokémon hing vor mir. Ich erkannte es an einem Bild in Fleuncks Tagebuch. Es war ne Krose. Du wirst diese Welt nicht zerstören, solange ich lebe. Sch! Wo bist du ein Verräter? Liegt Scheinux richtig? Nein, ich lüge nicht. In diesem Leben. Du hast mir geholfen, meinen guten Charakter wieder zu erlangen. Okay. Anscheinend war ne Krosma der gute Charakter von Scheinux. Ich meine, letztendlich weiß man ja, dass in der Lord Nick Schosma auch nicht so wirklich ein Antagonist war. Ich meine, in Teil 2, da war es... In Teil 2 war er ein Antagonist, aber ab Teil 4 wollte er zwar irgendwo Rache, aber gleichzeitig auch war es nicht sein Hauptfokus. Eigentlich war er ein Held. Aber ja. Dinge passieren nicht immer so. Ich weiß, dass du den perfekt... Dass ich den perfekten Farbton haben möchte, um meine dunkle Seite aufzuhellen. Okay. Sauber, du traust dich ja nicht. Wieder. Das Gegenteil scheint in dieser Situation nicht zu passieren, aber er denkt trotzdem. Du bist ein Narr. Ich habe dich zuerst geohrfeigt. Dann hast du die Macht der Dunkelheit, deine eigene Natur und keinen Schaden, anders als jetzt. Andererseits habe ich die gleiche Stärke wie beim letzten Mal. Aber dieses Mal mischt es sich... Mischt es immer noch die Wut. Wir können deinen letzten Kampf noch einmal wiederholen. Für mich hatte ich diese Vorteile letztes Mal, aber eines ist sicher. Mein Verlangen ist jetzt Eisen. Bevor sie es mit einfachen Worten ruinieren können. Auch dieses Mal kann ich der Beste in diesem Kampf sein. Und das Gute gewinnt immer. Du wirst auf keinen Fall zu den Guten gehören. Du bist und du wirst auch ein Narr sein. Und so ist der Krieg das Ende unserer großen Reise. Kapitel Ende. Beim nächsten Mal. Das wird eine fette Folge. Das Ending. Und wenn ich beim nächsten Mal sage, wisst ihr, was ich meine? So, ab geht's. Die Audio ist schon wieder viel leiser als sonst. What the fuck? Ich habe dieselbe fucking Einstellung wie gestern. Aber naja, machen wir einfach weiter. Großes Finale. 18 Minuten. Wird der Schmerz enden. Der letzte Krieg begann in weniger als einer Stunde. Und niemand aus unserer Partei konnte es vorhersagen. Der dunkle Rächer Floink, der Held der letzten großen Reise des feindlichen Landes gegen die wahre Nekrose in seiner Form. Der Verräter und Mörder von Bisa Saw als unsere Freunde. In einem Kampf wie diesem fällt schnell eines auf. Floink hat die Macht meines besten Freundes unterschätzt. In seinem letzten Kampf erlitt Nekrose nur einen Schlag. Dieses Mal traf er diese Plagen, aber er war immer noch stark. Jeder Angriff tut weh. Jeder Angriff auf Floink trifft. Aber auch hier. Wenn er jeden Moment zu brechen schien, kämpfte er weiter. Er scheint jeden Schmerz zu ignorieren. Sicher nicht die Nekrose seines letzten Lebens. Er wurde ein Held. Er kämpfte mit Entschlossenheit und Entschlossenheit für seine alte Heimat und gegen seinen ersten Feind. So bekam der Kampf eine weitere Serie von der letzten Begegnung der beiden. Auf den ersten Blick wirkte der Kampf umständlich. Auch wenn für Nekrose kein Platz ist. Es... Was? Auf den ersten Blick wirkt der Kampf umständlich. Auch wenn für Nekrose kein Platz ist, ist es aber nicht. Ebenso wird Floink damit konfrontiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich denke, es war eine Anstrengung oder eine Enttäuschung. Aber es konnte allen Angriffen nicht entkommen, die es angriffen. Anfangs war ich sehr zuversichtlich und dachte, ich würde mich auf den Kampf einlassen. Außerdem haben mich alle Charaktere aus der Originalgeschichte aufgehalten. Zuerst dachte ich, sie wollten nicht, dass jemand Nekrose mal wütend unterstützt. Aber ich verstand, warum sie es tatsächlich taten. Sie alle wissen, dass der Kampf, wenn Nekrose zurückkehrt, kein Kampf mehr um ein Leben nach dem Tod ist. Es ist privat geworden. Es ist ein Krieg gegen tödliche Feinde. Keiner von ihnen wird diese Gelegenheit nutzen. Okay. Trotzdem fällt es mir schwer, still zu sitzen und nichts zu tun. Die Nekrose ist zu jedem Zeitpunkt so stark, dass ich keine Angst habe, dass sie nicht überleben wird. Ebenso, wenn ich die Situation nicht kenne, hat es die wichtigste Tatsache nicht geändert. Scheinungs ist mein bester Freund. Ich weiß, dass er selbst sagte, er wollte nicht, dass wir ihn als Nekrose sehen. Ich mein, ich würd bestimmten Leuten auf dem Schulhof auch sagen, yo, seht mich nicht als Nekrose. Wisst ihr, was die dann sagen würden? Was zum Fick ist eine Nekrose und was zum Fick willst du schon wieder? Hast du schon wieder was gera... Machen wir weiter. Und ich würde ihn nicht sehen. Scheinungs ist jedenfalls ein Teil von Nekrosma. Im Inneren sind sie das gleiche Pokémon. Und ich weiß, dass ich meinen besten Freund verlieren würde, wenn Nekrose diesen Kampf verlieren würde. Egal was als nächstes passiert. Aber Floreng stolperte. Der große Unterschied, abgesehen von diesen beiden Gegnern, ist, dass man ihren Schmerz in Floreng sehen kann. Mit jedem Schlag wird er stärker, langsamer, hoffnungsloser. Er sieht toll aus. Für sich selbst muss er von Beginn des Krieges an jeden Sieg bedacht haben. Aber diese Art von Sieg kam nicht. Jeder empfangene Schmerz scheint das Verlangen nach Nekrose zu verstärken. Und jedes Zeichen der Hoffnungslosigkeit des Dunklen scheint seine Hoffnung zu stärken. Der Kampf dauerte lange. Nekrose widerstand jeder solche Entschlossenheit vor ihm. Aber Floreng hat nur eine Hoffnung. Technik kann ich mit sehr ein wenig über seine Geschichte lesen, die er aber noch nicht übernommen hat. Mit seiner letzten Macht telefoniert er zwischen uns und Nekrose. Ach du meine Fresse, was für eine Secret-Geheimtechnik. Zu insane. Kurz darauf überzog eine Explosion echter Dunkelheit das Gebiet. Der Angriff traf und verletzte alle. Jedenfalls habe ich das, wie viele andere auch, sehr deutlich gesehen. Als die Schatten verschwanden, sah ich alle, die dachten, ich liege immer noch zu ihren Füßen. Floreng stand vor uns und sah nach unten. Er seufzte tief. Es hat viel Zeit gekostet. Nekrose lag hinter ihm auf dem Boden. Übrigens, du siehst. Sie verlassen sich nicht auf meine Kraft. Gewinnen. Aber jetzt werde ich diese Welt kaufen. Oh mein Gott. Es ist Jeff Bezos. Ich glaube, ich muss den Witz gar nicht weitermachen. Aber wenn es zuletzt. Was ich tun würde. Schatten von Florengs Körper tropften. Sie bewegten sich ein bisschen von allem. Beim nächsten Mal werden alle gefragt. Wir alle müssen aufpassen, dass wir nicht in die Schattenfalle tappen. Lord Eke versuchte einen Angriff. Aber ohne Erfolg. Nichts hat geholfen. Latius versuchte ein letztes Mal Floreng zu inspirieren. Bitte Floreng, hör auf mit diesem Wahnsinn. Wir können in Ruhe alles überreden. Über alles reden. Du hast die Rache aktualisiert. Nein. Diese Welt wird nie wieder aufwachen. Sie kommt jetzt runter. Und wir alle. Zu ihm. Es hatte keinen Zweck. Wir haben auf diesem Weg einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben die mächtigsten Feinde bekämpft. Aber alles was wir tun, kann dem nicht widersprochen werden. Güratina hatte recht. Es gibt keinen Weg in diese Welt zu gehen. Wir können nicht durch die Macht der dunklen Rache. Wir haben jetzt alles verloren. Ich habe versucht mich in irgendeiner Weise gegen etwas Wichtiges zu wehren. Wenn das Schicksal will, dass wir alle hier sterben, dann soll es so sein. Es lohnt sich nicht mehr dafür zu kämpfen. Seitdem verliere ich meinen besten Freund. Wenn diese Tage vorbei sind, kommen wir zumindest wieder. Aber wir können es in den ersten beiden Teilen der Geschichte sehen. Diese Welt hat großartig überlebt. Diese Welt hat nicht überlebt. Genau das war literally der Punkt der gesamten dritten Geschichte. Es sind auch viele erstaunliche Dinge passiert. Wunder retten oft alles. Und an diesem Tag, in dieser Situation, scheint das Licht der Hoffnung weit weg. In diesem Licht, auf dem Körper gezeigten Nekrose. Dieser... Ne, ich kann nicht lesen, Hilfe. Diese... Diese Welt wird leben. Einer meiner Freunde. Sie werden diesen Kampf nicht gewinnen, solange ich am Leben bin. Auch als er die Anwesenheit von Nekrose entdeckte, ignorierte Florent seine Worte und ging zusammenhalten daran wie eine Nekrose. Wenn du auf moderne Weise fällst, jedes Mal, jedes Mal auf moderne Weise enttäuschst du jeden, den du bekämpfst. Schau es dir an. Bitte... Bitte was? Du bist eine großartige Tänzerin. Niemand wird dich wollen. Ähm... Ja. Genau das ist die Lore der Walross Edition. Nick Shrosma ist eine Tänzerin. Eine Tänzerin. Du wirst die ganze Zeit allein sein. Zwei. Auch wenn du recht hast, ist mir egal. Ich bin gekommen, um meinen Fehler zu korrigieren. Auch die, die ich für dich gemacht habe. Du wirst also nicht diese Welt zerstören. Ohne Vorwarnung platzt der Nerv plötzlich in Nekrose. Links in der Mitte eine aus Licht und rechts eine aus Schatten. Bisher hatte ich keine Ahnung, was wirklich los ist. Aber als ich die Reaktion derer Sadires taten, wurde es mir klar. Er tut es wirklich? Was? Also wirklich? Die Hoffnung ist nicht verloren. Florengs Reaktion war laut. Was? Du kannst nicht. Du solltest hier sozusagen nicht können. Deine Macht, geht es wirklich so weit? Ein paar Sekunden später schwimmt eine andere Kreatur dort, wo Nekrose noch existiert. Es ist größer als jedes Pokémon, das ich je gesehen habe. Plus Graudon. Es ist ein lila Drache mit farbigen Augen und einem Regenbogen. Nein. Es ist Ultra-Nekrose. Ich werde den nötigen Teil haben, um meine Freunde ohne Unterbrechung zu retten. Ich habe eine zweite Chance. Ich habe sie genutzt, um mich zu verbessern. Du hast deine zweite Chance verloren. Du kannst immer bekommen, was du willst, aber du willst Zerstörung. Floreng stoppte, was er tat und griff ihn an. Er hat mitten in Ultra-Nekrose einen Brenner geschossen. Licht blitzte aus einem seiner vier Flügel und stoppte es. Mit den anderen Flügeln, die jetzt gleichmäßig hinzugefügt wurden, fokussierte er die Strahlen auf das Zentrum seines Herzens. In der nächsten Zeit konzentrierte sich ein großer Baum von Floreng. Verlass diese Welt. Nie wieder. Sie haben nur ein Rückgaberecht, wenn sie ihre Meinung ändern. Floreng hat alles versucht, um Ultra-Nekrose-Mapower zu verhindern. Er gab trotz aller Bemühungen nicht auf. Aber Nekrose hörte nicht auf. Er hat all seine Kraft für diesen Angriff gegeben. Er kehrte zum normalen Nekrosma zurück, griff sie aber weiter an. Floreng hat sich nicht ergeben. In diesen Tagen verliert sie sogar ihre schöne Nekrose. Scheinux ist nun zum Ursprung des Angriffs zurückgekehrt und Floreng hält es nicht mehr aus. Als er das zweite Mal aufhörte, sich zu verteidigen, verschluckte ihn ein Feuer und seine Silhouette glitt in ihn ein. Eine Zeit lang war es fast still. Zu hören ist nur der laute Atem von Scheinux. Er ist an der gleichen Stelle wie zuvor. Ist es gefährlich? Als ich das sah, war ich am Boden zerstört. Er war ausnahmslos voller Blut. Hatte lange Geschwüre und große Magengeschwüre. Was? Aber er scheint es nicht zu sehen. X Ich habe, ich, habe ich Weise Worte Ich habe gewonnen. Scheinux, du Bevor ich weitersprechen konnte, explodierte es. Ich rannte sofort los, um ihm irgendwie zu helfen. Sag, Linux, bist du wach? Bitte sag was. Tränen stiegen mir in die Augen. Und jetzt habe ich die Zeile ver... Bitte, Scheinux, bitte. Danke. Ich war überrascht, ihn das sagen zu hören. Äh, wie geht's dir? Was denken sie? Du hast uns alle gerettet. Ich, der Weltpreis ist so... Ohne euch alle würde ich keinen Erfolg haben. Ohne euch wäre diese Welt vergeudet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber in meinem Herzen wusste ich, dass ich ein wenig sagen musste. Alles. Interessante Definition von ein wenig. Aber stattdessen fuhr Scheinux fort. Danke, dass ich mit euch allen gehen durfte. Ich hoffe, ich kann es zumindest wieder akzeptabel machen. Wilby, geh zurück nach Schmuckstadt. Erzähl allen dort, was passiert ist. Ich verstehe nicht. Was? Ihr folgt mir zurück nach Schmuckstadt. Wir helfen Pokémon. Wir werden in unser altes Leben zurückkehren. Zusammen. Und, und, Bulby. Ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich kann nicht mitkommen. Was sagst du? Du wirst es tun. Bitte, du kannst nicht... Ich habe schon lange nicht mehr auf ein solches Ende gewartet. Vielleicht, es wird dich nicht treffen. Es wird mich treffen. Aber jetzt, offensichtlich hat es wirklich. Und, da bin ich so froh, dass es mich getroffen hat. Nein, warum sollte das Schicksal diese Zeit nehmen? Warum? Ich habe so viele getan, dass ich mich nicht rühmen kann. Ich. Es ist meine Schuld, dass dies eine Reise, die passieren sollte. Wenn jemand jetzt verschwindet, dann werde ich es sein. Ihr alle habt noch eine goldene Zukunft vor euch. Ich bin schon lange dabei, sie zu bekommen. Es. Und ich habe alles erreicht, was ich will, um meinen Fehler zu korrigieren. Bulby, bitte versprich es mir. Und ihr alle werdet die Geschichte erzählen, warum... Und ihr werdet stick. I. Als Gruppe kann alles bekommen und... Scheinlich suspendiert. Allgemein, dieser Monolog. Alles daran ist behindert. Ah. Und ich weiß, und du wirst mich nicht vergessen. Ich war sehr überrascht. Ich konnte und wollte es nicht wissen, was in diesen Minuten vor sich ging. Ich habe mich geweigert, es zu akzeptieren. Ah. Aber nein. Ich werde dich nicht ohne Probleme hier lassen. Ich schaffe es nicht. Die letzten vier Jahre waren die lohnendsten in meinem Leben. Weil ich es habe, kann ich dir sagen, wer ich wirklich bin. Wir waren immer umeinander, egal was passiert. Ich konnte nicht daran denken, dass dies alles sofort enden würde. Was würde ich ohne dich tun? Du hast mich stark gemacht. Letztendlich. Ich würde nicht gleich kommen, wenn ich nicht mitkäme. Du bist ein starkes Pokémon, Bulby. Und du hast all deine Freunde. Ich will nicht. Für einen Moment herrschte wieder Stille. Es tut mir leid, Bulby. Ich habe alles gegeben für ein besseres Ende. Ich habe versucht, damit alle erfolgreich sind. Trotzdem. Fleuen könnte die Wahrheit sein. Ich falle alle Zeit. Jedenfalls. Und gut. Das waren die letzten Worte, die ich von Scheinux gehört habe. Ich war so müde. Das Ende einer solchen Reise war das Schlimmste, was ich mir damals vorstellen konnte. Alles wird gut, wenn ich nur noch bei ihm wäre. Ich kniete neben Scheinux auf den Boden. Tränen stiegen mir die ganze Zeit in die Augen. Und der Prozess sah, was um uns herum geschah. Der Rest der Geschichte explodiert. Okay, dann sind wir fertig. Ich mache wieder lustige Witze. Sie haben nichts voll an den Wänden. Es war, als ob jemand Bilder um uns herum malte. Der blaue Himmel erschien. Der Pool. Großer Berg. In einigen Gebäuden. Die silberne Stadt der Welt, die sich um uns herum gebaut. Aber als endlich die ganze Welt wieder so ist, wie sie vorher war, tauchte Pokémon auf. Nirgends. Sie bewegten sich frei und in verschiedenen Teilen der Stadt. Diese Welt, das Leben ist zurück und es hat die Lebensfreude genommen. Ich weinte vor Scheinux keine Bewegung. Ich habe eine Hand auf meiner Schulter. Als ich mich umdrehte, zitterte Latias hinter mir. Glühbirnen. Ich hasse es, dass... Oh mein Gott, ich verstehe jetzt erst, warum das Bulby mit Glühbirnen manchmal übersetzt. Ich hasse mich. Ah, es hat bis zum Finale ge... Lightbulb. Bulby. Machen wir weiter. Wenn ich die Zeile heute noch wieder finde. Glühbirnen, ich denke, du brauchst eine Pause. Du musst dich ausruhen. Die meisten Häuser im Dorf sind leer wegen dem, was in der dunklen Macht passiert ist. Ich weiß, dass er recht hatte, aber ich tue es nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt gehe, werde ich Scheinux nie wiedersehen. Aber Latias hat mir neue Hoffnungen gegeben. Ich weiß nicht, wie es in Scheinux aussieht. Wie auch immer, Bulby. Solange weniger Platz ist, werden wir unser Bestes tun, um es auf neue Weise besser zu machen. Es kann nicht zu spät sein. Ich... Meinst du wirklich? Oder willst du mich alleine glücklich machen? Es bedeutet, was er sagt. Wir werden alle helfen. Stimmt nicht, Leute? Lord Eke und Hydropia haben zugestimmt. Genau wie ich brauchte meine Freunde Zeit, um die Überraschung zu überwinden. Aber sie stimmten schließlich alle zu. Nur einer nicht. Dark Ray. Und ganz kurzer Lore-Ausflug an dieser Stelle. Wie man später... Natürlich fette Spoiler für das Ende der gesamten Reihe. Für die gesamte Reihe. Wie man ja weiß, ist im Prinzip Scheinux Dark Rays Sohn. Und trotzdem hat er sich an dieser Stelle der Geschichte als einziger geweigert, ihm zu helfen. Das zeigt nochmal ein bisschen, wie wirklich die ganze Einstellung hier von mir war im Verlauf der ganzen Lore. Im Verlauf des gesamten Plots. Weil im Prinzip konnte ich nur den... Nur den Sieg als Priorität setzen. Außerdem scheinbar in guten Händen. Es würde schon klappen. Aber am Ende konnte Scheinux, wie der sechste Teil sagt, letztlich was im Schicksal sozusagen vorherbestimmt, dass er das Ende der Reise gar nicht überstehen konnte. Deswegen machen wir weiter. Was du jetzt tust, ist dein Problem. Mach hier nicht meinen Job. Ich reise ab. Wir sehen uns wieder. Nicht als Freunde, wie Feinde. Erinnere dich daran. Das nächste Mal ist er verloren. Dements... Äh... Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Damit ist die Geschichte unserer großen Reise zu Ende. Zum Beispiel. Jawohl, das haben wir ganz zum Ende auch nochmal gebraucht. Sind zwei Wochen vergangen. Ich war natürlich bei Seemobs Chillast Evi in Silberdorf. Ich werde nicht gehen, bis ich Scheinux endlich entdeckt habe. Leider jeder, der mir etwas über den Zustand von Scheinux gefragt hat. Ihre Absicht war, dass sie mir keine Informationen geben wollten, die eine Stunde später ruiniert werden könnten. So wusste ich zumindest eines. Ihr Zustand änderte sich nicht. Aber nicht ohne Hoffnung. Jetzt kann ich nur noch warten, aber ich bin nicht der Einzige, der von unserem neuen Programm betroffen ist. Lord Eke ist auch sehr traurig für Gunther. Heute sitze ich hier in einem verlassenen und ehemaligen Gebäude in Bulbasaur. Was? Und warte. Ich werde weiter warten. Die Geschichte endet hier für eine Einführung. Ich kann ein wenig hinzufügen, aber unsere Reise ist eine Geschichte. Aber wer weiß, eines Tages könnten Pokémon unsere Geschichte erzählen. Ja, das haben sie. Ein Mythos der Hoffnung auf der Reise. Uko. Durch Freundschaft und eine Liebesgeschichte. Über alle Sterne geschrieben. Und eines Tages werde ich es herausfinden. Aber bis dahin warte ich. Scheinux, ich weiß, du kannst mich hören. Egal wie es dir jetzt geht. Ich werde warten. Aber wenn es heilt. Auch wenn sich das Ende dieser Welt entfaltet. Ich werde diese Geschichte jetzt schließen. Wobei der letzte Wortlaut noch in meinem Kopf verweilt. Es stammt aus meinem Buch. Es gibt so viele Dinge im Leben zu beachten. Stärke, Ruhm und Geld. Aber es gibt nur zwei Dinge, die wichtig sind. Freundschaft, Freundschaft und Liebe. Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 3. Helden aus einer anderen Welt. Das Ende. Ja, das war das Finale dieses Projekts. Aber uns fehlt noch eine Folge. Der Epilog. Und ich muss sagen, bei der Art, wie ich jetzt dieses Kapitel vorgelesen habe. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe es tatsächlich deutlich seriöser gemacht als sonst. Und boah, das hat mir so Bock gemacht auf das nächste Haupthörspiel. Weil ich bin hyped, wenn in nicht ferner Zeit die Wesen unseres Planeten beginnt. Aber bis dahin, gerne Like und oder Abo dalassen. Und beim nächsten Mal, beim letzten Mal wieder einschalten. Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus dem Bude. Willkommen zur letzten Folge. Der Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 3. Aber dumm. Joa, wir werden wieder in zwei Sessions verteilt, weil der Epilog so lang ist. Heute das letzte Kapitel, also den Epilog, in dumm durchlesen. Und wir fangen an. Epilog. Das steht da in Caps Lock, deswegen muss ich das so aussprechen. Wie ich im letzten Kapitel einer solchen Geschichte sagte, hat diese Geschichte nicht aufgehört. Ungefähr drei Monate sind vergangen, seit ich das letzte Kapitel geschrieben habe. Vieles möchte ich euch jetzt ein bisschen von vor anderthalb Monaten erzählen. Aber ich möchte ihnen mehr über das Allgemeine erzählen. In den folgenden Wochen nach dem Ende des letzten Kapitels änderte sich in Bezug auf Scheinux nicht viel. Sie weigerten sich auch mir etwas zu sagen. Nach einer Weile war ich es leid, Fragen zu stellen. Ich bin sicher, wenn wirklich etwas passiert ist, würden sie es mich wissen lassen. Aber ich habe mich auf diese Zeit etwas optimistischer gefreut. Ich habe das Gefühl, die Ewigkeit ist nicht vergangen und ich habe noch nie ein Wort ohne Unterbrechung gehört, ob sich an seiner Stelle etwas verbessert. Ich fürchte, sie wissen es bereits, aber sie wissen nicht, wie sie mir Sanftmut beibringen sollen. Um diese Ängste loszuwerden, konzentrierte ich mich auf andere Dinge. Zuerst war ich die meiste Zeit bei Chillast, Eevee und Seemobs, aber ich war bei Lord Ecke, Hydro, Pilatias und Latios. Alle freuen sich auf ein neues Leben in Silberdorf. Genau das, was uns die Gildenmitglieder zu Beginn unserer Reise über uns erzählt haben. Als eine Sache werde ich noch einmal darauf zurückkommen. Hydro, Pilatios und Latios sind uns gegenüber alle freundlich und versuchen unsere Hilfe irgendwie zurückzuzahlen. Sie haben uns beigebracht. Das war der Satz, ich weiß. Denn auch wenn wir auf unserer Reise kämpfen mussten, sie waren immer vor uns. So haben sie uns trainiert. Zuerst dachte ich, sie wollten uns auf etwas vorbereiten. Vielleicht wissen sie schon, was passieren wird, aber... Ich merkte bald, dass sie gleich waren. Die ganze Zeit vor der Entscheidung und seiner Verbindung zu Floink ist noch immer tief. Sie wollen sich Zeit nehmen. Sie selbst und finden nicht heraus, was sie glücklich macht. Apropos Spaß. Latios scheint immer, wenn wir es sehen, ein Pokémon zu sein. Dass etwas Interessantes zu haben scheint, an dem wir uns freuen. Und ja, ich habe da absichtlich eine Pause gelassen. Er hilft uns, wenn er da ist, wenn wir in Schwierigkeiten sind, egal was da passiert. Auf diese Weise hat er uns auch in Sachen... Was? Hat er uns auch Sachen mit der Bahn gebracht, aber nicht im Krieg, sondern um Medizin zu besorgen. Deshalb sehen wir sie normalerweise nicht. Sie war fast den ganzen Tag verscheinungsverantwortlich. Dafür bin ich sehr dankbar, wie alle anderen in Silberdorf. Aber ich habe keine Informationen bekommen, die mich verärgert haben. Aber im Laufe der Zeit ist Lott Ecke der Letzte, den ich in diesem Kapitel nicht erwähne. Ich habe auch festgestellt, dass er immer bemüht ist, in unserem Bereich freundlich und glücklich zu arbeiten. Aber er tut es nicht die ganze Zeit. Wenn man weiß, wie man mit anderen Pokémon umgeht, merkt man sofort, dass er frustriert ist. Einmal habe ich ihn auf die gleiche Weise danach gefragt. Okay, ich habe ein paar Mal an Gunther gedacht, das stimmt, aber... Ich werde ihn lange sehen. Ich habe ihn jetzt zweimal verloren und er ist ohne Pause zurück. Wenn es nicht so ist wie ich, ich werde es durchgeben. Mach dir keine Sorgen. Was mich beeindruckte war, dass er sich jedes Mal, wenn er das Sharnox-Heimatgebiet betrat, nichts mit seinem Zustand zu tun hatte. Lord Ecke ist immer noch sehr ernst. Er wusste nicht, wie er sicherstellen sollte, dass Sharnox Nick Shosma war. Äh, ich glaube, das muss man nicht mehr sicherstellen, aber ja. Er hat Nekrose nicht verziehen, aber er hat auch geholfen. Ich denke, das ist genug, Kommandant. Ja, ja, nur ein bisschen, falls jemand. Dark Raid taucht nicht auf. Aber jetzt sind wir schon eine Weile bei den wichtigen Dingen angekommen. Eine Einführung, die vor anderthalb Monaten geschah. Erst am Nachmittag. Ich mache das, was ich die meiste Zeit mache, wenn ich nicht trainiere. Übrigens, kurzer Einwurf, man merkt vielleicht, die Audio ist ein bisschen anders als sonst, ein bisschen leiser wieder. Aber je nachdem, wie gut es ist, werde ich das wahrscheinlich als neue Haupthörspiel-Audio auch nehmen, weil es sehr konsistent ist. So, ähm. Und oft ein paar Filme, in denen Shinox eine wichtige Rolle gespielt hat. Und vorzugsweise Kapitel 12. Heute Nachmittag bin ich jedoch in einem anderen Teil dieser Geschichte. Im letzten Kapitel. Ich habe nur den wichtigsten Teil gelesen. Mein letztes Gespräch mit Shinox. Ich war wieder traurig. Werde ich wieder stehen? Nach einer langen Zeit? Oder ist es zu spät? Wie beschreibt sich Shinox? Klopfe an meine Tür und klopfe mich auf den Kopf. Das ergibt Sinn. Das ist eine weise... Weise... Weis. Weis. Ich vertraue... What the fuck war das gerade? Was ist mit mir manchmal? Ich habe keine Ahnung, was mit mir ist. Und ja, die Audio ist schon wieder ein bisschen weniger konsistent, weil ich das Mikrofon umgestellt habe. Dafür ist sie jetzt ein bisschen lauter. Ich werde gucken müssen, wie ich das bei den Haupthörspielen regle. Äh, wo waren wir? Ich vertraue Hydropi und Latios, die ein abendliches Workout machen wollen. Oder Latios, der am Feuer eine Geschichte von einer Nacht erzählen möchte. Ich habe keine Sekunde großen Appetit. Komm rein. Ich hörte die Tür aufgehen, aber ich starte immer noch auf die Schlangen vor mir. Sobald ich aufsprang, schaute ich zur Tür. Natürlich habe ich die Stimme sofort gesehen. Echt? Ich dachte, ich wäre der einzige, der Geräusche sehen könnte. Nehmt auch ihr heute noch. Guckt... Nein! Scheinux steht vor der Tür. Gesund sah es nie aus. Trotz allem war es deutlich besser als vorher. Alle Wunden waren geheilt und sein Haar war wieder... ...wieder weiß. Scheinux hatte nie weiße Haare. Das Einzige, was mir auffiel, war eine große Blase, die über die rechte Seite seines Gesichts lief. Ich war so glücklich und verängstigt, dass ich ihr in den Nacken geschlagen habe. Ah yes, erst mal Nackenklatscher. Owe, seien Sie vorsichtig. N' Do-Schein. Was reden die für eine Geheimsprache? Ich fing wieder an zu weinen. Dies ist eine glückliche Zeit, keine traurige. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, Latias hat mir alles erklärt, als ich aufwachte. Außerdem weiß ich, dass du gut bist. Aber sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Mir geht es besser, wahrscheinlich besser denn je. Ich habe es mir angeschaut. Wirklich? Warum hast du diesen Klatsch? Ich habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Nekrosen entkommen. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an den Kampf, als ich Floink erzählte, was ich in der Vergangenheit getan habe. So wie Viziers es mir erklärt hat. Der letzte Angriff, aus dem ich Floink vertrieben habe. Eine Welt wie diese. Aber dafür brauchte er viel mehr Energie, als ich tatsächlich hatte. Der Teil, in dem ich dagegen gekämpft habe. Der Teil, der immer noch Nekrose in Körper und Seele ist. Floink, ich werde mich mit diesem Pokémon nie ändern. Nekrose ist nicht mehr ein Teil von mir. Das bedeutet aber auch, dass du deinen Abschluss verlierst, oder? Er lachte mich aus. Sehr freundlich. Wenn du nur weißt, wie man spirituell ist, ist mir das egal. Endlich konnte ich mein Leben wieder leben. Ein Teil des Gesprächs war wichtig, dass diese Notizen dort enden. Ein paar Tage später wurde der Prozess wieder aufgenommen. Latias und Latios ist es auch gelungen, eine Tür ohne große Geister zu schaffen, die uns in eine dunkle Welt führen wird. Neben dem Portal, wir wurden noch einmal in unsere Welt auf dem gleichen Kontinent Schmukstadt eingeführt. Hilfe, ich kann gerade durchs Mikro nicht gescheit lesen. Ich weiß, der Satz klingt noch behinderter, wenn ich es so sage. Bei dem Satz kann man es wohl verstehen, dass ich den erst nicht ganz verarbeiten konnte. Und lernten ihn kennen. Wir sind zu Hause. Es ist also an der Zeit, sich von dieser Welt zu verabschieden. Viele der Bewohner... Sorry. Ich bin gerade leicht aus dem Kontext gekommen, weil mir ein Wort später auf der Seite in Capslock ins Auge gesprungen ist. Warum zum Fick steht das da? Aber kommen wir dazu. Viele der Bewohner von Silberdorf versammelten sich vor der Haustür, um sich zu verabschieden. Vor allem unsere neuen Freunde sind sehr traurig, dass wir so lange weg waren. Jedenfalls haben wir versprochen, sie zu besuchen und sie würden uns besuchen. Aber als wir abreisen wollten, blieb Scheinux stehen. Er hatte den ganzen Tag Angst. Taranar Scheinux-Gilde wartet auf uns. Beeil dich. Er steht immer an einem Ort und beobachtet all die Pokémon, die auf öffentlichen Plätzen warten. Dann sprechen sie. Tut mir leid. Nein. Warum nicht? Was passiert plötzlich? Seemobs sind auch überrascht. Genau wie alle anderen. Es tut mir leid. Ich habe lange gewartet, seit Guy, Darkrai es mir erklärt hat. Fun fact, ich glaube, ich habe eigentlich die beste Audio-Position gefunden. Hui. Auch wenn das Vorlesen hier ein bisschen schwieriger ist. Ähm. Ich werde nie wieder zurückkehren. Was? Du willst nicht zurück? Ich habe lange nachgedacht, Freunde. Was ist, wenn Nick Schoss mal aus mir heraus ist? Sonst steckt das in mir, oder? Ich habe Wurzeln in dieser Welt und etwas tiefer in mir. Es tut mir leid, dass ich mich vor langer Zeit noch einmal bedanken muss auf diese Weise, kurz nachdem ich endlich wieder zu ihm gekommen bin. Wusste ich, dass sie als Rezensent viel bekommen könnten. Kannst du den Atem anhalten, Scharnox? Er blieb stehen und starrte mich geschockt an. Glaubst du wirklich, dass ich die Dinge so geschehen lasse? Ich habe in diesen Tagen nach all den Kämpfen, ich habe für dieses eine Ziel gekämpft. Du bist mein wichtigstes Ding. Wenn sie hier sind, werde ich sie besser verstehen. Ich werde es auch sein. Zum ersten Mal beteiligte sich jemand außerhalb unserer Welt. Und ja, da ist das Caps-Log-Wort. Und ich kann euch garantieren, das ist nicht in der Welt der Pokémon. Genau wie hier gerade gesagt wurde. Ikea. Wie? Wie steht da Ikea? Äh, ich verstehe es nicht, aber machen wir weiter. Also, das fällt mir ein bisschen ein, ehrlich gesagt. Aber zumindest freue ich mich, wenn du bleibst. Ich entscheide, was das Beste für dich ist. Was? Das ist nicht unbedingt eine super Grundlage. Dann sind wir zusammen. Ich sah unsere Freunde an. Chalast, Seamops und Ivy sahen uns plötzlich an. Ihr Jungs, kommst du zurück? Für eine Weile war niemand da. Seamops bricht zuerst das Schweigen. Nein, wenn nicht. Wenn ihr beide bleibt, bin ich auch dabei. Mich wird sowieso keiner vermissen. Ähm. Auch aus der gesamten Reihe. Äh. Es tut mir leid für den Fisch, den ich auf meinem Dach gelassen habe. Nicht ich. Es ist lang und schwer. Endlich hat jemand verkündet, worauf ich gewartet habe. Seamops freut sich über dieses Geschenk. Das ist mir theoretisch gerade was runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Sieht ein bisschen so aus. Sag nichts gegen meinen Rücken. Ich habe es geerbt. Dies ist seit Generationen im Familienbesitz. Warte. Also im Prinzip. In Seamops Familie vererben sie so im Prinzip mit jeder Generation die Wirbelsäule weiter. Was auch erklärt, dass sie inzwischen nur noch rollen. Deshalb ist er nicht mehr. Tut mir leid Seamops, aber es ist wahr. Und wir bleiben natürlich alle. Wir sind alle hier, weil es für uns kein Licht in unserer Welt gibt. Wir sind alle einsam, egal wo wir wohnen. Hauptsache wir haben Freunde, die uns jetzt unterstützen. Das gesamte Gebiet der Stadt war voller Wüsten. All wir und ich, Chillast, waren ohne Probleme glücklich. Seamops ist frustrierend, weil niemand seine Fische liebt. Und Scheinux schaut uns ungläubig an. Du, was hielt sich wieder fest? Bist du bereit, dein Haus zu verlassen, um bei mir zu sein? Danke aus tiefstem Herzen. Wie bekomme ich Freunde wie dich? Es ist gut, denn du hast hier wirklich jedermanns Schlinge gerettet. Und an dieser Stelle beende ich die erste Session. Und ja, letzte Folge der Valros Edition 3 sind wir drin. Hier sind jetzt wahrscheinlich nur noch die treuesten Zuschauer. Und deswegen, ich weiß gar nicht, habe ich das nicht in Teil 2 auch gemacht? Will ich mal ganz kurz einen kleinen Reveal droppen. Einfach für euch, die jetzt hier sind. Nichts allzu Großes, aber vielleicht doch, je nachdem wie ihr es seht. Und zwar, ihr wartet ja auch alle, denke ich, noch ganz sehnsüchtig auf das letzte Valros Editionsprojekt. Spezial Episode X, Dawn of the Skies. Und ja, ich meine, ich habe ja schon gesagt, da wird es erst nächstes Frühjahr, genauere Infos zu geben. Aber erwartet mal mehr als ein Video. So, zweiter Teil des Videos. Letzte Aufnahme für mich. Ja, bisschen kürzer ist es von dem, was ich sehe, als der erste Teil dieses Videos. Aber ein bisschen nur. Legen wir los und beenden es. Wenn die Zahl wieder sinkt und sich die Tür schließt, gibt es nur noch eins zu tun. Aber gibt es eine Möglichkeit, neben der Welt auch Pokémon zu kontaktieren? Zumindest möchte ich den Soldaten erzählen, was passiert ist. Übrigens, kurzer Real Talk direkt mal wieder. Was eben hier bei der Szene war mit dem ganzen Talk, wo sie dann über die Zeit hinweg reden und alles. Man hat es vielleicht beim Storywriting der späteren Valros Edition bemerkt. Ich fand das selber so ein Bullshit, dass ich es in der Valros Edition 4 gleich wieder aufgelöst habe. Latias wusste sofort, was zu tun war. Hast du Psycho-Pokémon mit deinen Teamkollegen? Ja, Abra. Bulbi, Latias und ich können uns telepathisch mit dir verbinden. Sie können ihm im Urlaub alles erzählen. Ich bin glücklich. Dann lass uns gehen. Latias sah mich ein wenig erschrocken an. Du gehst mit Hilfe der Zeit mehrmals in ein Loch. Die Präsenz dieser Welt läuft nicht gleichzeitig. Zeit? Wie alt warst du damals? Ich war frustriert. Was? Wie viele Jahre? Dieses Jahr. 10.009 nach der Schöpfung. Ich denke ein bisschen. Bulbi, wenn du so mit Abra sprichst, er ist vielleicht nicht mehr Abra. Aber Kadabra oder Simsala. In deiner Welt sind 15 Jahre vergangen. Schockierte mich. 15 Jahre? Jeder würde denken, wir wären tot, wie auch immer. Ich denke, du wirst antworten, aber ich kann es nicht ändern. Vor ein paar Tagen bist du gegangen. Bulbi, willst du immer noch mit ihr reden? Ich bezweifle. Ja, ebenso müssen sie die Wahrheit akzeptieren, wenn sie uns lange Zeit vernachlässigt haben. Dann schließe deine Augen. Konzentriere dich auf dieses Pokémon. Den Rest erledigen wir. Ich habe getan, was mir gesagt wurde. Die Dunkelheit vor mir veränderte sich in Sekundenschnelle. Ich habe das Zimmer gesehen. Haus des Gildenhauptmanns. Drinnen auf dem Tisch setzte sich der Tote. Du kannst sofort mit ihm reden. Er sieht dich nicht, obwohl er deine Stimme hört. Also habe ich versucht, mit ihm zu reden. Hallo Kadabra, kannst du mich hören? Kadabra, ein Absolvent. Zitterte im Einklang. Aber in Pokémon muss ich wohl eher Absolvent sagen. Was ist los mit mir? Warum bin ich so, wie ich bin? Hallo, wer ist da? Es war, als hätte er sich verändert. Ich kannte Kadabras Stimme. Irgendwie ist es der, den ich in die Gilde als Abra kennengelernt hatte. Jetzt, wo ich das weiß, fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich spreche zu dir aus einer fernen Welt. Zwei Pokémon helfen mir, spirituellen Kontakt aufzunehmen. Aus einer fremden Welt? Warum willst du mit mir reden? Kenne ich dich? Es gibt eine Frage, die ich mich frage. Kenne ich noch jemanden? Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es ist über 15 Jahre her. Kadabra scheint teuer zu sein. Aha, auf dem chinesischen Organschwarzmarkt, oder? 15 Jahre? Es ist eine lange Zeit. Ich glaube, es geht um... Erinnerst du dich an Bulby und Scheinux? Woher kennt ihr euch beide? Kein Wunder, dass ich das tue. Sie waren auf ihrer Reise einen Tag lang gute Freunde. Ah. Es muss ein großer Regen gewesen sein. Als wir einige Tage ohne Neuigkeiten auf der Suche waren, haben wir das Wrack ihres Bootes gesehen. Keiner von uns hat es vergessen und keiner weiß genau, was dann passiert ist. Du wirst die Welt retten, oder? Aber offensichtlich haben sie diese Welt noch nicht erreicht. Er sah erschöpft aus, während er sprach. Scheinux hat recht. Der Mob suchte nach uns, fand unsere Leichen und dachte, wir wären to... Das wäre verständlich, wenn das auch tatsächlich so wäre. Aber sie haben uns nicht vergessen. Kadabra, ich weiß, es geht darum, sich gerade nicht für dich zu interessieren. Fußball. Ein Moment lang saß er still. Ich sah Tränen... Ich sah Tränen in seinen Augen winkeln. Wirklich? Wie wird es sein? Bist du wirklich, Bulby? Ja, wir leben alle. Uns geht es gut. Wenn du es bist, sag mir, warum. Von letzter Nacht habe ich gehört. Sie bis heute. Sag mir. Natürlich. Und alles so viel sagen, wie ich mich gut erinnern kann. Andere werden es später auch herausfinden wollen. Mach weiter. Ich fing an mit ihr... Darf auch... Darf auch irgendwann... Irgendwann Charakter sein Geschlecht behalten, bitte. Mit ihr über alles zu sprechen, was passiert war, seit ich das letzte Mal mit ihr sprechen konnte. Ich berichtete von der einsamen Insel Ivy, wo wir unser letztes Treffen mit Gruden... hatten. Ich sprach über Betrug. Wir könnten Gruden von Kyogre unser Treffen in Günther absagen. Als wir die Scheinungs-Ära hatten, hörte ich auf. Ich weiß nicht, ob er wollte, dass die Soldaten davon erfahren, aber irgendwie dachte ich, er möchte, dass sie alle Fakten erfährt, von denen ich ihr erzählt habe. Über unsere Reise in eine dunkle Welt. Die Prophezeiung. Die Welt ist kaputt. Die Geschichte des Teams. Ich wollte gerade von der letzten Schlacht von Scheinungs erzählen, als Kadabra mich aufhielt. Oh ja, das hätte ich fast vermieden, weil wir wissen, dass Dinge passieren werden. Da ich es dir sage, sind deine Sorgen sinnlos, nicht wahr? Ich stimme zu. Persönlich ja, ich muss nicht raus. Aber nachdem Flöng besiegt wurde, sagte alles, das Scheinungs sollte. Er hat gewonnen, aber es bedeutete keine gesunde Generation. Wirklich, wie geht es ihm jetzt? Tatsächlich wollen wir heute ausgehen. Wir wollen zurück zum Militär. Wie kann es sein, dass es wirklich, dass jede, alles, was hier mit der Gilde zu tun hat, so sehr nach dem Militär gedreht wurde? Weil wir die moderne Frist einhalten werden. Wir werden vor genau 15 Jahren zurückgehen. Sowieso weniger, als wir gehen werden. Scheinungs hat sich entschieden, in Silberdorf zu bleiben. Hier fühlt man sich in seinen vier Wänden richtig wohl. Unserer Meinung nach haben wir uns alle entschieden, hier zu bleiben, ohne nachzudenken. Sie haben nicht erwartet, dass so etwas passiert. Jeder wird es verstehen. Ich bin glücklich. Dann können wir auch bald Gäste sein. Nein, tut mir leid, aber es wird nicht funktionieren, weil du gerade mit mir redest. Ja, jetzt kommt eben der ganze Punkt von wegen, ja, Raum, Zeit und so ein Gedöns. Und ja, in der VAROS Edition 5 geht es dann gleich schon wieder ab dahinter in die Welt. Und dementsprechend man merkt, dass ich das selber Bullshit fand und ehrlich gesagt keine Ahnung mehr habe, warum ich das überhaupt eingebaut habe. Ich habe mir halt irgendwie gedacht, ja, als ich das geschrieben habe, ja, wäre das nicht irgendwie unlogisch, wenn jetzt dieses Gespräch wäre und dann so Raum, Zeit und habe mir dann gedacht, ja, dann muss ich das irgendwie so verhindern. Und dann in der VAROS Edition 4 habe ich mir gedacht, sag mal, wer will mir überhaupt sagen, dass ich Unrecht habe, wenn ich das mit Raum und Zeit anders mache? Außerdem ist es meine Geschichte, ich mache die Loa. Also, wenn du jetzt zu Besuch kommst, hättest du dich kennengelernt. Wir vor 15 Jahren ersetzen sie es problemlos. Aber eine solche Drohung können wir nicht aussprechen. Ich bin traurig und ein bisschen wütend. Wussten Latias und Latias nichts davon? Sonst hätten sie mich warnen sollen. Aber ich kann mit dir reden, wie ich es jetzt tue. Kann ich nicht? Aber jederzeit. Ebenso hat sich meine Luftqualität teilweise verbessert. Ich fing an, mit ihm ein bisschen über das Militär zu reden. Eine Sache, Funfact Kadabra steht die ganze Zeit mit C am Anfang. Was machst du im Armeeraum der Gilde? Ich? Nur kurze Zeit. Hobelupf ist vor wenigen Wochen in den Ruhestand gegangen. Bis ein Entwickler als Chefgilde gefunden ist, übernehme ich hier die organisatorischen Bedingungen. Ich möchte diesen Posten nicht allzu lange halten. Was ist mit den anderen Mitgliedern der Gilde? Sind sie noch da? Sind ihre Abonnenten angekommen? Hm, das ist eine gute Frage. Bist auch du, der dieses Video gerade guckt, als neuer Abonnent angekommen, wenn du nicht schon einer warst? Ach du meine Fresse, diese Überleitung schlagt mich. Äh, weiter geht's. Wo waren wir? Kadabra sah verlegen aus. Nun, alle Leute, die du getroffen hast, sind noch da. Wir haben auch zwei neue. Um ehrlich zu sein, beide erklären deutlich die Lücke, die durch ihre Subtraktion entsteht. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass wir dich einfach ersetzen wollen. Ich fing an zu lachen. Auf keinen Fall. Warum manche Leute hier denken, dass der Armeechef sie problemlos ersetzen will, ist die Kombination beider Typen. Endivia führt das Team. Was machen... Fun Fact. Das habe ich erst eher spät geändert beim Schreiben, dass Endivia das Team führt auch. Weil, die meiste Zeit war es so geschrieben, dass Spark der Anführer vom Team ist. Aber da habe ich dann langsam begonnen, mir so den Plot der Valros Edition 4 und 5 auszudenken. Und mir dann gedacht, dass es für die Plots da sinnvoller ist, wenn nicht. Also, machen wir weiter. Äh, wo war ich? Das machen sie gut. Sie erinnern mich beide sehr an ihre Zeit. Sie sah aus dem Fenster. Das ist uns einfach aufgefallen. Bald war Abendessen. Ich werde auch die Geschichte aller anderen erzählen. Sie können also, wie bereits erläutert, ganztägig mit mir sprechen, wenn sie möchten. Nur nachts ist es besser, wenn sie noch schlafen. Also, erschien ein Kloß im Hals zu haben. Ich bin auch. Ich auch. Ich bin Bayer. Nee, warte was. Das war ein toller Witz. Dann wünsche ich dir eine glänzende Zukunft. Vor allem mit Scheinux. Du wirst eine großartige Zukunft haben. Da habe ich keine Zweifel. Und gib all meinen Freunden das Beste, okay? Ich werde dafür sorgen, dass deine Legende ihren Namen hat. Auf mich. Was? Will der jetzt Copyright für die Geschichte anmelden? Bevor ich gehe, möchte ich noch etwas entfernen. Nur eine Sekunde von. Kadabra. Genauso machen wir das Richtige. Natürlich werde ich. Wo hast du so viel geflucht? Hoffe dich bald zu sehen. Als Ergebnis wurde ihr Kontakt abgebrochen. Beim Supermarkt Silberdorf fielte ich wieder an. Die Menge war noch nicht da. Ebenso sind meine Freunde nicht hier. Außer zwei Pokémon Eon. Beide öffneten die Augen. Du musst verschiedene Dinge sagen, nicht wahr? Es dauerte eine lange Zeit. Nun, ich muss natürlich erklären, was passiert ist. Ich möchte auch wissen, was in ihrer Zeit passiert ist. Das dauert heutzutage ein bisschen. Es ist sauber. Es tut niemandem weh. Die anderen sind in ihre Häuser zurückgekehrt. Was ich wusste. Und zum einen, Bulby. Ich habe es mir genau angeschaut. Wir möchten uns noch einmal bedanken. Und jetzt, da du hier bist, haben wir beschlossen, dass du nicht ewig in Flöink leben kannst. Und dieser Sam. Was zum Fick. Wir werden morgen bauen. Das nächste Mal haben wir es benutzt. Ich habe ein neues Hobby gefunden. Jetzt, wo die Geschichte vorbei ist, male ich in meiner Freizeit. Das mit dem Malen ist auch wirklich eine Sache, die nur einmal vorkommt. Einfach nur für dieses eine große Bild. Was ja auch ganz am Ende der gesamten Reihe noch mal zum Ausdruck kam. Ähm, wo war ich hier? Ebenso, wenn ich zugebe, dass ich wenig Talent habe, genieße ich es ohne Probleme. Auf diese Weise habe ich zum Beispiel ein Diagramm gemalt, das diese Reise jederzeit für mich darstellen würde. Das Foto. Das sind alles Mitglieder dieser Gruppe. Auch Günther Flöink und Bulberzau. Oder Bulberzau. Und der Grund, warum ich wieder erschüttert war, war... Nach unserer Reise änderte sich das Bild ein wenig. Auch Briefe waren dabei. Pokémon ist ein weltberühmtes Lied. Plötzlich eine Art Sprichwort. Er wird ihnen sagen, dass die Vergangenheit nicht ignorieren soll. Auch wenn man erfolgreich ist, blickt man in die Zukunft. Wir drücken alles in diesen drei Worten aus. Nicht vergessen. Hm. Also, ich will jetzt nicht die Wortanzahl hinterfragen. Oder hier klug scheißen. Das nochmal nachzählen oder so. Aber ich würde behaupten, dass nicht vergessen nicht ganz drei Worte sind. Der Bau unseres neuen Hauses läuft gut. Jeder half und tat, was er konnte. Ich hatte ein kleines Gefühl, als ich das sah. Am Anfang unserer Reise war alles gleich. Als die Stadt Boote und Ornamente baute. Aber heute bei Vollmond ist ein besonderer Tag gekommen. Wir wären eingetreten. Jeder hat sich... Sorry. Jeder hat sich viel Mühe gegeben in diesem Raum. Diesmal ist dies die größte in ganz Silberdorf. Und das versteht sich. Denn wir werden hier nicht nur ein oder zwei, sondern fünf herzlich und glücklich leben. Shanox und ich bestanden darauf, dass wir uns das gleiche Gebäude teilen... Ach. Wahrlich. Das gleiche Gebäude. Interesting. Wie wir es schon lange getan hatten. Bei uns ist das normal. Auch innerhalb der Gruppe, die wir aufgebaut hatten, lief es gut. Wir stehen vereint und ungebrochen. Inzwischen strahlen Cellast und Seemobs hell und sind Radioakt... Okay, das steht da nicht. ...und sind gute Freunde geworden. Obwohl wir Cellast oft gerne anbauen. Um ehrlich zu sein, strahlen er und Eevee auch, wie jeder andere. Als wir ihn danach fragten, kam er ohne anzuhalten heraus und stolperte darüber. Aber wenn wir uns manchmal nicht gefallen, werden wir uns alle gut verstehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die Beziehung zwischen mir und Shanox noch nicht verbessert hat. Interessant. So und ab geht's. Letzte paar Sätze. Der letzte Absatz. Es sind irgendwie acht Zeilen. Also. Wirkliche Credits wird es diesmal nicht geben. Ehrlich gesagt habe ich dafür weder Zeit noch Motivation. Lasst mich nach dem Abschnitt noch ein, zwei Worte sagen. Es wird angenommen, dass dies bei diesen Ergänzungen schließlich der Fall war. Zumindest bin ich nicht untergegangen, ohne mich vorher zu erklären. Schließlich gibt es noch etwas zu sagen. Für heute, als wir hereinkamen, fand ich heute Abend schnell ein Stück Papier, bevor ich anfing, dies zu schreiben. Er lag kühn auf meinem Bett. Der Händedruck schien mich nicht zu ehren. Es ist sauberer als jedes andere. Alle Linien sind gut angelegt. Schließlich, als ich die Sätze auf diesem Stück Papier las, fand ich heraus, wer es war. Du hast diesen Kampf gewonnen. Aber der Krieg hat gerade erst begonnen. Wir werden uns wiedersehen. Aber wir werden Feinde sein. Wichtiges Zitat der Reihe und das war's. Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 3. Aber dumm ist zu Ende. Ja, ein, zwei Worte noch. Komplettes Hörspiel wird auch hier wieder kommen. Auch wenn ich jetzt keine wirklichen Credits einbaue. Ich weiß gerade noch nicht. Wahrscheinlich mache ich tatsächlich gar nichts. Und ja, warum mache ich jetzt das zum Beispiel? Einerseits habe ich sehr stressige Phase im Moment, habe nicht wirklich viel Zeit für sowas. Andererseits, ich behaupte, dass für mich die Umsetzung dieser Valros Edition in Dumm besser war mit den zwei Kapiteln pro Folge. Für euch aber schlechter. Zumindest habe ich den Eindruck von der Resonanz, die die Videos bekommen haben. Von der Aufrufanzahl. Von den Bewertungen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es für euch nicht so toll war, dass wir jetzt einmal die Woche so ein langes Video hatten. Die, die dies geguckt haben, waren eigentlich immer lange dabei, aber viele haben es dann halt auch einfach gelassen. Und ja, was kann ich groß sagen? Valros Edition 3 in Dumm hat mir nochmal gezeigt, warum ich so lange Pause gemacht habe. Wird es eine Valros Edition 4 in Dumm geben? Wahrscheinlich eine große Frage jetzt. Und eine Frage, auf die ich sehr sicher antworten kann. Nein. Ich weiß, manche von euch sind vielleicht enttäuscht, aber so wie diese Dinge hier waren, 20 Kapitel waren das jetzt. Und ehrlich gesagt war es nach der Hälfte der Zeit nur noch für mich jede Woche das Machen und Warten, bis es fertig ist irgendwann. Damit ich bald das nächste Haupthörspiel beginnen kann, auf das ich mich echt freue, muss ich sagen. Nicht unbedingt, weil es in meinen Augen so mein bestes Hörspiel ist. Ich sag's ehrlich, die Wesen unseres Planeten ist ziemlich mit im Vergleich von den Projekten, die ich alle habe. Aber ich freue mich einfach wieder ein richtiges Hörspiel zu haben. Und mal was Neues. Nicht nur Valros Edition. Richtig los gehen wir jetzt erst nach die Wesen unseres Planeten, wenn dann mit Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal einen Namen gesagt habe. Der Name hat sich geändert. Vorher hieß es Plotthole. Es wird mein größtes Hörspiel. Zumindest bisher. Und mein bestes. Also Plotkrieg jetzt. Die Valros Edition 4 in Doom hätte das Problem. Nicht nur ist es in Doom hier allgemein ja nicht das, was mich so sehr motiviert, wie man merkt. Aber es wären ja auch noch fast 40 Kapitel. Und ich meine jetzt so 20 Kapitel. Wäre die Valros Edition 4 auch so lang? Hätte ich gedacht. Ich meine auf jeden Fall nicht in näherer Zeit, aber irgendwann bestimmt. Aber 40 Kapitel ist einfach zu viel. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann vielleicht die Valros Edition 6 in Doom mache. Weil die ja dort nochmal ein gutes Stück kürzer ist. Und es gleichzeitig bestimmt sehr interessant wäre, wie sich das gesamte Finale der Reihe verändert durch sowas. Aber erst einmal ist jetzt wieder eine ganze Weile Pause von Valros Edition in Doom. Ich würde das gesamte nächste Jahr über auch nicht mit sowas rechnen. Ob ich in 2023 wieder irgendwas Großes bringe. Also was Großes werde ich da auf jeden Fall bringen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon eine ziemlich genaue Idee, was... Ich plane, was sowas angeht, relativ weit voraus. Und ich call das auch tatsächlich jetzt schon mal. Plot... Äh... Ich muss mich erst an den Namen gewöhnen. Ich habe den Namen erst vor kurzem geändert. Plotkrieg wird auch einfach tatsächlich einen Großteil des nächsten Jahres auf dem Kanal fressen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie lange es genau wird, aber ich bin beim Schreiben derzeit bei der Länge der Valros Edition 4. Ich bin in Kapitel 38. Und ich bin noch nicht vorm Finale. Also doch, ich bin vorm Finale, aber das war ich seit Kapitel 1, ne. Es ist durchaus möglich, dass die Geschichte mit 50, 60 Kapiteln endet. Und deswegen wird Plotkrieg einfach mit zwei Kapiteln die Woche dann einen relativ großen Anteil des nächsten Jahres übernehmen. Und deswegen, wenn ich jetzt schon Projekte für danach plane, außer die Spezialepisode X, die ich irgendwann zwischendurch bringen werde. Ja. Also, das war's mit diesem Projekt. Danke an alle, die trotz allem dabei waren. Wir sehen uns hoffentlich am 15.12. wieder zu die Wesen unseres Planeten.